Alles angefangen. Und der Lohn der Sünde ist der Tod. Und wir haben es ja bei Aaron und Eva gesehen. Man sieht das ja in der Welt. Wir leben in einer sündigen, gefallenen Welt. Und kein Mensch kann sagen, dass wir in einer schönen Welt leben. Ich sage euch, macht euch mal die Augen auf. Macht mal die Augen ganz genau auf. Und schaut euch die Welt an. Schaut euch den Menschen an. Und schaut dich selbst an. Und guck dich mal selber an im Spiegel. Wir sind Lügner, Betrüger. Wir sind selber im Herzen Mörder. Und das sagt auch die Bibel. Wir sind böse Menschen. Wir alle haben den Tod und die Hölle verdient. Wir alle. Wir alle. Hängt jetzt mein Stream wieder? Hallo? Leute, schreibt mal bitte einmal rein. Okay, mein Stream hängt nicht. Und deswegen sage ich euch Leute, wenn ihr euch nicht bekehrt, wenn ihr nicht Buße tut, wenn ihr nicht zu den Herrn Jesus Christus zurückkommt, was ist denn der Sinn des Lebens? Was ist der Sinn des Lebens? Kann mir das jemand beantworten? Was ist der Sinn des Lebens? Der Sinn ist, dass wir zu den Ursprungen zurückkehren, zu den Herrn Jesus Christus, zu unserem Gott, zu unseren Schöpfer. Nach Hause im Himmel. Die Erde ist eine Zwischenstation. Aber der Tod kann jeden Tag vor der Tür sein. Ich schrei, wie ich will. Und wenn dir das nicht schmeckt, geh aus meinem Stream. Deswegen der Sinn des Lebens. Was ist der Sinn des Lebens? Warum existiere ich? Hat sich jemand schon mal diese Frage gestellt? Warum bin ich auf dieser Welt? Es gibt so viele Antworten, so viele Religionen, so viele Götter. Aber wer ist der wahrhaftige Gott? Was ist der wahrhaftige Weg? Es ist eine berechtigte Frage. Jesus ist Gott und Gott, ja. Deswegen, Leute, deswegen sage ich euch, wenn ihr euch nicht bekehrt, werdet ihr verloren gehen. Ich gebe Hand und Siegel drauf. Es gibt nur zwei Wege. Einmal, du befindest dich auf dem Weg der Verdammnis oder auf dem Weg ins ewige Leben. Es gibt Verlorene und Gerettete. Und das sind diese zwei Wege. Und ich wünsche mir, dass alle, ob Schwule, Mörder, alle zu dem lebendigen Gott kommen und sich mit diesem lebendigen Gott versöhnen. Dieser lebendige Gott hat sein Leben gegeben am Kreuz. Der Sohn Gottes wurde Mensch und das Wort wurde Fleisch und wohnte unter uns. Und er liebt dich unendlich und er möchte, dass du gerettet wirst, dass du nicht verloren gehst. Er sucht, was verloren ist. Aber du selber entscheidest dich für diesen Weg, weil du hast einen freien Wille. Aber wenn du aufrichtig bist, geh auf deine Knie. Geh doch mal auf deine Knie und frag doch einfach mal Gott. Wenn es dich gibt, komm in mein Leben. Offenbare dich mir. So, ich werde jetzt ein anderes Bild wieder verwenden. So, Leute, bitte teilt noch mal alle den Stream. Macht noch mal alle Doppelklick und ladet jeden ein, den ihr kennt. Bitte alle noch mal liken, Leute. Ja, anzeigen sollte man mich. Genau, ich müsste eigentlich ins Gefängnis gehen. Hast recht. Weil ich das Wort Gottes verkündige und die Wahrheit im Wort Gottes sage, müsste man mich eigentlich ins Gefängnis bringen. Genau, wie die das auch mit den Aposteln gemacht haben. Genau. Da steht ja auch geschrieben, ihr werdet gehasst werden. Und das lese ich jetzt einmal vor. Weil das Wort Gottes hat mit allen Recht. Mit allen Recht hat das Wort Gottes. Und wir lesen in Johannes 15, Vers 18. Wenn euch die Welt hasst, so wisst, dass sie mich vor euch gehasst hat. Nochmal. Wenn euch die Welt hasst, so wisst, dass sie mich vor euch gehasst hat. Wenn ihr von der Welt wärt, so hätte die Welt das ihre lieb. Weil ihr aber nicht von der Welt seid, sondern ich euch aus der Welt heraus erwillt habe. Darum hasst euch die Welt. Die Welt hasst uns. Weil sie den Herrn Jesus hasst. So Leute, bitte alle liken. Alle den Stream liken. Elias, Alexa, alle die hier drin sind. Alle noch mal liken, 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 Leute. Für wem bist du? Ich bin, äh, für niemanden. Ich möchte, dass die Palästinenser und die Hamas zu den Herrn Jesus kommen. Und ich möchte auch, dass die Juden gerettet werden. Man sieht deinen Kopf. Ja. Ja, also ich möchte, dass alle Menschen gerettet werden. Und ich bin, dass, ja, ich möchte einfach, dass alle zu den Herrn Jesus Christus kommen. Ja, also ich habe gerade vorgelesen, die Welt hasst uns. Und es steht auch geschrieben in 2. Timotheus 3, Vers 12. Und hier lesen wir eindeutig. Und alle, die gottesfürchtig leben wollen, in Christus Jesus werden Verfolgung erleiden. Und das sehen wir auch. Wir sehen es. Auf der ganzen Welt werden Christen verfolgt. In Europa. Wir sehen einfach die Zustände. Wir werden auf der Arbeit verspottet, gehasst. Es wird sich lustig gemacht über den Gott der Bibel. Und es heißt ja auch, böse Menschen aber und Betrüger werden es immer schlimmer treiben, indem sie verführen und sich verführen lassen. Leute, bitte alle den Stream teilen. Alle teilen, Leute. Dass wir jetzt die 15.000 Likes bekommen. So. So. Bruder Ilias, wenn du möchtest, komm einmal ganz kurz hoch. Sei ruhig. Nein, ich werde nicht ruhig sein. Ich werde das immer. Und wenn dir das nicht passt, dann kannst du rausgehen. Gottes Segen. Gottes Segen, Bruder. Bruder, ich bin richtig krank. Ich kann eigentlich nicht. Ach so, ja. Gute Besserung dann. Danke. Ich geh raus, ja. Ja, Gottes Segen und ja, möge dir er dich reichlich segnen. Danke dich auch. Gottes Segen, Bruder, Danny. Gottes Segen. Gottes Segen, Pablos. Wie geht's dir? Ich hab dir ein Bild geschickt in eine Gruppe. Kannst du einmal kurz anschauen. Ja, ich werde das später verwenden. Bruder, ich hatte vorhin echt wieder ganz viele Zuschauer gehabt, aber jetzt auf einmal habe ich wieder irgendwie eine Sperre bekommen. Ich hatte 800 Zuschauer gehabt. Ja, und dann auf einmal, ja. Nutzt mal das Bild, vielleicht ist das gut. Kannst du mal ausprobieren. Ja, ich werde ja heute Abend live kommen und ich wollte so oder so. Heute ist ja Wochenende und heute kann ich ja auch so lange streamen, bis mir die, also ich werde heute lange streamen. Ich werde auch dieses Bild benutzen später. Ja, ja, hast du gesehen. Ja, aber ich werde dann auch mit meinem Hauptaccount live kommen. Kommst du dann auch rein oder wie? Ja, ich komme auch dazu. Ich muss morgen leider auch arbeiten, ne? Ich muss Hutsatzarbeit machen, aber ich kann so, ich kann schon etwas länger schlafen, also. Ich würde so bis maximal sowieso in 0 Uhr wach bleiben. Das geliegt auch. Ja, du meinst das Bild hier, ne? Ja, das muss aber noch bearbeitet werden. Ich habe das schon. Du musst nochmal gucken. Nein, nicht das, nicht das. Das, das habe ich auch, aber das mache ich nicht. Ähm, mit Gimmabelt oder TikTok-Gruppe. Äh. Warte, ich gucke nochmal. Das Bild. Ich habe es schon, ich habe das schon. Ich habe es schon. Ja, genau. Der ist gut. Ja, genau. Das ist ja auch die Wahrheit. Ist ja auch nicht gelogen. Naja. Deswegen die Wahrheit muss man verkündigen. Israel gehört den Juden. Ja. Das ist ganz klar Palästina. Mein Hauptaccount ist auch wieder frei. Das ist wie keine Nuita von damals. Mein Hauptaccount ist wieder frei, Angelo, ne? Na, welches? Welches davon? Mit meinen 5000 Abonnenten. Ah, ich dachte mit 9000. Nein, nein. Der wurde gelöst. Aber 5000, ähm, ja, da bin ich ja wieder frei. Nein, dann gehst du da live, ne? Ja, da werde ich, das ist ja eigentlich nur mein Ersatzaccount gewesen hier. Jetzt bin ich auch wieder frei und ich werde auf jeden Fall, warte noch ganz kurz. Der Ufuk, hast du gesehen, wie der Ufuk durchgedreht ist? Ja, ne, du hast gar nichts getan. Ich weiß gar nicht, was du mir gesagt hast. Gar nichts getan. Die hat mich doch auf Türkisch beleidigt, hat diese Steffi. Heftig. Die hat mich da übelst beleidigt und ich meinte auch zu ihr, warum beleidigst du mich denn? Und dann hat er ja was mit Anwalt gesagt, ne? Ja. Und dann habe ich ja zu ihm gesagt, aber du bist doch selber schuld, warum zeigst du denn deine Freimaurerloge, ne? Und ich habe es ja auf Video. Ja, ja. Ja, und dann auf einmal kickt den, kickt den raus. Irgendwas ist da oben gemeint. Ja, ja, das habe ich gesehen. Das habe ich gesehen. Da dachte ich mir so, hä? Die beschuldigen dich quasi, ne? Der meinte ja so, ich will niemanden und was unterstellen, aber meinte eigentlich, wollte ich, aber okay, der will niemanden und was unterstellen, ne? Und er hat so richtig auf dich gezeigt, so letztendlich. Ja, und dann denke ich mir, eine unschuldige Person, du hast gar nichts getan. Ich weiß gar nicht, was er will. Ja. Ich sag so eine Sache. Das, was man sieht, das erntet man. Ja, Amen. Genau, genau. Gut gesagt. Das, was man sieht, das werden jeder ernten. Jeder einzelne Mensch auf dieser Ernte. Ja, genau. Die Frage der Zeitung war. Das darf man nicht vergessen. Na? Ja. Aber in deinem Haupterkont, das ist gut. Dann kannst du da gleich schön live gehen, oder beziehungsweise später komme ich dazu. Vielleicht der Bruder Rese auch, wenn er wach ist. Und dann das Bruder Rese. Du weißt so, guck mal, wie schön dieser Vers ist. Ich finde das auch in keiner Religion, ne? Und wenn ich auch diesen Vers lese, ich merke einfach, der Gott der Bibel ist absolute, absolute Liebe. So in Matthäus 5, 44. Ich aber sage euch, liebt eure, gib mal her. Ich aber sage euch, liebt eure Feinde. Segnet die euch Fluchen. Tut wohl denen, die euch hassen. Und betet für die, welche euch beleidigen und verfolgen. Was ist das bitte für ein Vers? Keiner hat sowas. Keiner. Da steht immer so, ja, ich sage zum Beispiel, einer greift dich an, so greift ihn sich jemand zurückgeführt, ne? Und so weiter. In der Bibel steht, Liebe deine Feinde. Sowas wirst du nie finden. Nie. Nur in der Bibel. Ja, ja, natürlich. Weißt du, wie stark dieser Vers ist? Allein, guck mal, dass Jesus Gott ist. Guck mal, ich möchte einmal einige Verse sagen. Johannes 10, 30. Johannes 14, 9. 1. Johannes 5, 20. Ich und der Vater sind eins. Das sagt, also der Herr Jesus sagt, ich und der Vater sind eins. In Johannes 14, 9 sagt, Jesus spricht zu ihm, so lange Zeit bin ich bei euch und du hast mich noch nicht erkannt, Philippus. Wer mich gesehen hat, der hat den Vater gesehen. In Johannes, 1. Johannes 5, 20. Wir wissen aber, dass der Sohn Gottes gekommen ist und uns Verständnis gegeben hat, damit wir den Wahrhaftigen erkennen. Und wir sind in den Wahrhaftigen, in seinen Sohn Jesus Christus. Und auch dieser ist das Wahrhaftige Gott und das ewige Leben. Amen. Amen. Ja, wir sehen es. Die sind ganze Sachen. Die kennen wir. Ja, aber das ist tausendmal. Du kannst dir das, du kannst den Millionen Verse zeigen. Du kannst den alle Verse aus der Bibel zeigen. Alle, alle Verse aus dem komplett Alten Testament. Und die würden das nicht glauben. Die würden das einfach nicht glauben, weil das ist einfach da auch eine Herzenseinstellung. Ja, genau. Wer sucht, der findet. Wer klopft, den mit Göffel. Nur wer sucht. Nur wer offen. Und ehrlich gesagt, wenn es doch die Wahrheit ist, dann will ich jetzt Suchen prüfen. Und der wird das dann feststellen. Genau. Guck mal, wer kann Gottes Reich betreten? Wer kann Gottes Reich betreten? Nur die Kinder Gottes. Alle, die ihn aufnahmen, denen gab er das Anrecht, Kinder Gottes zu werden. Und dann höre ich immer wieder so, wie die sich darüber lustig machen. Warum? Ich bin da immer noch traurig. Man macht mich darüber lustig. Ja. Das ist heftig. Hier steht ja, der Herr sieht nicht auf das, worauf der Mensch sieht. Denn der Mensch sieht das. Schau mal. Denn der Mensch sieht auf das, was vor Augen ist. Der Herr aber sieht das Herz an. Leute, bitte alle tippen. Alle tippen. Bitte alle tippen. Wir sehen, dass Jesus Gott ist. Wir sehen, dass die Bibel die Wahrheit ist. Und dass nur er der Weg, die weit unseres Leben ist. Also wer ohne Jesus stirbt, der wird auch in die Hölle gehen. Und das ist traurig. Das wollen wir doch nicht. Wir wollen doch etwas in den Herrn annehmen, damit sie auch im Paradies gehen. Ist ja wohl klar. Aber jeder hat einen freien Willen. Wenn die der Meinung sind, es sich anzunehmen, das, was man sät, das erntet man. Ja. Ja, genau. Schau mal, das Wort sagt auch in Matthäus 24, 35. Himmel und Erde werden vergehen, aber meine Worte werden nicht vergehen. Umfassbar. Himmel und Erde werden vergehen. Aber meine Worte werden nicht vergehen. Auch hier in Lukas 18, 27. Was bei den Menschen unmöglich ist, das ist bei Gott möglich. Und der Herr Jesus ist Gott. Auch hier. Und der Herr Jesus. Zeigt mir das bitte einmal in der Religion. Muslime, Buddhisten oder Hindus. Ist völlig egal. Es steht geschrieben, der Herr Jesus sagt ja auch, ein neues Gebot gebe ich euch. Liebt einander, so wie ich euch geliebt habe. Das musst du dir mal vorstellen. Der Herr Jesus ist ja Gott und seine Liebe ist unendlich. Die Liebe Gottes ist ja unendlich. Und so sollen auch wir unendlich lieben. Unendlich. Das findest du in keiner Religion. Ich weiß, ich möchte bitte einmal von dem Muslim eine Suche bekommen, wo Allah die Ungläubigen liebt. Könnt ihr mir das bitte zeigen jetzt? So was wirst du nie finden. Was du finden willst, ist das Suche 9, Vers 29. Schlaftet jeden. Das findest du. So eine Liebe wirst du nie finden im Koran. Nie. Guck mal, ist ja wohl klar. Alles, was außerhalb der Bibel ist, ist natürlich von Teufeln. Ist auch wohl klar. Ja, also es ist ja auch so, ich merke ja auch, das Einzige, was die machen könnten, ist immer wieder mein Stream melden. Einen Moment. Du hast da kein Problem, hast du das? Ja. So. Bruder Pavlos, bist du noch da? Ja, ich bin nur dabei am Essen. Ach so, ach so. Ja, ich möchte einmal ein Vers vorlesen. Jakobus 1, 9, 10. Wer unter euch arm ist und wenig beachtet wird, soll sich darüber freuen, dass er vor Gott hoch angesehen ist. Ein Reicher dagegen soll niemals vergessen, wie wenig sein irdischer Besitz vor Gott zählt. Wie eine Blume auf dem Feld wird er samt sein Reichtum vergehen. Bitte einmal Account löschen, was? Bruder Denny, erzähl mal, warum war der Herr Jesus Christus auf dieser Erde? Warum? Warum muss er das alte Testament erfüllen? Wartet mal ganz kurz, weißt du, was wir machen? Ich starte den Stream neu, gleich. Oder ich lasse ihn einfach, weil ich wollte eigentlich mit meinem Hauptaccount live kommen, aber dann komme ich später. Aber ich lasse das jetzt. Später, dann lasse ich mich erst mal auf. Nein, nein, alles gut. Also warum ist er gekommen? Er ist gekommen, um das Verlorene, was verloren ist, um es zu retten. Weil wir können ja vor Gott nicht bestehen. Verstehst du? Weil eine Sünde trennt dich ja vor diesem Gott. Und er hat die Sünde am Kreuz bezahlt. Er nahm die Sünde der ganzen Welt auf sich. Für alle Sünden hat er bezahlt. Er hat das ganze Gesetz erfüllt. Er war ohne Sünde. Und das hat er getan aus Liebe. Ja, Amen. Aus Liebe. Das Gesetz zu erfüllen, damit wir neu im Bund sind. Neue Testament. Damit wir ewig leben können, werden ihm glaubt und ihm nachfolgt. Ja. Meine lieben, durch Staube wird die gerettet. Nehmt es reichlich von dieser Gnade gebraucht. Die ist reichlich da. Amen. Genau. Guck mal. Warum ist der Heck Jesus Christus gekommen? Der Menschensohn ist gekommen, um zu suchen und zu retten, was verloren ist. Ja. Er sucht was verloren ist. Und ich habe ja vorhin auch zu den Muslimen gesagt. Es gibt nichts Schöneres, als den Herrn Jesus nachzufolgen. Es gibt nichts Schöneres, als mit dem Herrn Jesus zu sein. Es gibt nichts Schöneres. Weil dann hast du Frieden. Und das verspreche ich euch. Dieser Frieden ist ein ewiger Frieden. Das ist nicht einfach mal ein Tag Frieden, eine Stunde Frieden. Sondern das ist ein ewiger Frieden. Ewig. Bis zur Ewigkeit. Bis zur Unendlichkeit. Das ist ein unendlicher Frieden, den dir der Herr Jesus gibt. Aber na gut. Aber ich möchte euch einen Vers vorlesen. In Lukas 15, 10. Die Engel Gottes freuen sich, wenn ein einziger Sünder zu Gott umkehrt. Guckt euch das mal an. Die Engel Gottes freuen sich, wenn ein einziger Sünder umkehrt zu Gott. Jesus ist frei. Nein, da schreibt. Warum sollte ein Gott leiden für Sünden, wenn ein Gott doch allmächtig sein soll? Gott wurde Mensch. Der Mensch. Ne, warte. Wir machen das anders. Bruder Daniel, lies mal bitte Jesaja 53. Nein, nein, nein. Warte bitte. Nein, ich möchte den Römerbrief vorlesen. Bitte. Weil durch eine Sünde... Warte, ganz kurz. Warte. Ich möchte Ihnen das... Guck mal, die Sünde hat mit Adon und Eva angefangen. Und dann kam der Tod in die Welt. Durch die Sünde. Durch eine Sünde. Durch die Ungehorsamkeit kam die Sünde in der ganzen Welt. Richtig. Und die Sünde ist der Tod. So, ich möchte es einmal vorlesen. Wir lesen einfach in Römer 5. Vers 12. Darum. Gleich wie durch einen Menschen die Sünde in die Welt gekommen ist. Und durch die Sünde der Tod. Und so der Tod zu allen Menschen hingelangt ist. Weil sie alle gesündigt haben. Und deswegen kam der Herr Jesus Christus. Um dich zu retten. Und es ist nur der Glaube, der rettet. Die Gnade Gottes und der Glaube. Und der Glaube ist schon ein Werk. Schade, dass der Bruder Reza nicht reinkommt. Aber er macht schon bestimmt Nickerchen. Bruder Reza, also wenn du... Guck mal, HDF, du Heuchler. Okay. Danke für diese netten Worte. Danke für diese lieben Worte. In Joel 2, 13 sagt das Wort, auch für die Muslime nochmal. Werke retten euch nicht, sondern Gott möchte euer Herz haben. Und es heißt, zerreißt eure Herzen und nicht eure Kleider. Und kehrt um zu den Herren, eurem Gott. Denn er ist gnädig, barmherzig, geduldigt und von großer Güte. Und es reut ihm bald die Strafe. Leute, teilt nochmal bitte alle den Stream. Alle den Stream teilen. Warum sollte ich? Damit du ewiges Leben bekommst. Und der Herr Jesus liebt dich und er gibt dir ewiges Leben. Auch an die ganzen Muslime. Alle folgen Muslime. Alle folgen. Alle meinen Stream folgen Muslime. Ich bin Muslim. Immer ich bin Muslim. Ja, es ist schön, aber ich frage jetzt an alle Muslime, die jetzt hier drin sind. Wie komme ich in den Himmel? Wie bekomme ich ewiges Leben? Was muss ich tun, um errettet zu werden? Wie kann ich vor Gott bestehen? Ja, und da fängt es schon an. Und jetzt kommen die Werke im Spiel. Und ich sage euch, diese Werke werden euch nicht retten. Das sind einfach nur fleischlige Werke, die vor Gott nicht zählen. Danke für das Herz. Walla, danke für das Herz. Alles doppelt. Danke, danke, danke. Ich möchte einmal ein Vers vorlesen. Der Herr Jesus hat ja gesagt, ich bin die Tür. Muslime, es gibt es nur einen Weg und eine Tür. Und der Herr Jesus sagt ja, ich bin diese Tür. Diese Tür, die dich rettet. Es steht geschrieben, Johannes 10, 9. Ich bin die Tür. Wenn jemand durch mich hineingeht, wird er gerettet werden. Und wird ein- und ausgehen und Weide finden. Bruder, kannst du ganz kurz übernehmen? Ich komme in zwei Minuten wieder. Zwei Minuten. Fablos. Richtig schön am Chicken Wings essen. Ich bin ihm gerne. Ja, mein Lieben, ihr wisst, dass ihr ohne den Herrn Jesus verloren geht. Wenn ihr jetzt mal einmal nachdenkt, nur eine Sekunde, ist das der richtige Weg, den ich gerade gehe? Nur diese paar Sekunden Zeit investieren. Ist das gerade der richtige Weg, den ich gerade gehe? Möge es der Islam sein, möge es bei den Juden sein, möge es die Hindus, die Buddhisten, Atheisten oder sonstiges. Versteht euch doch diese eine kleine Frage. Wie kann man das herausfinden? Indem man doch prüfen tut und die Quellen sich anschaut und die Historik natürlich mit dem ganzen Alter, was kam zuerst und was nicht. Wenn ihr das macht und diese paar Minuten Zeit investiert, kann vieles sich verändern. Wenn ihr nur in der Bibel mal fragt, Beispiel, hat jemand den Herrn Jesus Christus prophezeit? Gab es jemanden? Und das war die Juden. Die Juden mit den Schriftrollen der Tannach, mit der Tora zusammen ist er der Tannach. Und in Jesaja zum Beispiel, ich sage jetzt um Jesaja, es gibt so viele in Mose, in Saria und so weiter. Es gibt so viele Bibelstellen in einem Testament, was den Herrn Jesus prophezeit, aber nur in Jesaja. Vor Christus und prophezeit es. Und wenn ihr Kumran-Höhle reinschreibt, seht ihr die komplette Rolle in Israel. In der Kumran-Höhle wurde es gefunden von einem Muslim, der Mohammed heißt, konnte Hebräisch nicht lesen, hat es den Israeliten gegeben und die haben einen Schatz gefunden. 800 Schriftrollen, 700 vor Christus alt. 800 verschiedene Schriftrollen. Die haben das mit der heutigen, wie in 19. Jahrhundert war das. 1946 war so. Wir haben, oder 48. Wir haben das mit der heutigen Bibel dann geprüft, ob die Bibel sich verändert hat. Keine Änderung. Mehr als über 2000 Jahre. Keine Änderung. Deswegen, meine Lieben, das sind Beweise, die vor euren Augen sind. Das sind einer der Beweise. Ich habe euch nur eine Quelle genannt. Wir haben 300.000 Manuskripte, meine Lieben. 300.000, die einstimmig sind mit der Bibel. In verschiedenen Sprachen. Älter als Christus und sogar nach Christus. Die sehen wir. Einstimmig mit der Bibel. Die Bibel ist perfekt überliefert. Die ist nicht verfälscht worden. Und die Prophezeiungen haben sich erfüllt. Ein Mensch kommt, der deine Sünden wegnimmt. Da steht in Jesaja 53. Nur einmal aufschlagen. Jesaja 53 Kapitel. Liest euch das mal ein bisschen durch. Ich glaube, 25 Verse sind das. In 3 Minuten, 5 Minuten durchgelesen. Unglaublich. Prophezeiht dem Messias. Ah, genau. Der Weg durchbohrt werden wegen unserer Missertaten. Welcher Mensch kommt denn, der für unsere Sünden sterben wird? Damit wir befreit sind. Wer? Nur der Jesus Christus. Deswegen, meine Lieben, kontrollieren, prüfen. Wer kontrolliert und prüft und sucht, wer wird auch wirklich finden. Die Menschen, die es nicht ernst meinen, die werden auch nie suchen. Die werden immer die gleichen Ausreden haben wie in ihr Leben. Und werden aber nie einen Schritt weiter gehen. Die bleiben da, wo die immer waren. Trachtet nicht nach hinten, trachtet nach vorne. Altes Leben weg. Neues Leben beginnt mit Jesus. Und so seid ihr gerettet. Durch diese Prüfung habe ich einige Monate, wenn nicht sogar Jahre, sogar hingegeben und herausgefunden, dass der Jesus Christus die Wahrheit ist. Und nichts anderes. Das empfehle ich euch auch, damit ihr die Wahrheit habt und in der Wahrheit lebt. Ja, Bruder Denny. Genau. Das kann man hierfür dazu sagen. Ja, genau. Ja, die Menschen haben keine Ausrede. Sie wissen, auch die Atheisten, sie wissen, dass es einen Gott gibt. Sie wissen, dass es einen Gott gibt. Aber sie und ihr Herz, da ist eine Blockade drin. Jeder Mensch weiß, dass es da oben einen unsichtbaren Gott gibt. Da ist irgendwas. Und guck mal, wir sehen ja, der Herr Jesus hat sich ja offenbart als Gott, weil er ja auch Gott ist. Und guck mal, die Bibel ist kostenlos. Kostenlos. Leute, das Wort Gottes ist kostenlos und ihr wollt das Wort Gottes nicht haben. Geht es euch gut? Nein, ihr kauft lieber euren Kindern Dagobeck-Dag-Hefte, Batman-Hefte, irgendeinen Müllschrott. Aber die Bibel ist das Wort Gottes. Es ist kostenlos. Das könnt ihr euch kostenlos runterladen. Überall könnt ihr die Bibel-App, Elberfelder, könnt ihr euch alles kostenlos runterladen. Aber die Menschen wollen das nicht, weil der Satan es geschafft hat, die Bibel so ins Lächerliche zu ziehen. Dass die Leute so eine Abneigung bekommen. Ist das nicht so? Geht mal raus und gibt den Leuten mal eine Bibel. Die Leute werden dann auf einmal anfangen, darüber zu spotten. Die Leute machen sich darüber lustig. Gebt dem mal so ein Dagobeck-Heft. Oh, dankeschön. Oh, das kann ich ja meinen Sohn geben. Gottes Segen, Leute. Bruder, die Leute sind bereit. Wie bitte? Ein klein gefallen. Ich habe diese Koranstelle verloren. Gib mir bitte die Koranstelle. Wo wir doch den Schenk namen. Die kenne ich ja, die Koranstelle. Gib mir die Koranstelle, wo Allah sagt, oder Hadith war das? Ich weiß nicht, alles was er beschreibt, ist wirklich so gemeint. Sure 2, Vers 31 müsste das sein, Bruder. Ich habe das zu Hause genau stehen, aber das ist Sure 2. Vielleicht kannst du gleich gucken. Ich gucke mal gleich, aber Sure 2, Vers 31. Das widerlegt das, wenn die sagen, Schienbein ist metaphorisch. Das ist die beste Widerlegung. Bruder, die sind bereit, für eine Packung Zigaretten 10 Euro zu bezahlen. Aber wenn du eine Bibel für 1 Euro verkaufen würdest, die würden dran vorbeigehen. Ja, aber warte mal. Guck mal, nein, nein. Du musst dir vorstellen, ich gebe denen sogar kostenlose Bibeln. Ja. Ich gebe denen kostenlose Bibeln. Mal sehen, was ich alles habe. Alles. Ich habe alles da kostenlos. Ich habe komplett ein... Ich habe über 100 Bibel. Johannes Evangelium. Pass auf. Johannes Evangelium. Lukas Evangelium. Bibeln. Flyer. Die Leute wollen das nicht haben. Aber die Leute wollen eher so Schaumparty-Flyer haben. Ey, hast du... So was tragen die Leute. Das ist traurig. Das ist sehr, sehr traurig. Das ist sehr traurig. Ich habe mich auch angeboten, kostenlos Bibel zu verschicken und es hat sich nur ein einziger bei mir gemeldet, der eine Bibel haben wollte. In meinem Video habe ich auch so einen Link. In dem Link können die kopieren. Na, es ging schotten? Dann kopieren. Und dann in Google eingeben. Kostlose Bibel. Alter Testament, neuer Testament Mensch. Schlachter 2000. Können die in ganz Ruhe lesen. Kostlos werden die es bekommen. Das ist ein... Oder Pablos. Oder Pablos. Die würden für Superman-Hefte 300 Kilometer weit fahren. Und leider... Die würden für Superman-Hefte so 300 Kilometer mit Sprint. Hauptsache, das ist gute Qualität. Dafür würden die kommen. Minimus-Hefte. Ja, ja, dafür würden die kommen. Kein Witz. Die würden es abholen. Die würden hunderte von Kilometer weit fahren, kostenlos, um diese Hefte abzuholen. Oder nach nicht. Für die ein oder andere Yu-Gi-Oh-Karte weite Wege machen uns das ganze Geld ausgeben, statt einmal nur eine Bibelkurs muss annehmen zu wollen. Ich bin auf der Arbeit. Und wenn ich zum Beispiel... zum Beispiel sage, Ja, ich habe noch hier eine Bibel. Wie? Ja, ich habe noch eine Bibel hier. Möchten Sie die kostenlos mitnehmen? Nee. Will ich nicht. Alles gut, aber so. Und dann guckt die so. Und dann sehe ich da so ein Buch, wo draufsteht, wie die Frauen in der heutigen Zeit sind. So einfach so Müllbücher. So einfach Müll. Und du kriegst es umsonst. Nimm mit. Du kriegst die Bibel umsonst. Die laufen da vorweg. Heftig, ne? Ja, ich habe auch meinen Menschen gefragt. Willst du eine Bibel? Und dann guckt er mich so an, ne? Als hätte ich ihn, keine Ahnung, als hätte ich ihn beleidigt oder so. Das ist so Wahnsinn, ne? Diese Menschen sind blind. Die Menschen sind blind. Vielleicht hat der Gin in ihm sich beleidigt gefühlt. Er hatte Angst, dass er den Körper dann verlassen muss, wenn er zu Jesus findet. Wer weiß, man. Bruder, die bezahlen für Comic-Hefte 13, 14 Millionen Dollar, ne? Bei einer Auktion auf USA. Erstauflage 1979 irgendwas. Dafür sind die bereit, Millionen zu zahlen. Die Menschen, die sind geisteskrank. Die sind verloren, Bruder. Du kannst dir nicht mehr helfen. Glaub mir das. Wenn Menschen irgendwo verhungern und ich mir für 13 Millionen Dollar ein Comic-Heft kaufe, verloren. Ja, das ist richtig logisch. Oh ja, es ist ja so. Geht mal auf den Flohmarkt. Komm mal, ohne Witz. Geht mal auf den Flohmarkt und guckt euch mal an, wie die Leute so handeln mit so Kinderbüchern. Und jetzt wisst ihr mal, ihr geht auf den Flohmarkt und verteilt da kostenlose Bibeln, die würden das nicht mitnehmen. Kostenlos. Nehmt das mit. Wir würden sagen, nein. Ach, Bruder Pablos, kostenlos. Häftig, ey. Das würdest du dir mal geben. Das ist einfach nur traurig. Die Leute wollen so gucken, wo kriege ich jetzt so Überraschungseierfiguren her. Wo kriege ich den Joystick her. Wo kann ich noch so ein Playstation 1 Spiel kaufen. Umfassbar geistlich tot. Tot. Ja, das ist ein Wort. Wirklich geistlich tot. Also man kann schon von Zombies quasi sprechen. Das sind solche Menschen. Laufende Zombies. Das ist aber traurig. Also das tut schon die Herd, also das hat schon weh, weil eine Sekunde vorstellen, meine Lieben, eine Sekunde vorstellen. Eine Sekunde in der Hölle sein. Er ist doch nicht mehr, das ist auch nicht mehr vertragend. die können stundenlang am PC spielen. Stundenlang, einfach stundenlang können die am PC spielen. Stundenlang haben sie den Gameboy in der Hand. Sowieso, der ist schon so, der ist schon befestigt, der Gameboy bei denen. Und wenn du den Kindern den Gameboy wegnimmst, die halten den fest, der ist eingewachsen bei denen. Oder zum Beispiel, wenn du so Leute siehst, die sind nur am Eco-Shooter spielen. Und dann achte mal drauf, wie dieser geistliche Zustand eigentlich am Werken ist. die Leute fangen an zu fluchen, beleiden, werden akzeptiert, hau mit der Faust gegen den Läppern rein. Das sieht man noch nicht. Dämonische, das sind dämonische Antechte, also das sind auf jeden Fall dämonische Angriffe, auch wie die, die heizen ja auch einen auf. Guck dir das mal an, wenn die Ausraster bekommen, die nimmt den Läppern und knallen den gegen die Wand. Das macht kein Normaler Mensch. Danke, danke. Oder unter die Sitzen völlig emotionslos wie Zombies, vor diesem Computer und spielen und haben gar keine Reaktion, gar keine Mimik, als ob die völlig tot sind. Oder das ist ja der Zustand, die Hölle, das heißt ja, dass ein Ort, der völlig von Gott verlassen ist. Und das sind Körper, die komplett von Gott verlassen sind. Das siehst du in ihren Augen, die sind leer. Du siehst kein Leben. Das ist so heftig. Aber die Hölle, meine Lieben, reicht das nicht als Warnung und im Paradies, als Motivation? Das zu tun, was den Herr gilt. Das ist dem Zustand egal. Kommt, der Mensch ist so, das will er gar nicht hören. Das will der Mensch nicht hören. Das ist so für ihn so Gift. Das Wort Gottes ist Gift. Aber auch zum Beispiel einer, warte, wenn GTA 6 rauskommt, ich sagte, die halbe Welt redet darüber. Die ganzen Jugendlichen reden über die Welt. Wenn nur über GTA geredet, oh, GTA, 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 GTA. Daran merkst du einfach, dass der Mensch in einem geistigen Zustand tot ist. Und ich will euch was erklären. Diese ganzen Zombie-Filme ist ein Bild auf uns. Der Satan zeigt uns diese Filme und sagt, das seid ihr. Ich möchte euch was sagen. Warte ganz kurz. Diese Zombie-Filme. Guck mal, ein Zombie ist ein lebender Mensch, der in der Welt ist. Das ist das Gleichnis. Und die Menschen, die nicht Zombies sind, das sind die Auserwählten. Das sind die Kinder Gottes. Und die sind dann immer auch in kleinen Gruppen. Achtet mal drauf. Wenn ihr jetzt die Zombie-Filme seht, die überlebt haben, das sind immer so kleine Gruppen. Immer so kleine Gruppen, die sich treffen. Und so sind auch Christen. Wir sind ja nicht in der Überzeit. Wir sind immer in kleinen Gruppen. Richtig? Richtig. Und diese Zombie-Filme, wenn ihr die Zombie-Filme guckt, achtet mal drauf auf die Symbolik. Armageddon, Entrückung, Kehrt um, Apokalypse, Zorn Gottes, Wiederkunft des Herrn Jesus. Das steht einfach in den Wänden. Das müsst ihr euch mal geben. Die gehen einfach, Pablo, wenn du die Zombie-Filme guckst, die gehen einfach an einer Wand vorbei und da steht auf einmal der Messias, Antichrist oder zum Beispiel was auch. Ein Volk hängt da. Auf einmal machen die so Scherze, wo du dann auf einmal raushörst, ja, ich bin der Messias. So auf einmal, aus dem Mix kommt auf einmal so eine Film-Szene. Genau, genau. Einer schreibt, Mr. X, habt ihr keine Arbeit? Ich bin von der Arbeit gerade gekommen und jetzt predige ich das Wort. Die Leute, die mich alle melden, ich sagte, das ist unfassbar krank. In der letzten Zeit, Pablo, hatte ich einen Hype gehabt. Das ist unfassbar. Ich hatte fast bei jedem Stream immer fast 900 bis 1000 Zuschauer. Jedes Mal wird mein Stream gemeldet. Jedes Mal meldet ihr mein Stream. Und ich habe auch gesagt, ich komme wieder in. Ich habe auch, ob ihr meinen Stream meldet. Die ganze Zeit wird mein Stream doppelt gemeldet. Dreifach, dreifach gemeldet. Er hatte Doppelmeldungen gehabt, ja. Dreifach gemeldet. Einfach. Dreifach gemeldet. Unfassbar, unfassbar. Wie der Herr Jesus mir eine Tür geöffnet hat. In der kürzesten Zeit. Unfassbar. Fast 1400 Zuschauer gestern gehabt. Heute wieder 700, 900 Zuschauer gehabt. Und das werde ich, ich werde jedes Mal live kommen, Muslime. Ihr werdet mich nicht mehr los. Oder das schafft keiner, der über Religion Streams macht. Höchstens Amir, aber ich glaube, Amir auch nicht. Das schafft keiner. Doch, doch. Doch, doch. Amir schafft das schon. Ja, wenn er mal zu Hause ist mit Hauptaccount, kommt er über 1000. Ja, aber guck mal, ich habe nicht mal Hauptaccount. Guck mal, meine Abonnentenzahler. Das ist einfach, wenn du betest und wenn du einfach auf den Herrn vertraust. Ich vertraue auf den Herrn. Ich bete zum Herrn. Ich sage, hey, öffne mir du eine Tür. Und er öffnet eine Tür. Wer bittet den Wert gegeben? Einfach, ganz einfach. Wer vom ganzen Herzen bittet, wenn du vom ganzen Herzen zu den Allmäcken, Gott bittest und sagt, veröffne mir eine Tür nach deinem Wohlgefallen, er wird dir eine Tür öffnen. Oder ich weiß, wie das ist. Ich bin ja durch so ein Zeugnis zum Herrn gekommen. Ich habe ihn drum gebeten. Ich kannte Jesus nicht. Ich habe Jesus um etwas gebetet, was mir kein Mensch auf dieser Erde hätte erfüllen können. Kein einziger Mensch. Ich habe gebetet und mein Wunsch wurde an Ostern erfüllt. Genau, am Tag der Auferstehung. Und die Leute sagen zu mir, das ist ein Wunder. Ich habe gesagt, warum ist das ein Wunder? Das und er heute ist Ostern, Tag der Auferstehung. Ich sage, Tag der Auferstehung? Ja, so rum. Das geht. Ja, ich glaube das. Wenn jemand sagt, er hat aufrichtig gebetet und es passiert was, also ich habe es erlebt, ich weiß es. Ich habe jetzt Jesus nicht gesehen, wie irgendwelche Leute behaupten, die haben ihn das gesehen. ich habe, mein Wunsch wurde erfüllt. Nein, du hast das Wort Gottes gehört. Aber ich sage, ich bin meine Geist nicht in Berührung. Ich finde, ganz ehrlich, ich finde, aber Amir ist für mich, der wirklich, also für mich ist Amir der heftigste islamische Apologin in ganz Deutschland. Für mich, also guck mal, man muss auch echt zugeben, der Herr hat ihn echt gesegnet, der hätte eine gewaltige Tür geöffnet. eine ultraheftige Tür hatte. Also man sieht, dass er auf seinen YouTube-Kanal, viele haben auf ihn reagiert, viele Bekannte und ich hoffe, dass er noch mehr Reichweite bekommt. Der Amir müsste eigentlich eine Million Zuschauer bekommen, damit noch mehr Muskele den Schlam verlassen, damit noch mehr rauskommt und auch den Herrn Jesus nachfolgen. Gott segne. Amir, Amir, Amir. Ja, Gott segne, Amir. Der Amir, unser Löwe unter Bär, der Hübsche, der kommt einfach lang, einfach live mit einem süßes Lächeln. Und der lächelt einfach so schön und denkt sich jetzt, wie zerstelle ich den Isam jetzt heute? Ja, der Wolf im Schafspelz. Der zerstellt einfach den Isam. Ich weiß nicht, ich weiß nicht, wo Jesus Amir rausgekramt hat, aber er hat das wirklich nicht. Amir, der ist hier. Amir, der ist hier. Amir, der ist einfach live, unser Löwe, unser Bär. Der kommt mit einem Lächeln und denkt sich so, wie mache ich den Schienbein jetzt kaputt? Aber man muss auch zugeben, ich sage auch ernst, die Arbeit von Amir, von Reza zum Beispiel, wenn es wirklich um die Finsternis geht, das ist eine Top-Arbeit, das ist, ja, das ist eine heftige Arbeit zum Beispiel, wenn man dann sieht, auf einmal die Machenschaften und auf einmal sieht man ja wirklich, das ist so heftig, wie der Satan auch am Werken ist mit diesen ganzen Stars. Das habe ich ja früher auch nicht gesehen. Das sieht man nicht. Aber dann auf einmal erkennt man das auf einmal. Damit hier jemanden braucht. Kennt ihr diesen Film Narnia? Ja. Wo der Aslan, der ist da praktisch Jesus und er opfert sich für Adams Kinder und die sagen, Aslan, warum musst du dich opfern? Er sagt, es muss so geschehen. Ihr seid so witzig, so Witzfiguren, also Israel gehört den Juden, hast du keine Ahnung, wo man eigentlich nichts redet. Ich bitte erstmal den Friedensgroß in Islam wünschen. Nee, ich sei der keine Muslimin, wo man den Koran gelesen hat. aber warte, ich gebe dir den Friedensgroß, der Herr segne dich. Aber ich möchte auch den Friedensgroß in Islam bekommen, bitte. Nee, ich sag, hallo, schönen Tag. Er wird dir wünschen die andere Hand geben. Wenn du keine Ahnung von der Geschichte hast, sag, dass Israel gehört den Juden. Leif, hast du den Koran zu Hause? Natürlich. Kannst du mal bitte Koran Sure 5 aufschlagen, Vers 20 bis 8? Wir haben jetzt doch hier drin. Nächste. Wenn du mit dem Amir kannst du auch hochkommen, Amir. Nein, aber ihr habt... Hä, ihr seid so witzig, ich sag... Israel gehört den Juden. Kannst du mal bitte im Koran aufschlagen? Wir wollen zusammen lesen, wenn das Land wird. Weil da steht in deinem Koran. Wo? Wer sagt das? Wer sagt das? Das ist mal den Juden gehört. Bring mal bitte deinen Koran, mach mal auf. Ich hab den Koran und öffne mal Sure 5, Vers 20. Ich hab den Koran grad nicht, bin nicht zu Hause. Hast du einen Koran? Wenn der hat den Koran weiß, ich hab den Kopf. Von dem Juden zu haben, Abgehauen ist in unserem Land, der angenommen hat. Ja, stimmt. Der Allah, gewährte Juden, die Juden gehört. Sure 5, Vers 20 bis 22 und Sure 17, Vers 101 bis 103. Du denkst, ich hab den Ex-Musstern, was suchst du noch hier? Was schreibst du noch hier? Hast du einen Gekifft oder was? Wie redest du mal? Hör mal auf zu kippen. Hör mal auf, so viel Shisha-Tabak reinzuballern. Was soll das? Was soll das? Das könnte das nicht normal sein. Hast du einen geraucht oder was? Sei ehrlich, du hast einen geraucht. Habt ihr gesehen, ihr Lieben? Man merkt, das hat voll gekippt. Von mir aus soll die ganze Welt für Israel stehen. Wir werden siegen. Das ist Punkt. Das ist die Basis. Ihr werdet liegen über Allah's Schienbein. Da kommt ihr mit Macht 3 und dann könnt ihr Allah's Schienbein rasieren. Mit Macht 3. Herr Kreb macht ihr Sicht. Leif, aber die Taktik, die Rieses, du bist ein Godbelady oder spinnst du? Du bist ein Schienbein, du bist ein Schienbein, du bist ein Schienbein. Leif, der Sieg kann nur tot errungen werden. Von hier wird das nicht. Adlas, Adlas, Sexybein. Adlas, Sexybein. Adlas, Sexybein. Das ist mein Neues. Ihr müsst sehen, weil er innerlich in deinem Herzen bis andere sehen über das Bein. Ihr wisst es, aber egal. Sexybein. Bringt das aus Musik die Fälle raus. Bringt das raus. Sie muss nie hören. Ihr Witzfiguren. Nein, aber jetzt mal Spaß beiseite. Der Allah, der Gott des Islams, der ja nicht unser Gott ist, selbst er gewährt den Juden ihr Land. Surah 5, Vers 20 bis 22, merkt euch das. Und Surah 17, Vers 101 bis 123. Hast du davor geguckt, was vor dieser Suche steht? Kommt, ihr reicht das auch. Was vor dieser Suche steht. Du bist doch der Nussle. Ich hab den Koran ganz in der Hand, hä? Ja, ich weiß. Der Joni ist lieber in seiner Hand. Ich traue man, das traue man. Joni, der den Koran hat. Joni ist in seiner Hand, deswegen Surah. Der Koran gibt's nicht. Der gibt's nur Joni. Ach, mit Allah, ich richte ihn. nur Ganggeräte, du sollst aufhören zu kiffen. Hör auf damit. Wer redet nicht, du Exbus? Du hast mich gesagt, du gehst, du gehst, du gehst, du gehst, du gehst, du gehst. Ich will was zu machen, was wir zu machen, wird auch immer gehören kann die welt dagegen sein kann die welt israel das weiß was die palästinenser sind gar kein volk ist so ein mischmarsch aus aus den arabischen stämmen das ist so immer so ihre kanadien das ist ein mischling folge das gleichnis haben wir gegen david gegen goliath und goliath repräsentiert ja oder die sind ja die felister die palästinenser einfach so vernichten lässt nein du siehst ja dass gott mit seinem volk kämpft wenn es schön sehen am ende des tages wie ich sehen wie du wieder lachst und sich gemacht da komme ich gerade von essen und dann auf einmal muss mir sowas reinziehen kann doch nicht wahr sein das problem ist ja ich dieses verdauen mit dir das tut mir gerade nicht gut aber ich schwöre ihr seid witzig ich merke das nicht ihr seid witzig ich seid so witzig in palästina leben juden christen muslime das ist ja normal aber in deutschland leben auch an habe ich heiße aber nicht nur weiter jude leben das auf einmal die israel das wie erklärst du dass die palästinenser selber keinen bock mehr haben auf diese hamas regierung und abhauen nach israel damit sie dort in ruhe leben können das ist ja ungehelleck die hat die nagellack meinst du von diese docker sind und lach 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 mit dir lach du witzfigur sorgf das nicht spaß ich habe nur frei nicht kontrolliert doch ja kann doch sein dass die juden da gelebt haben ja bei ist das israel gehört das ist ihr land die bieten auch sie beten nicht so lange so damals haben die muslimen richtung an axa gebetet wo unsere moschee heutzutage immer noch aufgebaut nicht mal seine gebetsrichtung kannte nicht gebeten das leben schon richtung mekka damals hat man richtung an axa gebetet die juden für sich gewinnen wollte und hat er gesagt guck mal der moment weiß noch nicht mal seine gebetsrichtung wir haben seine religion erklärt und hat der mohammed sofort hass auf die juden gehabt und hat sofort die kibler geändert und das richtung mekka das ganze im tafsir von ad tabari nachlesen du red mich bitte bitte du ex muslimus du darfst nicht so viel shisha tabak rauchen das kommt dein gehirn nicht gut verstehst du nebel wenn ich will rauch ich was ich will was willst du machen wenn ich weiß ich kenne euch ja wenn du mich nicht kennst dann reden ich dann die jungen sind witzig du gehörst auch dazu was weiß was hast du gerade gesagt du hast gerade beleidigt aber vom allerfeinsten ne nö doch du hast gerade richtig richtig beleidigt ne doch doch du hast beleidigt ich habe da was gehört ne was habe ich gesagt ne du weißt was was du gesagt hast du warst dann das ist automatisch du hast das sehr nicht stimmt nicht doch 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 ich hab's auch gesagt was habe ich eben nicht die kommentaren steht wenn ich denkst du wir sind auch hier oder nicht den juden israel gibt es nicht es gibt es nur palästina der verfassungsschutz zahlt mir 5 euro 23 die stunde aber ich krieg noch spesen also ich darf dann ab und zu burger king essen gehen und so tankgeld krieg ich auch 5 euro 23 plus spesen dass ich jetzt logie betreibe wir sind die kings in hetzologie da sind wir mein bruder und ich sind die kings in hetzologie aufbärmung ja das ist das wenn die muslim nicht wahrhaben wollen dass selbst ihr eigener gott sagt dieses land gehört den juden ich habe ihnen das gegeben sie haben ihre eigene religion sie wollen es nicht hören sie wollen nicht alle in dem fall sie wollen sagen nein alle das das was du gesagt das stimmt so nicht wir müssen nicht korrigieren und erklären auch die tafside müssen wir alle korrigieren und erklären weil wir eure schichter tik tok brainwash muslime mehr drauf haben als die tafside von ibn abbas an kurte wie an tamari al jalalain und ibn kathir krank wir haben durch diesen johnny eine andere tür geöffnet deswegen die mehr weisheit bekommen niemals vergessen das lied singen johli 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 miss den johli vor ein paar tagen hat ein saudi arabischer politiker ein interview gehalten und hat in der mitte gesagt das sagen wir den juden so sieht das aus wenn selbst ein ehrlicher muslim ein saudi araber zugibt und sagt ja ihr palästinenser das ist nicht euer land das gehört den juden und das sind unsere cousins das sind die nachfahren von isaac und wir von ismail das sind unsere cousins heftig ne ja aber die wir sagen es wieder nicht euer land ist einfach so siedler ja nichts mit dem land zu tun das ist das rechtmäßige land der israeliten der juden heftig ne ja aber wenn es im koran steht was gibt es dann noch für diskussionen da steht selbst im koran was für eine ausrede haben die denn dafür ist es auch eine falsche übersetzung ja die möchten nicht die hassen alle in dem moment sagen nein so nicht wir die euro shisha tik tok brainwash muslime haben mehr zu sagen als du so ist es ja es ist nichts anderes ich bin eine stolze muslimin wenn du eine stolze muslimin bist dann bist du stolz auf surre 4 fast 34 wie der muslimische ehemann nur wenn er befürchtet dass du allah nicht gehorchst oder ihn nicht dafür nicht schlagen wie kann das sein dass sie ihr gesicht zeigt der muhammad hat gesagt eine frau die ihr gesicht zeigt ist so als würde sie ihre vulva zeigen heftig ne oder eine ihre gesichtsbehaarung entfernt verflucht aber das hat uns sei al-bukhari aber die stolze muslima aber sie stolze muslima deswegen trägt sie ein bad so sieht es aus nur wenn ich eine frau mit schnuppert dann weiß ich die stolze muslima so eine heuchlerei jeden tag ich hatte heute mein live auch nur katastrophen das macht keinen spaß mehr was soll ich denn sagen wenn ich auf einmal mit haupt bleibt ja haben wir beide gehen zur sache heute war denkt nach kennt ihr denkt nach was er mit 65 vers 4 hält der philosophiert mir 20 jahre das ist das viele muslime schämen sich aufgrund der religion ich habe nur gepackt wie sie aber ein eigener alter geben die anleitung du siehst ja zum beispiel wo ich bei dir war pavlos als auf einmal das zähl abgehauen ist weil es dann hat man sich für das vier der sagt dass alle muslime alle männlichen muslime sich kleinkinder zu heiraten nehmen können das ist unfassbar und fast bei ehrlich dass er direkt weggegangen direkt erst mal gelogen und dann der hat gesehen ein schick ist jetzt gekommen und dann direkt weggegangen ich war vor allem ich war vor einem tag bei ein paar tagen auch bei so einem deutschen streamer der hat auch so drei vierhundert zuschauer und ich habe den suche 65 vers 4 erklärt und da kam haben die hoch wie so ein djinn der hat gesagt das ist eine übersetzung von den amerikanern es ist krank siehst du ist ein idiot denn ich weiß was der da sagt das ist übersetzung von amerikanern sondern dort kommt ist von juden sie ist die sind am ende sie sind am ende sie hassen ihre religion gegen ihre eigene religion das ist das gott sei dank hat die deutschen den dann gekickt weil er sich nicht benommen hat und mir eingeredet hat die haben hier ruhig die haben mich gelassen ich konnte das alles in ruhe erklären mit eicher mit so 65 vers 4 mit darf sie damit alle aber dass die sich amit die müssen sich selber also ich muss mich ich lese die bibel irgendwas gefällt mir nicht ich selber muss mich anlegen sagen nein da stimmt was nicht falsch was damit ich in der religion bleibt aber wo ist der sinn ist doch einfach das traurig das mit verbinden also das einfach blindheit höchster form ja also welche gruppierung im islam akzeptiert alles im islam es gibt nur eine die selbe ist dieses genau der ist es muss nie mal sagen der ist hat nichts mit dem islam zu tun obwohl nur der ist was in den islam der besser ist jeder andere von dem alivia fan gottes segen was liegt auf den herzen wer ist das aliva fan der so kommen lieber ist und so eine musik so so eine frau die singt gerne und die ist halt entfernen davon die redet über die exe außen in europäer trennen wird er voll gepusht hast du gesehen denn hier diese ei lieber die macht auch diese one-eye gesten die alte wieso wieso machst du das wer macht ein auge geste haben ja diese ei lieber durchgestattet wird von 1 live gepusht überall jesus ist moslem das ist das kann niemals moslem gewesen sein weil er niemals befohlen hat mutter er einzugehen also kannst du davon ausgehen dass er niemals das geht wieder nicht mit dem koran hat kein kind geheiratet der hat weder dörfer angegriffen er hat die zunge nicht in mündern von kleinen kindern gesteckt hat auch nicht den b er hat auch nicht den b er ist von einem kleinen kind geküsst also er hat sich auch nicht den bauch von einem manchen lassen ist jesus früher gott gewesen oder ist geboren und geboren er ist von in ewig seiten gott gewesen offenbarung 17 bis 18 dann hat er die ganze kinder davon diese kanaiter und er hat die ganzen befehle hat er gegeben ja genau die ganzen befehle hatte gegeben diese völker die im namen ihres teufels ihre eigenen kinder ermordet haben hat der befehl gegeben sie alle auszulöschen da hast du recht das ist ein gerechter gott also was gefällt dir denn was gefällt dir denn zum beispiel an der surah 18 vers 74 als dein gott erlaubt hat einen unschuldigen jungen zu ermorden kannst du uns das mal erklären kannst du uns das mal erklären warum allah erlaubt einen unschuldigen jungen der noch nie etwas getan hat zu ermorden warum deine gott braucht warum deine gott braucht warum ist das die jungen die gott braucht diese kananite in gott und dann magorje jesus als opfer jesus keine muslims Ich spreche so, dass du mir verstehst. Jesus, Jesus, niemals fassen Kinder an. Jesus sagt in Matthäus 18, wenn du fassst Kinder an, du fährst zur Hölle. Mohammed heiratet 6-Jährige und schlafen mit 9-Jährigen und Eichel spielen mit Puppen. Und diese Eichel ist in der Schaukel am Spielen und sie macht viel, viel Schaukel mit Freundinnen und spielen mit Barbie-Puppen. Was ist das für ein Mensch, was ist das für ein Mann, diese Mohammed, der heiratet 6-Jährige und dann auf einmal schlafen mit 9 Jahren. Und die Gelehrten sagen, sie war 16 Jahre alt, als sie Menstruation bekommen hat. Was ist das für ein Vorbild? Ja, meine Kleine, erzähl mir, erzähle bitte diesen Leuten. Geht, erzählen diese Leute, warum machen kleine Kinder aussehen, diese Mohammed? Warum? Warum? Sagt Jesus, derjenige, der verlässt dem Gottesgesetz, diese eigenen Kinder essen. Eigene Kinder essen. Ich habe doch heute vorgelesen, dass es in deiner Religion erlaubt ist. Das steht im Bibel. Das steht im Bibel. Warte, ich muss jetzt wieder switchen, damit du mich verstehst. Ich habe heute gelesen, in deinen Schriften, das steht, wenn jemand rausgeht aus Islam, du kannst aus Barbecue machen aus ihm, kein Problem. Du kannst riesen Kochtel nehmen, ein bisschen Nackentherapie machen und dann schon fette Fleisch klopfen machen. Das zeigt, dass du gar keine Ahnung hast von deiner Bibel. Du kannst keine Ahnung haben, du keine Ahnung. Du bist ein Luger. Du bist ein Luger. Du bist ein Luger. Du bist ein Luger. Du darfst lügen. Du darfst viel lügen. Surah Al-Imran, Aja 28. Du darfst viel lügen, lügen. Immer viel lügen. Mohammed hat gesagt, in drei Fällen du darfst lügen. In Krieg, für deine Frau und in anderen, viele, viele Sachen. Immer. Krieg ist Täuschung. Immer. Ich muss nie mehr nur lügen. Nur lügen. Warum redest du ununterbrochen? Warum redest du ununterbrochen? Weil ich muss reden. Weil du redest die ganze Zeit und du hörst mir nicht zu. Und deswegen muss ich reden, damit du zuhörst. Du hast keine Argumente. Ich habe viele Argumente. Wie kannst du einem Mann folgen? Wie kannst du einem Mann folgen, der fast ein sechsjähriges Kind hat? Wie machst du das? Du hast eine Behauptung aufgesetzt, dass einer, wenn Islam verlässt, der wird getötet. In der Bibel steht, wenn einer das nur dazu führt. Nein, nein, meine, hallo, hallo, meine Hübschen, meine Hübschen. Ich habe nicht gesagt, nur verlassen und töten. Nein, nein, nein. Du kannst auch schön Barbecue machen aus diesen Menschen. Du kannst schön auf diese Abtrünnung, auf diese Murtaat, du kannst schön leckere Barbecue machen, schöne McDrive, McDrive. Du kannst labern, wie du willst, aber du weißt, dass du keine Ahnung von der Bibel hättest, hättest du diese Behauptung überhaupt nicht erwähnt. Das kannst du jemanden, der keine Ahnung von der Bibel hat. Aber ich weiß, was in der Bibel steht. In der Bibel steht, wenn einer dich befindet, und du hast doch gar keine Ahnung von der Bibel. Da willst du nicht sagen, Jesus ist ein Muslim. Er sagt, siehst du da für einen Quatsch. Sei mal ruhig und ehrlich, du hast die Bibel noch nie in deinem ganzen Leben in Hand gehabt. Du kannst nicht so einen Müll fabriksieren. Dann lass uns debattieren über Jesus, über die Bibel, egal, alte Testamente. Ja, dann lass uns lieber debattieren, warum Suche 65, Vers 4 Kinder erlaubt ist. Lass uns darüber debattieren. Und was jetzt? Ist das schlimmer, wie Kinder zerspättern oder Kinder kochen? Ist das schlimmer? Sehst du, wie abartig diese Religion ist? Sehst du das? Was eine ekelhafte Religion das ist? Das ist viel schlimmer. Aber Säugling jetzt zu zerspättern ist viel schlimmer. Wahnsinn. Er hat doch selber gesagt, ja, und jetzt ist erlaubt. Und jetzt habt ihr ein Riesenproblem in ganzen christlichen Ländern mit Kinderehen. Sehst du? Bis 17. Jahrhundert habt ihr hier Kinder geheiratet. Das ist das Problem. Wahnsinn. Wo steht das, Mekindey? Es ist Ure 65, Vers 4. Da müssen wir ein Tafsier noch dabei noch lesen. Von Ibn Abbas, Aljelalani, Ibn Katia, Kutubi. Da könnt ihr die alle lesen. Hallo, jetzt ist das Muskel. Hallo, ich bin wieder da. Hallo, hallo, hallo. In eure Kirchen. Hey, Brate, 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 ich bin da, ich bin da, keine Sorge. Warum du Maken, warum du folgst einem Mann, warum du folgst einem Mann, weil du fassst ein kleines Kind an. Guck mal. Warum, du antworte mir jetzt, warum du folgst einem Mann und sagst, das beste Mann wählt, Brate, 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 hallo, Brate. Ich muss reden mit dir. Hallo, Brate, bitte hören zu. Hallo, Brate. Heute Morgen habe ich eine Sorge. Hey, hey, Deutsch, vamos, Deutsch, vamos, hey. Hallo, deine Priester, deine Priester. Guck mal, hör mal, hör mal. Warum du folgst einem Mann, fassst ein sechsjähriges Kind an und dann schlafen mit neun Jahren und diese Kind mit Kuppen spielen. Warum, du Maken so, warum, du bist so ein ekelhafter Mensch, wenn folgst diesem Mann, hast du pädophile Neigungen oder was ist los? Ich denke, dass du das hast. Nein, meine Brote, Jesus Christus sagt, dass jeder die Kinder anfassen, fahren zur Hölle. Verstehst du? Das ist deine Neigung. Nein, meine Neigung nicht. Ich lese, deine, deine Prophet, deine Prophet, beste Mensch der Welt, beste Mensch, fassst ein Kind an, ist das beste Mensch. Aber besser wie deine Gott, Kinder zu zerschmettern. Aber besser wie meine Gott. Ah, meine Gott, nichts anfassen Kinder, ist besser als meine Gott. Aber zerschmettern. Deine Prophet. Aber zerschmettern und umbringen. Warte, Tito, hör mal zu, Tito. Hör doch zu, Tito. Tito, das ist jemand, der nicht zuhören möchte. Das ist jemand, der nicht zuhören möchte. Was ist schlimmer? Eine Säuglinge zu zerschmettern? Mal erzähl doch, Herr Quatsch, Tito. Hör mal zu, hat Allah die Sinnflut geschickt? Antwort. Hat Allah mit Eich nur die Sinnflut geschickt, ja oder nein? Ist das schlimm, ein Kind umzubringen? Hat Allah die Sinnflut geschickt? Antwortet doch jetzt. Antwortet, oder hast du Angst für die Antwort? Antwortet, jetzt hat Allah die Sinnflut geschickt. Absolut. Er antwortet gar nicht. Was? Was hast du gesagt, hat der? Es ist schlimm, ein Kind umzubringen oder mehrere Kinder. Hallo, hat Allah die Sinnflut geschickt, ja oder nein? Antwortet doch. Sinnflut ist von Gott, ja. Ja, also, dein Allah tüte Babys, alte Menschen und Babys. Und meine Gott, hat viele Personen für Menschen, dass sie andere Kinder umbringen. Aber eure Gott, die Kinder zu zerschmettern, das ist euer Gott. Der Kinder umbringen. Okay, Pavlos, Pavlos, schlag mal bitte die Sura 18, Vers 74 auf, Tafsir Al-Jalaim. Guck mal, was der Khedir mit diesem kleinen Jungen gemacht hat. Zerschmettern, du willst aber zerschmettern reden, kein Problem. Ja, das ist eure Bibel. Ja, das ist Sura Al-Karv, Sura 18. Das ist auch, Brate. Mö, Brate, lass mich dir beibringen ein bisschen. Und dann, Sura, deine Bibel. In Sura 18, Sura Al-Karv. In Sura Al-Karv. Bitte, du hören, bitte, du hören. Nicht ein kleines Kind sein. Bitte, Brate, du hör mir eine Minute zu. Gib mir eine Minute, okay? Du bist einfach zu dumm. Nein, nein, okay, ich bin dumm, aber du gib mir eine Minute, ich rede. Eine, eine, bitte, 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 eine Minute. Nein, Brate, bitte, bitte, eine Minute. Überhaupt nicht mit jemandem. Eine Minute und ich gebe dir viele, viele Beweise. Brate, bitte. Die Bibel ist null. Brate, bitte, bitte, gebe mir eine Minute, bitte. Was in deiner Bibel steht. Bitte, guck mal, nur, du willst reden, du willst reden. Eine Minute du, eine Minute du, eine Minute ich, Brate, okay? Tausende Kinder. Verstehst du, Brate, eine Minute, Dr. Scheer Abu Amir, und dann du eine Minute. Guck mal, hier hat er 36.000 Kinder umgebracht. Was das steht? Sei mal ruhig, komm, Bruder Amir sagt, Sura 18, Sura 74, Sura 74. Das steht in deiner Bibel. Das steht auch im Koran, Sura 24, du kannst verheiratete Frauen vergewaltigen. Das steht in deiner Bibel. Ja? Jetzt kannst du stolz sein auf deiner Bibel. Jetzt kannst du stolz sein auf Sura 24, viel, 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 viel Frauen vergewaltigen in den Augen von Männern. Dein Gott im Bibel, Frau 32, du kannst mieten eine Frau, mein Lieber. Du kannst mieten, mieten, du kannst mieten eine Frau, mein Lieber. Viel, viel mieten. Wie Wagen, wie Auto. Du kannst einfach mieten, 90 Minuten. Du kannst viel, viel kaufen, Frau, und dann kannst du viel, viel hier Probe fahren. Kein Probe. Willst du noch, reicht das Essen oder soll noch einer hoch? Ja, er macht Kopfschmerzen. Aber wenn er muss, ein vernünftiger, der ruhig zuhören kann. Ja, das würde ich auch sagen. Weil bei ihm das, der... Du siehst ja, ich rede auch nicht mehr mit diesem Jesus, Jesus ist Moslem. Du wirst deine Interpretation machen. Dann lese ich dir aus dem... So, jetzt aus dem... Wiedersehen. Wiedersehen und ich wünsche dir einen schönen Tag, Gottes Segen auch. So, jetzt ist der Babo von Amir da. Amir, du bleibst hier und du gehst nicht weg. Ich bin dein Babo, hast du das verstanden? Hast du geredet wie ein kleines Kind? Schäm dich. Schäm dich, du hast einen Benehmen bei jemandem, der ein... Jetzt müsst du mir deine Bibel erklären, okay? Vierte Moses, 10, 35, steht. Das ist ja Internetverfahren, oder was? Jetzt bleibst du hier. Du bleibst hier und wir erklären jetzt. Der Nächste, der einfach drauf losredet, warte doch mal auf Sura 65, Vers 4. Zweite Könige, Kapitel 6, 28 bis 29 steht, dass bei euch im Bibel eine Frau hat ihre Kinder gefressen und dann hat sie gesagt, jetzt müsst ihr eure Kinder ausfressen. Was bleibt die Bibel da? Senat, du Pädophilie, Senat, war auch Pädophile zu verteidigen. Bitte, bitte, Senat. Was, 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 komm, erklär mir jetzt mal diesen Vers. Ich kann mich über euch auch lustig machen. Wie könnte, obwohl im Bibel eine Frauerei verboten ist, wie kann sich dein Gott mit einer Frau sich prüben lassen von mir? Wenn du, dass ich mit euch zu reden oder will der vernünftig reden? Dein Prophet hat die Frauerei erlaubt. Es sei, Buchhari 5, 1, 1, 6. Wieso redet er nicht vernünftig mit Muslimen? Wollt ihr lernen? Dann lasst die Leute ausreden. Wenn du nicht bereit bist, zuzuhören, du Geisteskranker, dann rede ich nicht mit dem Gott segne. Du hast genau so bei den anderen gemacht, wie ich jetzt mit dir mache. So hast du mit ihnen die ganze Zeit gemacht. Hast du ihn nicht aussprechen? Ja, dann, ich hab doch gesagt, ich hab doch gesagt, sei kurz ruhig. Eine Minute hast du dann auch eine Minute. Was soll ich denn machen? Ja, das ist jetzt einfach nur der Schreit hier rum. Ja, das ist der Name. Wenn wir nicht spielen. Laxho, Amer, was ist los, Amer? Mr. Ibaneferandr, du gehst hier richtig ab hier. Laxho, Amer, wie kiefer. Jo, Amer. Jo. Das ist ja wie ein Zirkus hier. Ich schwör dir, wie ein Zirkus. Ja, ich weiß, wir sind hier im Affen-Zirkus. Oh, Navidi, was ist hier los? Da geht ja richtig die Post ab. Ja, immer Post ab. Immer, wenn ich überall auftauche, kommen die auf einmal alle. Aber was ist hier los? Mord und Totschlag für Gewaltiger, Pädophile. Ja, was sollen wir machen? Also, ich sage denen, warum. Der hat ein Problem damit, dass der Gott der Bibel zum Beispiel auf verschiedene Völker sein Urteil gesprochen hat. Und darunter auch ganze Völker auslöschen lässt. Beachtet aber nicht den Kontext, dass der Gott der Bibel sehr viel Geduld hat mit diesen Völkern. Diese Völker haben ja sehr viele schändliche Sachen getan. Und irgendwann hat Gott dann gesagt, bis hierher nur nicht weiter. Und hat er natürlich den Bann vollstrecken lassen. Aber wie erklärt er sich dann, wenn er damit ein Problem hat, dass der Allah aufgrund von Vermutungen in Zora 18, Vers 74 die Pubertät erreicht hat. Er lässt er einfach ermorden durch Al-Kheder. Heftig, ne? Ich verstehe dich, Amir, aber ich habe mal eine Frage. Du bist ja auch, du hast ja auch einen gesunden Verstand irgendwo. Ich will dich mal was fragen. Ja. Da jetzt in Jerusalem, in Jerusalem, da ist ja die alte Klagemauer, da ist die alte Kirche und da ist Al-Quds die alte Moschee, sagen wir mal. Wenn es so wäre, wenn es so wäre, dass irgendein, sagen wir mal, egal wer das erobert hat, ob es die Christen, die Muslime, die Juden, wie auch immer. Meinst du nicht? Denkst du nicht so, dass es Gott so will, dass das Gericht dort stattfindet? Weil ich will damit sagen, wenn Gott oder die Natur oder sonst was oder ein Mensch es zerstört hätte, ob es die Natur ist oder die Erdbeben gleichgemacht hätte, meinst du nicht, dass es Gottes Plan ist, dass es da erhalten bleibt alles? Dass der Jude da stehen soll, der Christ stehen soll, der Muslim stehen soll, weil da das Gericht stattfinden wird? Ja, der Herr erlaubt ja einige Dinge, die auf der Welt passieren. Der erlaubt zum Beispiel auch dem Satan Dinge zu tun, wo wir dann natürlich aufpassen müssen. Das sehen wir auch im Buch Hiob. Siehst du, das ist das Beispiel, was wir auch haben durch das Buch Hiob. Und der Herr erlaubt auch Dinge, die für uns unvorstellbar sind. Aber der Herr sagt auch, meine Wege sind nicht eure Wege und eure Wege sind nicht meine Wege. Wir verstehen Gott nicht immer. Weil wie kannst du denn ein unbegrenztes Wesen denn verstehen? Mit unserem begrenzten Verstand? Niemals. Das ist unmöglich. Ja, weil du siehst doch, Amir, die ganze Zeit dieser Konflikt, Jude, Christ, Muslim. Ich habe das Gefühl, dass es wirklich nah ist, dass der Messias Jesus irgendwann mal zurückkehren wird auf die Erde. Es ist irgendwie nah. Ja, natürlich. Der Herr Jesus Christus spricht in der Endzeitrede in Matthäus 24 darüber, dass die Zeichen der Zeit uns zeigen, dass der Herr Jesus Christus dann nah vor der Tür ist. Und er sagt zu uns, dass wir so leben sollen, dass wir jeden Tag den Messias erwarten, dass wir den Bräutigam, wir sind ja die Braut Christi. Jeder einzelne wiedergeborene Christ widerspiegelt die Braut Christi oder gehört zur Braut Christi und sie wird dann eines Tages entrückt werden. So sagt es die Bibel. Sonst geht es dir gut, alles okay? Hamdule Jesus, mir geht es gut. Hamdule Jesus. Ich hoffe natürlich, dass du eines Tages auch noch schnell wie möglich zum Herrn Jesus Christus findest und deine Seelensicherheit bringst, damit du auch bei der Entrückung dabei bist. Gerhard ist dir eigentlich bewusst, wenn du hier bleibst, wird der Herr Jesus Christus dich hier auf dieser Erde lassen und du wirst in die neue Weltordnung kommen. Dass bis 2030 die Elite durchsetzen will. Bis 2030, so hört man das immer wieder, soll die neue Weltordnung etabliert werden mit Digitalisierung, Bargeldverschwindung und Chipimplantierung. Das wird so krank. Ja, kann sein. Das nicht kann sein, das wird so kommen, ob du willst oder nicht, weil Gott seinen Plan durchsetzt. Verstehst du? Gott sagt schon in der Offenbarung 13, 16, es kommt eine Zeit, wo den Reichen und den Armen und den Freien und den Knechten und den ganzen Leuten ein Mahlzeichen gegeben wird an ihre rechte Hand, sodass sie kaufen oder nur damit sie kaufen und verkaufen können. Nur wer das Mahlzeichen des Tieres hat. Und das ist natürlich die Prophezeiung, die jetzt bald erfüllt wird. Du siehst, dass die Medien immer davon berichten mit Bargeldabschaffung, die Lösung, ein Chip, das wir unter unserer Haut bekommen sollen. Also die Leute sollen sich Gedanken machen darüber, weil der Allah, der warnt ja nicht die Leute. Nur der Gott der Bibel warnt vor diesem Ereignis. Ich verstehe dich. Ich bin ehrlich zu dir, Amir. Warte bitte, Bruder Amir, was ich dir sagen kann. Du kannst kein Internet mehr abschließen, ohne mit Bargeld, also ohne mit Karte bzw. Abbuchung zu zahlen. Barzahlung gibt es nicht mehr, ist abgeschafft worden. Siehst du? Haben die vor kurzem gemacht, auf ein paar Tagen, ist komplett abgeschafft. Du kannst nicht mehr zahlen mit selber Überweisung oder Bargeld. Genau, also überall an den Tankstellen, seht ihr doch schon, wir nehmen keine 500-Euro-Scheine mehr, wir nehmen keine 200-Euro-Scheine mehr. Das wird alles systematisch nach und nach abgeschafft werden. Nicht auch sofort, weil die Leute dann sofort auswirken würden, nach und nach, damit die Leute das nicht checken. Das muss also in einem schleichenden Prozess durchgezogen werden. Einer sagt doch, 2030 kommt der digitale Euro. Der hat gesagt, ich bin ja da drin in diese Bankkriege und der wird auf jeden Fall kommen. Dieser digitale Europa arbeitet ja daran. Ja, genau. Was willst du? Gottes Segen, der jetzt dazugekommen ist. Hallo? Hi. Erstmal wunderschönen guten Abend. Guten Abend, mein Lieber. Gabriel, ich muss dir sagen, du bist der Geist, motherfucker, ich schaue auf alles. Du. Ich schaue. Nein, Mann. Du bist der motherfucker. Hallo, Mann. Bestmann. Darf ich dich mal ganz kurz was fragen? Ich sehe, du hast hier fast 2 Millionen Abonnenten, ne? Also 1,6. 1,6. Ja, zwei noch nicht. Wie hast du das denn geschafft? 1,6. Ich mache mal Werbung für Dr. Scherer, aber wir, dass wir so viele Menschen wie möglich zum Herrn führen. Einfach 20 Millionen Klicks in ein Video. Ich habe mir vor zwei, drei Tagen eine Anfrage geschickt, du hast noch immer echt angenommen. Wie? Du hast eine Anfrage geschickt? Wo denn? Eine Freundschaftsanfrage auf TikTok. Wie kann das sein, dass du 1,6 Millionen Abonnenten hast und 20 Millionen klickst in einem Video schon? Wie ist das denn möglich? Bruder. Er hat ja interessante Videos. Erzähl, Wildschool. Und wie das geht, ganz normal, du ladest heute am Tag drei, viermal hoch, machst du guten Content, suchst dir eine gute Musik raus. Was ist denn dein Content, wenn ich fragen darf, was ist dein Content, was machst du so, wie viele Videos, wie viele Videos hast du denn schon gemacht? Boah, lass mich liegen, 6,700. Heftig. Okay. Ja, das ist halt so, keine Ahnung, so Vermögensmotivation, ein bisschen auch so Entertainmentmotivation. Weißt du, so viralen Content einfach, den sie hier anschauen. Ja, du hast so Schauspieler genommen und die reden einfach so und solche Motivationen-Dinger halt, ne? Ja. Du hast ja jetzt so geschnitten, Dr. Cera, aber man will immer supporten, das ist das Wichtigste. Immer. Man will supporten. Aber eine Frage hat doch mit bekannten Leuten zu tun. Also kennst du auch so bekannte Leute, mit denen du so privat bist, oder? Ja, keine Ahnung, der bekannteste, mit dem ich so Kontakt habe, ist Gordon Ramsay. Okay. So ein Koch halt, so ein Promi-Koch. Okay, ich guck so was. 40 Millionen oder so. Ja, vergiss nicht, ne? Immer, Dr. Cera, aber mehr supporten, damit wir viele Menschen zu Jesus führen. Das ist das Wichtigste. Oder normal, ich sag dir, wenn du mehr Plattform brauchst, ich leide dir meinen Account. Und du kannst da live gehen, wie viel du willst. So ist gut, dankeschön. Weißt du, was eine Schwester gemacht hat mit dem Hauptaccount? Die hat mir einen Account mit 43.000 geschenkt gehabt. Da war ich ja voll am Start und da habe ich selber nochmal 30.000, 40.000 gesammelt. Und ich hatte fast 80.000 Abonnenten alles gelöscht worden. Das ist so krank, ne? Ja, das ist so krank. Weißt du, wie wir das getan haben? Ich so, guck dir das mal an, ey. Jetzt, wo wir so viele Menschen erreichen und auf einmal, bam, der Teufel. Sofort ist da alles gesperrt. Na, aber kein Problem. Ich habe noch ein paar Accounts mit so 3,400k. Da kann ich die alle allein. Das ist ja krank. Super, danke dir. Hast du auf Instagram? Ich wollte eine Frage, hast du Insta? Ne, nur privat für ein paar Bitches und so. Oder sonst, sonst, nee, nee. Du musst immer gut supporten, ne? Immer supporten. Teile liken, ausleihen. Aber ich hätte auch eigentlich eine Frage. So, kennt ihr euch eigentlich so mit dem Islam aus? So von Sekten mäßig und so? Innerhalb der Sekte? Ja, weil ich habe jetzt ein paar, also mit ein paar Muslimen geredet und die haben immer zu mir gesagt, Schias sind die richtigen Muslime. Ja, jeder sagt von seiner Sekte aus, dass sie die Wahrheit ist. Mohammed hat ja gesagt, dass seine Gefolgsleute sich in 73 Gruppierungen spalten. Ja, frag mich alles ernst. Welche Gruppierung ist denn jetzt die richtige, so, ne? Jeder behauptet von sich selber. Die Salafis, die Wahhabis, die Chia, die Sufis, die Matulia und die Aschariah. Hast du nicht gesehen? Weißt du, wie viele Gruppen es gibt? Das ist unglaublich. Ich lasse mich eine Geschichte erzählen. Ich hatte vor zwei, drei Tagen mit so einem, ja, keine Ahnung, es war so ein Sohn von einem Saudi-Arabischen Prinz und der hat mir halt eine Story erzählt, wo eine Frau und ihr Sohn, beide Sunniten, stiegen in ein Taxi und der Taxifahrer fragt zu sie, ja, seid ihr Muslime, was für ein Ding? Und sie sagt halt, wir sind Schiiten. Auf einmal hat der Taxifahrer einfach ihren Sohn umgebracht. Ja, siehst du, heftig, ne? Komplett wahnsinnig. Ich schwöre auf alles. Krass. Ja, das ist das, siehst du. So krass ist das, so kann das auch enden für die Leute, wenn die auf einmal sagen, zu welcher Gruppierung sie gehören. Das ist so krank. Ich konnte das nicht fassen, als der Röse erzählte. Ja, gefährlich. Wenn unter Christen jemand sagt, er ist evangelisch, protestant, soll er sein, juckt ja kein sowas. Ja, aber im Islam ist es natürlich eine Todsünde, wenn du auf einmal in einem sunnitischen Mehrheitsgebiet sagst, dass du Schiite bist, dann bist du dran. Aber genauso wie ein Sunnite in einer Mehrheitsgesellschaft ist Schiiten. Dann geht es auch. Okay, es geht beide Seiten. Aber Amir, eine Frage, mein Lieber. Gibt es eigentlich das auch unter den Christen? Ja, das findest du in Irland beispielsweise, das ist das beste Beispiel. Das sind christuslose Christen, die auf Meinungsverschiedenheiten da umbringen. Obwohl der Herr Jesus Christus gesagt hat, liebe deinen Nächsten wie dich selbst und die Brüderliebe sei ungeheuchelt. Und ihr wisst ja, was im ersten Johannesbrief steht bezüglich der Brüderliebe. Haben die also Brüderliebe, hören sie auf den Herrn Jesus Christus? Nein, absolut nicht. Weißt du, was du machen kannst? Da kann mir jeder sagen, was er will. Ich habe eine Frage an dich. Was machst du denn noch mit deinen anderen Accounts? Du hast gesagt, du hast mehrere Accounts, ne? Ja, seit kurzem bin ich eigentlich schon nicht nur so ein Livestream. Das ist ziemlich lustig. Es ist, ich upload mich mal regelmäßig. Ich habe da ein paar andere Sachen, die mir ziemlich viel Zeit kosten. Ja, weil ich finde das ein bisschen erstaunlich, weil 1,6 Millionen Abonnenten. Und ich frage mich immer, wie haben die Leute das geschafft? Oder ist da ein Geheimnis dahinter, dass man so eine riesige Gewalt... Es kommt schon auf den Content an. Also wenn ich jetzt so viral, abflüchtablen Content mache, dann ist es schon leichter. Also wenn ich jetzt irgendwo in eine Nische reingehe, keine Ahnung, über, sagen wir mal, über Religion oder über Management oder Marketing speziell. Aber ich weiß nicht, ob du es nicht so schwer hast. Also einfach konstant bleiben, abflüben. Aber ich sage mal, 6 Millionen ist so unfassbar. Weil es gut ist, du kannst auch einmal Bruder Amir seiner Kontos screenshotten und einmal in deine Story posten, dass die ihm schön folgen sollen. Das kann ich auch machen, dein Bruder. Das kann Bruder Denny auch machen natürlich und dann für mich und dann immer den Herrn Jesus Christus repräsentieren und verbreiten. Das ist das Wichtigste, weil der soll an der ersten Stelle stehen und jeder soll das Wort Gottes hören. Amen. Und das ist ja das aller, aller, wie du weißt, was eine Tat du vollbringt mit dieser Aktion, weil der Jesus Christus wird verbreitet und jeder hört von das Wort Gottes. Das stimmt. Das sind halt meistens, sind halt Englische. Ich glaube, ich habe so 70 Prozent aus den USA und die restlichen 30 sind halt irgendwo aus Europa. Das ist halt, wenn es so auf Englisch wäre, wäre es sogar noch besser. Aber dann wird es noch mehr einschlagen, weißt du? Ja, klar. Aber kannst du trotzdem machen. Für diese Tat verbringst du, das ist sehr, sehr viel. Durch diese Aktion können sich so viele bekehren. Warum? Weil die stoßen auf diesen Profil, hören das Wort Gottes und dann denken sich, boah, krass, jetzt muss ich nachdenken über mein Leben. Das kann so schnell passieren. Und weil du nur diese Tür geöffnet hast mit diesem kleinen Support für die drei Accounts, für Evangelist, für Pavlos und für Ex-Muslim, dann, ja, dann stark. So war es ganz stark. Der Herr hat dich genutzt. Vor allem Amir, den geilsten Motherfucker. Du sexy Motherfucker. Da gibt es so diese ganzen Barocke-Gruppierungen, Support 81, Support Fat Mexico, dann kriegst du T-Shirt, Support Dr. Sheik. Support your local Sheik. Ich mache ein bisschen Merchandise von dir, Amir, verteilt das da in meiner Stadt. Ja, aber ehrlich, du kommst bestimmt aus einer Großstadt und wohnst mitten unter denen, ne? Ja, 400.000 Einwohner geht. Ja, okay. Ja, dann, wer kommt das? Nicht, irgendwas in der Leuchtung von dem. Was sagst du? Studenten statt, aber die müssen ja wieder ein bisschen mehr zu Gott finden, das passt nicht. Amen, sehr gut. Sehr schön. Wie lange verfolgst du schon, Bruder Amir? Das ist doch klar. Warum musst du das reinschreiben? Wie lange verfolgst du schon, Bruder Amir, mit Videos oder Evangelist? Boah, keine Ahnung. Zwei, ja, zwei, so ist es. Boah, stark. Zwei Jahre schon. Und weißt du, mit dir hast du den Herrn Jesus Christus angenommen? Ist dir angenommen? Ich bin geborener Christ, katholisch. Ich kenne nichts anderes als Jesus Christus, den besten. Hast du, hast du mal schon mal angefangen, die Bibel zu lesen? Ja, ich habe sie vor mir. Soll ich dir was vorlesen? Ja, Apostelgeschichte 2, Vers 38. Aber treibst du, soll ich jetzt echt vorlesen? Ja, natürlich, das Wort Gottes, das ist doch was Schönes. Ja, aber es ist halt auch ein bisschen was Persönliches. Und ich kann nicht so gut Bibel vorlesen. Ja, ist ja kein Problem. Ich kann schon lesen. Was ich dir, was ich nur empfehlen kann, lies die Bibel. Du musst halt hier vorlesen ein. Nur lies die Bibel für dich. Aber das Ding, was ich habe, ich weiß, dass die Bibel die Wahrheit, ich weiß es auch. Da kann auch keiner, kein anderes Buch mir irgendwas dagegen erzählen. Genau, die Bibel gesagt, aber... Vielleicht wäre es nicht mal falsch, den Koran anzufangen. Also... Ja, den Koran kann man mal lesen, ne? Wenn man den aufdecken will, kann man das gerne machen, ne? Ja, ich wollte über den Unterschied zwischen den Schiiten und den Nieten wissen. Das ist ziemlich interessant. Die Schiiten und so Nieten? Ja, was da so der radikale Unterschied zwischen den Beinen ist. Soll im Endeffekt sagen, ja, nur eine andere Schahde, oder? Ja, boah, da gibt es einfach. Der Bruder Amir, jetzt ist gerade weg. Der kennt die Unterschiede noch besser. Die haben da schon ganz krasse Unterschiede, was bei denen anders ist. Bei denen beispielsweise, das Gebet ist anders bei Schiiten und Nieten. Die machen die ganz anders, das Budo und so weiter. Die machen das ganz anders. Hier, Bruder Amir, Schiiten und Nieten, Unterschied. Ja, also es geht ja um die Streitigkeiten, um den Nachfolger des Propheten. Der hat ja keinen Nachfolger richtig ernannt. Da ist ein großer Zwiespalt passiert, ne? Und die Schiiten sagen, dass die Sahaber, die Oma, Abu Bakr und Osman, unrechtmäßig das Kalifat an sich gerissen haben, ne? Das sagen sie nicht Unterschiede. Ja, sie gehen davon aus, dass der Name Ali auch im Koran verzeichnet war. Hallo. 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 Könnt ihr mich hören? Oh, jetzt kannst du live dabei sein. Ja, guck mal. Da steht, Israel gehört den Juden. Den Juden gehört ein Scheißdreck, weißt du das? Okay, sagst du also Allahs Wort ist Scheißdreck? Ja. Sagst du Allahs Wort ist Scheißdreck, Mike? Sagst du Allahs Wort ist Scheißdreck? Deutschland ist am Arsch. Hallo, was ist ja jetzt Deutschland? Sagst du jetzt gerade Allahs Wort ist Scheißdreck? Ihr seid trauteln. Das finde ich schon normal oder gar nichts? Gar nichts. Mike, hallo. Derjenige, der zum Beispiel hat, ist ein riesen Arschloch. Das nix doch gar nichts. Derjenige, der alle, alle was über... Ey, was redet der da jetzt eigentlich? Der macht hier jetzt gerade keine gute Laune. Nein, hallo. Ich höre den. Der hat, der Mike hat gesagt, Allahs Wort ist Scheißdreck. Das hat der gerade gesagt. Weil er sagt mit Ure 5, Vers 20, ne? Weil Allah sagt, Israel gehört ja auch die Juden. Da sagt er, lass dir Scheißdreck. Ich dachte, ey, mit dem Stinkefinger mach ich dich jetzt mal hier raus. Diese böse Finger. Mit diesem Stinkefinger. Was ist das? Ein erwachsener Mann. Ja, das ist das mit dir. Die Wunderfolge auf einmal zeigen. Leid auf Shisha. Ja, what's good, what's good. Was ich dir sagen kann. Warte, Bruder, was ich dir sagen kann. Lest auf jeden Fall die Bibel, ne? Lest sie Stück für Stück. Fahr mit Johannes Evangelium an. Stück für Stück. Und geh richtig ins Gebet. Weil ich war zum Beispiel, ich weiß nicht, ob du meine Geschichte kennst. Ich war zum Beispiel, ich bin römisch-katholisch aufgewachsen, geboren, ne? Meine ganze Familie sind ja aus Sizilien, Italiener, ne? Und natürlich bin ich ja römisch-katholisch. Ist ja, wo klar, Italien ist das was gang und gäbe. Und ich habe angefangen mit 16 die Bibel zu lesen. Genau. Und da habe ich angefangen mit 16 die Bibel zu lesen. Und da habe ich Stück für Stück, ich habe mit katholischen Priester geredet. Und heute zum Beispiel des Kardinal. Ne? Also eine Stufe vor Papst. Vielleicht wird der sogar der nächste. Papst, wer weiß das schon. Und ich habe mit denen Gespräche geführt. Und ich habe mir viele Fragen gestellt. Durch Bibellesen habe ich die Fragen auch bekommen. Ne? Und der hat mir schon vieles bestätigt, dass viele Sachen in römisch-katholische Richtung einfach erfunden sind. Die stehen gar nicht in der Bibel. Ich bin einfach nur ein bibeltreuer Christ, der nur nach der Bibel trachtet und den Händ Jesus Christus nachfolgt. Wie die ersten Christen Apostelgeschichte 2. Die ersten Christen, die ganzen Apostelgeschichte 2. Ich habe eine Frage. Warum dieser Hass auf Muslime eigentlich immer? Nein, erzähl nicht so was. Wir haben keinen Hass auf Muslime. Erzähl doch nicht so was. Das ist ja doch, das ist dein Content gerade. Du weißt ja, dass die Leute hier aufgeregt sind. Das stimmt doch gar nicht. Wir haben Hass auf Islam, immer hier Ex-Islam, Muslime. Der Islam hat doch Hass auf Unsure 9, Vers 29. Hat auf niemanden Hass. Das ist ein Quatsch. Ja, was ist das? Sag mal, dass man es auch. Ihr versucht immer irgendwas umzudehnen. Der muss auf Unsure 5 auf 5, Vers 50. So viele Muslime wollen das nicht wahrhaben. Die Euro-Muslime, die das nicht wahrhaben wollen, wenn es so was nicht darin befindet. Der macht sich einen eigenen Islam gerade. Der will so sagen, lass alles zusammen. Guck mal, er hat in sich, in diesen Herzen, will er Menschen nicht Schlechtes tun. Das ist okay, ist ja schön. Aber Islam ist nicht so. Mit anderen Worten, der Islam ist nichts für ihn. Wer sagt denn das? Sure 5, Vers 50, lies das doch mal. Lies mal Sure 5, Vers 50. Ich brauche dir jetzt hier keiner zu lesen oder sonst irgendwas. Warum? Hast du christliche Freunde? Hast du jüdische und christliche Freunde? Wie bitte? Hast du ungläubige Freunde? Ich habe buddhistische Freunde, ich habe christliche, ich habe ludische. Und du bist Muslim? Ja klar. Kannst du die Schahada mal aufsagen? Natürlich kann ich sagen. Dann sag mal. Warum soll ich das sagen jetzt? Warum soll ich dir irgendwas überwürgen? Ich weiß, dass du ein Muslim bist. Brauchst du nicht. Ja, ich muss mir hier nichts überwürgen. Achso, du kannst also nicht die Schahada machen. Du kannst nicht mal die Schahada machen. Nein, dann ist er kein Muslim. Ich weiß nicht. Da musst du den Schahada sagen. Kannst du den Schahada sagen? Kannst du den Schahada sagen? Ich kann die Schahada sagen. Ja, dann sag es mir. Aber du bist doch der Muslim. Warum soll ich denn deinen Zauberspruch denn auch sagen? Das ist kein Zauberspruch. Ja, dann machen wir deinen Zauberspruch. Warum du so einen Hass auf Islam habt? Wieso? Was halt? Warum verwehrst du gerade die Schahada? Ich verstehe das nicht. Das muss ja eine Ehre sein, vor allen Leuten die Schahada auszusprechen. Dass ihr jetzt gerade hier auf TikTok schreibt, ja, Jesus Christus ist nicht richtig. Hier alle, alle, alle. Du kennst noch nicht mal die Schahada, Leute. Der ist Muslim und kennt noch nicht mal die Schahada. Auf euch. Ich glaube, der hat nie die Schahada ausgesprochen. Leute, der ist Muslim und kennt nicht die Schahada. Das musst du euch mal geben. Allah ist nicht zufrieden mit dir. Allah ist nicht zufrieden mit dir. Ich muss dir nichts zufrieden mit dir. Hallo, Allah ist nicht zufrieden mit dir. Das sage ich dir jetzt schon mal. Komm, ich helfe dir. Wir machen das zusammen. Ach, du? Ach, du musst... Ach, du musst zusammen. Dann wirst du vielleicht nicht ein richtiger Muskel kommen. Nein, nein, nein. Lass mal, lass mal diese... Ich möchte nur wissen, warum ihr so einen Hass habt. Nein, nein, hör auf. Du wurdest gerade so ertappt. Krass, ey. Heftig. Das ist nicht normal, wirklich. Das ist nicht... Das ist wirklich nicht normal. Das ist ein Muslim, der nicht mal die Schahada kann. Das ist ja krank, Mann. Nee, das war, wenn ich mal TikTok aufmache, immer irgendwelche Hass-Office. Wenn ich mit den Leuten übertriere, auf den Nichts macht, dann die Schahada kann. Habt ihr ja gesehen, dass ein Muslim einfach eine Bibel... Nix, was, nix, was, bitte, nix, was. Machen wir einmal die Schahada. Habt ihr jetzt mal ein Muslim gesehen, dass er mit Video TikTok, keine Ahnung, eine Bibel verbringt? Die gibt es doch gar nicht. Ich denke, du siehst, was Menschen wie immer zu tun haben, jeden Tag, die reden einfach durch. Hier, du hast hier evangelisch, du hast hier eine Israel-Flagge hier drauf gemacht, ja. Ja, das ist eine schöne. Es ist eine Flagge. Okay, dieser Pädagramm ist nicht richtig. Das ist jetzt eine provokante Art, ne? Das Welt mischt sich. Das ist scheißegal, was ihr hier macht, ne? Was erzählst du da? Israel gehört doch nicht. Das ist doch nicht falsch. Israel, Deutschland, Türkei, Amerika, die Leute mischen. Es gibt nicht mehr dieses Land, jenes Land. Eine, 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 eine Israelite oder eine Ägypter oder keine Ahnung, die Jugend von heute. Warum nimmst du ab? Ich möchte immer noch Schahada hören. Die möchten nicht mehr in Afrika... Ich möchte Schahada hören. Erst dann kannst du weitermachen. Erst mal Schahada hören. Brauchst du mir nicht, dass sie hier so kommen. Israel gehört nicht zu Israel. Ich will Schahada machen. Kannst du mit den Schiik Schahada machen und dann deine Mama. Ich will mit den Doktor Schahada machen und dann mir. Ich will nicht mit mir diskutieren. Oh, Tisi, ich bin auf Giraffe, ganz oben. Diese Diskussion brauchst du nicht mit mir hier führen, wenn ich nicht. Ich möchte nur wissen, warum so eine Asse auf Islam habt. Könnt ihr mir nur eine Antwort geben, warum ihr Islam hasst so sehr? Nix was. Hey, ich habe dich doch nur gefragt, ob du die Schahada aufsagen könntest. Das muss eine Ehre sein für dich. Brauchst du mir nicht sagen, ob ich Schahada oder nicht weiß? Sahaba? Du wolltest gerade Sahaba sagen, ne? Ja. Ich möchte jetzt mal sagen, warum ihr so ein Hass habt auf Islam. Nur eine ganz simple Antwort. Lenk doch jetzt nicht ab. Ey, Leute, der kann wirklich die Sahara nicht. Ich bin hier reingekommen und ich frage dich was. Sahara, Sahaba. Komm, ich sprich jetzt die Sahaba mit denen. Brauchst du nicht mehr Sahaba oder Schahada oder sonst irgendwas mit mir zu sprechen? Der kann das nicht. Das ist krass. Der kann das wirklich nicht, Leute. Ja, klar. Ich habe jetzt nur gefragt, warum so eine Hass auf Islam. Muslim kann kein Muslim. Muslim sagt, es Muslim aber kann kein Schahada. Das ist es. Warum so eine Hass auf Islam? Das ist so krank. Das kannst du keine mehr sehen. Das auch noch mit dem Mund. Warum? 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 Aha, seht ihr jetzt beleidigt? Ihr seht ihr meine Schuhe in seinem Mund, sagt er. Ja, weil du hier mich zu lächerlich wirst hier. Ja, mach doch einfach Schahada. Wo ist das Problem? Eine ganz normale Frage und willst mich auslachen hier. Okay, ich habe deine Frage beantwortet. Hier ist kein Hass. So, gefällt dir die Antwort? Nein, gefällt mir nicht, weil ihr 24... Okay, gefällt dir nicht, aber ich habe geantwortet. Und jetzt du, mach Schahada bitte. Also, warum machst du das denn nicht vorher? Warum soll ich dir irgendwas beweisen? Warum? Das muss doch eine Ehre für dich sein. Ja, aber das muss doch eine Ehre für dich sein. Warum? Okay, siehst du, du hast jetzt die Schahada ausgesprochen. Okay, warte ganz kurz. Wir wollen, dass Jugendliche hier reinkommen und uns beleidigen. Warte ganz kurz. Siehst du, guck mal, du hast gerade Schahada gemacht. Warum wollen wir nicht, dass die Leute hier reinkommen? Pass auf, nichts was. Hör zu, hör zu. Hör zu, mich selber. Guck mal. Ich wollte gucken, ich wollte... Ich wollte... Hallo. Ihr freut euch. Hallo. Ich wollte gucken, ich wollte gucken, ob du ein Muslim bist, weil jetzt bist du wieder rausgegangen aus dem Islam, weil du hast vorhin gesagt, ich habe ungläubige Freunde. Suche 5, Vers 51, kick dich raus aus dem Islam. Jetzt bist du wieder raus aus dem Islam. Du warst jetzt drin, jetzt bist du wieder disqualifiziert. Stopp, bitte. Wenn du mit Dr. Bormi wieder Sahaba machst, dann bist du wieder drin. Ja, ich wollte nur, dass er die Schahada mal aufsagt, weil dann ist er jetzt Muslim. Okay, da hat er ungläubige Freunde. Kann jeder von uns nachlesen. Suche 5, Vers 51. Oh, ihr, die ihr glaubt, nehmt nicht die Juden und Christen zu Freunde, denn sie sind untereinander Freunde. Und wer sie sich zu Freunden nimmt, der ist einer von ihnen. Also Mixbus ist einer von ihnen. Er ist kein Muslim. Auch wenn er Sahada sagt. Das war's. Das war's. Lächerlicher geht's gar nicht mehr. Ihm ist es verboten. Bruder Amir, weißt du, was dieser Issam Bayam gesagt hat, wo ich ihn das gefragt habe? Oh Gott, der wunderschöne Lehrer. Der sagt zu mir, der Issam Bayam, so, ja, das bedeutet einfach nur, nicht als enge Freunde haben, aber schon so als Freunde darf man haben. Ich dem so nahe. Nein, natürlich. Es ist ausgeschlossen, dass ein Muslim und ein Christ überhaupt freundschaftliche Beziehungen pflegen, egal in welcher Hinsicht. Weil ein Muslim muss einen Christ nicht verdrücken. Warum? Was soll dieser Quatsch jetzt? Okay, dann können wir den Tafsil aufschlagen. Was soll der Quatsch jetzt? Lass mal diese Scheiß. Bitte erzähl nicht sowas, weißt du. Aber das Problem ist, ihr habt so einen Hass in euch, ja, weil ihr einsam seid. Ja, nix, nix was. Das ist das, wir haben keinen Hass. Das ist euer Problem, ja. Ihr wollt, dass die Leute hier reinkommen, euch beleidigen, ja, euch beschimpfen, ihr lacht den aus, ihr sagt, ja, guck mal, die müssen. Ja, ich glaube auch, dass er gegoogelt hat. Ja, du hast gegoogelt. Ich glaube sogar, dass er gegoogelt. Ihr seid provokant. Ihr wollt, dass die Leute provoziert werden hier, dass sie reinkommen, so, vorhin dieser Libanese, weil er reingekommen ist, aus Shishawa redet er über irgendwas, ja, ich, Stinkerfinger zeigt, genau solche Leute braucht ihr hier. Nein, wir wollen vernünftige Menschen haben, mit denen wir auch vernünftig reden können. Was redest du da? Nee, nee, mit euch geht ja nicht vernünftig reden. Ja, wenn das nicht geht, dann geh doch raus, wenn das nicht geht. Ich verstehe dich nicht, was suchst du dann hier? Ich bin doch auch vernünftig, oder? Ich möchte nur fragen, warum so ein Hass auf Islam? Habe ich dir doch gerade erklärt, wir haben keinen Hass. Du akzeptierst das nicht, dann raubt das nicht, ne? Doch, alleine wenn du Ex-Muslim da drauf schreibst, ist schon ein Hass auf Islam. Ja. Siehst du, genau so provoziert hier. Ex-Muslim bedeutet Hass. Das ist Hass. Ey, das ist das Heftigste, was ich dir hier erzähle. Genau wie dieser Kollege, mein Name Ex-Muslim ist Hass, genau wie der Kollege hier mit die Seiten schreibt. Seht ihr, wie ich überhaupt keine Geduld für solche Leute habe, das kannst du keinem erzählen. Das ist nicht schön, macht das nicht. Ich rede gar nicht. Israel gehört nicht zu den Juden. Israel gehört zu niemanden. Ja, diese Karte da. Israel gehört laut Allah den Juden. Israel gehört laut Allah den Juden. Israel gehört laut Allah den Juden. Surah 5 Vers 20 und Surah 17 Vers 101 bis 103. Gefällt dir das jetzt besser? La ilaha illallah, Mohammed und Rasulallah. Ex-Muslim, du bist Geburt. Eines Tages, wie wir, ah, oder den Gottes, ich wünsche dir immer, der beleidigt, wir sehen, das ist ein Problem, ich singe weiter für euch. Es macht keine Sinn, ich habe noch viele Lieder für euch. Es macht keine Sinn. Mach mal den Song mit 65, mach mal einen Song daraus. Ich lege euch. Geil Problem, ich liebe euch trotzdem, auch wenn ihr mich bedroht. Geil, du liebst deinen, du bist einsam, du bist einsam, du liebst deinen. Nein, ich bin nicht einsam, ich habe den Herrn bei dir. Wer kann denn einsam sein, wenn wir den Herrn Jesus haben? Du wisst ihr, was auch ich sagen. Wie kann man einsam sein, wenn man den Herrn Jesus hat? Amen, Jesus ist der wahrhaftige Gott in das ewige Leben. Jesus ist der Gott von der Kirche zu. Jesus hat Allah's Ziele zertrümmert. Jesus wird alle richten. Jesus kommt zurück, um die Menschen zu richten. Und du musst eine Entscheidung für Jesus treffen. Jesus liebt dich. Mein Lieber, Deutschland wird muslimisch. Du wirst getippt werden, während die Kinder entrückt werden. Du wirst in die neue Welt rauskommen. In 20 Jahren gibt es gar nichts mehr hier. Das ist das Einzige, was ihr könnt. Kinder machen und Bürgergeld passieren. Kinder machen und Bürgergeld passieren. Wundervoll. Einmal alle in die Hände klatschen. Kindergeld und Bürgergeld. Wundervoll. Das ist das Einzige, was ihr könnt. Kindergeld, Bürgergeld und Kinder machen. Unglaublich. Kein Problem. Bald sind wir auch in der Welt. Kein Problem. Oder Amit. Wir wachen mit vier Frauen, ne? Wir kommen auch gerne. Und alle haben Bürger gern. Du kannst gerne diese Kinder im Land haben. Wir wollen in den Himmelreich. Wir sind himmlische Bürger. Nicht irdische Bürger. Jeden Tag macht eine Kirche, verwandelt sich zu einer Moschee. Ja, okay. Und viele Kinder von deinen Muslimen werden Christen. Handel Jesus. 16 Millionen Muslime verlassen jedes Jahr Islam. 16 Millionen Muslime verlassen jedes Jahr Islam. Anduli Jesus. Versuch mal Kinder zu machen. Anduli Jesus. Er ist der Bühne. Der Tollste. Der Beste. Du denkst, was du mich provozieren kannst. Ja, wenn du so redest, dann rede ich auch mit dir. Beantworte den Toren nach deiner Torheit. Entweder du bist ruhig und kannst ruhig reden. Oder ich mach so weiter. Was machst du denn? Du hast gar nichts. Du kannst auch nichts. Das ist nur ein Hass. Das ist alles Hass, was du hast. Alles Hass. Der 10. von der Johann. Ich sage, ich liebe dir, das Hass. Hallo. Hallo. Beweis mir, dass Israel gehört. Israel gab es damals nicht mal. Ja doch, die haben schon seit 3.500 Jahren gehört ihnen das Land. Ja, aber seit 1.500 Jahren nicht. Doch, das war immer schon ihr Land. Dein Gott Allah hat ihnen das auch angehört. Nein, Gott, wie oft müssen wir noch das Thema durchgehen? 1.500 Jahre gehört denen nicht. Die alten Juden sind seit 1.500 Jahren dort. 1.500 Jahre mussten. Seit 3.500 Jahren ist das ihr Land. Sie wurden zerstreut und jetzt hat der Herr sie wieder zurückgebracht. Aber nicht mehr. Und warum die Offiziere sich erfüllen, wie oft wollen wir das denn noch durchgehen? Wie oft wollen wir das noch durchgehen? Wie oft, wie oft, wie oft, wie oft, wie oft wird es noch höher? 1.400 Jahre haben keine Juden mehr dort. Warum sagt dein Gott diese Land, den Israeliten wird? Warum haben dir so viele Juden geschlachtet überall in Europa? Warum habt ihr so viele Juden hier umgebracht? 6 Millionen. Jürgen? Was? Hast du gehört? Ex-Muslim, warum hast du 6 Millionen Juden umgebracht? Ich habe 6 Millionen Juden umgebracht. Nein, 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 du hast 6 Millionen Juden umgebracht. 1,6 Millionen Juden. Wieso hast du 1,6 Millionen Juden umgebracht? 5 Millionen Juden? Ey, der ist doch nicht normal. Der ist gerade am Staubsaugen da. Jürgen hat Ex-Muslim. Was sollen wir denn da noch reden, ehrlich? Weil so ein beämmerndes Zeug ist, ehrlich. Hallo, eine Frage. Ihr sagt doch die ganze Zeit, ja, vor 1000 Sohn. Oh, Namen, Gottes Segen. Warum? Gottes Segen. Warum kommt immer so ungebildete Menschen um, Bruder, Danny? Warum? Warte mal, der Ayub will kurz das sagen. Warte mal ganz kurz. Warum ist auf alten Karten sogar Israel nicht gezeichnet, sondern Palästina und die eigenen Juden sagen, dass es Israel nicht gab? Nein, dieser kleine Teil von diesen Juden sind doch, guck mal, die sagen, warum sagen die das? Die schicken, guck mal, weil die sehen, der Messias ist noch nicht da. So sind die Juden. Der Messias ist noch nicht da und dessen soll Israel noch niemandem quasi gehören. Der ist noch ein besetztes Land. So sehen diese kleine Teil von den Juden das. Diese kleine Teil von den Juden sagen sogar, den Holocaust hat es nie gegeben. Er ist sogar selber verrückt, ey. Es gibt viele Beweiter auf solche Leute, bis sie nach damals lieben. Es gibt viele Beweiter auf solche Leute, Lass mal die ganzen Aussagen dahin. Würdest du denn nicht deinem eigenen Gott glauben, wenn er sagt, ich habe den Juden ihr Land gegeben? Was sagst du denn dazu? Wo steht das denn? Wo steht das denn? Zora 5, Vers 20 bis 22. Das habt ihr falsch übersetzt. Das ist nicht... Nein, ey, das ist immer falsch übersetzt. Habt ihr das gesehen? So läuft das hier ab bei den Systemen. Falsch übersetzt. Du hast keine Ahnung. Das kann man nicht übersetzen. Den Koran muss man auf Arabisch lesen. Ganz genau Bullshit, Bingo. So sieht es aus. Sollte man, muss man nicht, aber sollte man auf Arabisch lesen. Ja, keiner kann übersetzen. Das kannst du keinem erzählen, was hier abgeht. Das kannst du niemandem erzählen. Es gibt etliche Beweise. Warum sagt ihr das? Das Israel gab es einfach nie. Es ist einfach so. Okay, dein Gott sagt, das gehört Ihnen, den Juden. Warum stiftet ihr so fit? Das versteht nicht. Das ist doch nicht normal. Kommt mit Faxen und Quellen. Wo sind die? Wenn das Wort stimmt, der Hände sich schon länger 38 Mal runtergekippt. Wegen so'n Blödsinn. Ja, wo sind denn die Beweise? Hol doch die Beweise. Hab ich doch aus deinem Koran. Suche 5, Vers 20 bis 22 und Suche 17, Vers 101 bis 103. Das Land gehört den Juden. Aber wenn du Sachen aus dem Koran holst, dann glaubst du an den Koran. Du glaubst mir doch gar nicht. Also zitiere ich deinen Koran, weil du dein Koran ja vertraust. Oh mein Gott. Gibt ja deine Quellen. Der muss nicht den Koran glauben. Der hat die Bibel, die Bibel sagt genau das Gleiche. Ja, ich will aber nicht mit meiner Bibel kommen, weil der sagt, ich weiß, 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 Ich sage, in deinem Koran steht das drin. Ich komme nicht mal mit der Bibel. Wenn ich mit der Bibel komme, dann können wir bis nächste Woche die ganzen Lachen ja aufschlagen. Ich meine, dein eigener Allah sagt, ich habe den Kindern Israels das gelobte Land gegeben, wo sie Einzug nehmen sollen. Das ist unglaublich. Jetzt geht er raus, jetzt googelt er, hat Dr. Abu Amir recht? Dann sieht er, Dr. Abu Amir hat recht und dann denkt er sich, falls du was hättest. Ja, ich habe keine Lust auf so Kopfschmerzen. Das ist Wahnsinn, ehrlich. In welchem Vers sagt er zu? Welche Sure, welche First? Sure 5, Vers 20. Ja, genau. Mit Sure 5, Vers 20. Jetzt liest er auch ein Tarsier und dann hat er auch die Erklärung. Tarsier eben ein Kaffee, ne? Wenn das ein ehrlicher Muslim ist, dann wird das jetzt besorgen. Der kontrolliert das jetzt gerade. Ja, was meinst du, warum dieser Saudi-Araber ehrlich genug war, um das auszusprechen, auch wenn er dadurch Leid erfährt? Er sagt, ich muss ehrlich bleiben, Mann. Das Land gehört den Juden. Allah hat ihm das gegeben. Sind wir alle bekloppt in der Beni, oder was? Ja. Das kann doch nicht wahr sein, dass selbst ein Araber ein Video erstellen muss, um den Leuten aufzuklären und zu sagen, Leute, habt ihr sie noch alle? Der Koran gibt ihnen in Rechtmäßigkeit das Land. Nicht irgendjemand. Bruder, Amir, weißt du, was man eigentlich machen soll? Nach Berlin fahren. Die haben ja immer ihre halbe Mannschaft da drin. Einfach nur so einen großen Plakat, so wo 5 Vers 20 bis 22, dann reinschreiben, auf Arabisch und Deutsch, und Englisch, und dann hochreiten. Nein, einfach nur hochreiten, dann sehen die es. Dann seht das jeder Einzelne von denen. Meinst du, könnte man das so auf Werbeplakaten? Man könnte Werbe alles machen. Aber die würden nur reden, die würden nur den Werbeplakat anspucken. Die würden den Koran dann damit automatisch sogar anspucken. Amir hast du aber auch gesehen, zum Beispiel auch, wie die ganzen Palästinenser einen richtigen Hass auf die Juden haben. Natürlich, das sind ihre historischen Feinde. Ja, Mohammed hat das ihnen ja angetan. Das ist das Problem. Sie sind vergiftet von Koran und Sunnah. Das ist das Problem. Weil Allah sie ja in Affen und Schweine verwandelt hat, gibt es ganze Wettbewerbe und sag mal schnell, wer Juden am meisten mit Karikaturen so depamiert. Das ist so krass, ne? Ja, ja, die machen ja schon Jagd hier in Deutschland. Ja, klar. Ihr kennt doch dieses berühmte Video von dieser vierjährigen Palästinenserin. Da, wo sie gefragt wurde, was sind denn Juden und Christen für dich? Ja, Affen und Schweine. Heftig, ne? Ein vierjähriges Kind hat mir sowas beigebracht. In der Schule kann ich das dort beigebracht. Ja, ich fahre. Ayub, hast du kontrolliert? Zure 5, Vers 20. Ja. Habt ihr das gelesen überhaupt? Was denn? Was steht denn da, Ayub? Was hat das denn jetzt mit Israel zu tun? Lies das mal vor, Ayub. Soll ich das vorlesen? Ja, bis 22. Ja, das ist doch genau der Vers. Was meint ihr? Ja, ein bisschen Takeh muss auch immer gemacht werden. Anders geht es nicht. Das tut mir so leid, dass die Muslime so verführt worden sind und die Glaube noch dieser Lüge. Bruder Amir, Bruder Amir, ich war mit einer muslimischen Frau live, das war ganz heftig. Die guckt mich an, die macht das mal auf Predigerin, als muslimische Frau auch noch. Hab ich auch noch nie erlebt. Da hab ich gesagt, so was bist du denn ein sunnitisch hier, die so weder noch, ich bin gar nichts davon, ich bin ein Muslim. Okay, was ganz anderes. Nackentherapie. Warte mal ganz kurz. Warte, 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 warte. Dann hab ich sie gesagt, ja okay, komm, lass uns ein bisschen über Koran reden und so weiter. Dann reden wir so ein bisschen drüber. Da meint die so, ja, der Koran ist so schön, der Koran ist hier und so weiter. Da hab ich gesagt, so gibt es eigentlich Kinder eher? Da hat die gesagt, nein, auf keinen Fall, nein und so. Da hab ich gesagt, lass doch mal Dings lesen, Suche 65 Vers 4. Dann lächelt die so, ne? Die so, warum lächelst du? Dann lächelt die, die so, ich will nicht lesen. Die so, warum nicht? Die so, ich will nicht lesen. Ich so, komm, lies. Ja, guck mal, Leute, fass auf. Dann sagt die zu mir, komm, guck mal, dann sagt die so, die liest das, dann sagt die so, ja, das sind eigentlich die gemeint, die Schwangeren, dann ist die und so gemeint. Da hab ich gesagt, weißt du was, kennst du Ibn Abbas, der so, ja, ich so, kannst du den Tafsier lesen? Weißt du, was die sagt? Dann lächelt die richtig und sagt, nein, mach ich nicht. Ich so, warum nicht? Dann sagt die so, mach ich nicht. Dann hab ich gesagt, warum nicht? Ich so, warte, warte, Bruder, Danny, ich so, aber du kannst das richtig erklären. Dann lacht die so, haben wir weitergeredet und weißt du, was die sagt? Ich hab einen einen Koran gegeben mit Ibn Kathir Tafsier geschenkt. Hab ich gesagt, also wenn der Typ sucht 65, Vers 4, liest mit den Tafsieren dazu, dann macht er doch Kinderehe. Dann lächelt die die nur so, dann hat die gewusst, die war komplett fertig. Bruder, ich möchte auch mal ganz kurz, was erzählen, was sehr heftig ist. Ja, warte ganz kurz, warte ganz kurz, danach kannst du erzählen. Lasst mich euch den Tafsien von Ibn Kathir zu Sorge 5, Vers 20 bis 22 zitieren. Guck mal hier, du bist das beste Volk, das jemals für die Menschheit erschaffen wurde. Allah sagt als nächstes, dass Musa die Kinder Israels ermutigte, den Dschihad zu verrichten und nach Jerusalem einzuziehen, dass zur Zeit ihres Vaters Jakob unter ihrer Kontrolle stand. Jakob und seine Kinder zogen später mit seinen Kindern und seinem Haushalt zur Zeit des Propheten Yusuf nach Ägypten. Seine Nachkommen blieben bis zu ihrem Auszug mit Musa in Ägypten. Sie fanden in Jerusalem ein mächtiges, starkes Volk, das es zuvor übernommen hatte. Musa, Allahs Gesandter, befahl den Kindern Israels nach Jerusalem einzumarschieren und gegen ihren Feind zu kämpfen. Und er versprach ihnen Sieg und Triumph über das mächtige Volk, wenn sie dies taten. Sie lehnten ab, rebellierten und widersetzten sich seinem Befehl und wurde 40 Jahre lang damit bestraft, dass sie verloren gingen und im Land umherirrten, ohne zu wissen, wohin sie gehen sollten. Dies war ihre Strafe dafür, dass sie sich Allahs Befehl widersetzt hatten. Allah sagte, dass Musa ihnen befohlen habe, das heilige Land zu betreten, was Allah dir zugewiesen hat. Bedeutet, was Allah dir durch die Worte deines Vaters Israel versprochen hat. Das ist das Erbe derjenigen unter euch ist, die glauben. Sieht ihr? Das gehört dem Land, das Land der Juden. Und nicht umkehren. Das ist der Punkt vor dem Pferd. Ich wollte noch was sagen. Warte, Pablo. Ich wollte da mal was sagen. Guck mal, Amir. Ich habe da eine Polen missioniert und ich wollte, dass sie zu den Herren kommt. Und sie hat auch gesagt, mir geht es ganz dreckig und so. Da habe ich auch gesagt, es ist kein Zufall, dass wir hier gerade reden und dass ich dir das Evangelium verkündige. Was ist passiert? Halbes Jahr später lernt sie einen Salafisten kennen und läuft jetzt mit Hijab rum, dass man ihr Gesicht nicht mehr sieht. Ja, genau. So musst du dir das mal vorstellen. Die war kurz davor. Sie hat auch gesagt, ich lese wieder die Bibel. Und sie betet auch und dann auf einmal lernt einen Salafisten kennen und dann guck mal, was aus ihr geworden ist. So krank ist das. Heftig. Das ist das. Die Armen werden dann auch gefischt von solchen... Von diesen Muslime nur am Lügen. Ich kann diese Lügen nicht mehr hören von dem Muslim. Ja, seit nachdem, was ich alles herausgefunden habe, mit den Leuten geteilt habe, wer kann noch sagen, dass der Islam die Wahrheit ist? Wer? Die Muslime erwartet es auch nur zu sagen, dass der Islam die Wahrheit ist. Jesus. Warum hast du ja sechs Millionen Juden umgebracht hier in Europa? Warte mal, wer sind wir? Wer waren die Muslime? Die haben mitgemacht. Mit Hitler zusammen sind die rumgelaufen. Wer warst du Lügner? Du Lügner. Armin, kannst du das Bild einmal zeigen? Die sind noch zusammen und mit Hitler rumgelaufen. Die werden gesperrt. Wo 200.000 freiwillige Muslime sich der SS angeschlossen haben. Du Lügner. Warum habt ihr sechs Millionen? Der Hitler war doch nicht mal Christ. Der Hitler war doch nicht mal Christ. Irgendwie nennt sich das. Der hat irgendwelche komische Rituale und so einen Scheiß drin gemacht. Komm bitte nicht mit Nazikäule. Das ist vorbei. Die Zeit ist vorbei. Komm bitte nicht mit dieser Nazikäule. Nazikäule ist doch auch komplett dumm. Hitler war komplett dumm. Das Christenlum. Aber das ist doch mein Lieber, du siehst doch, du siehst doch, dass der Heidrich Himmler sagte, dass der Islam... Hörst du zu? Nein, ich höre dir nicht zu. Warum habt ihr aus... Hörst du zu? So hochmütiger Typ, raus mit dir, raus mit dir. Das sind Leute, das sind Leute, die nicht zuhören wollen. Das sind Leute, die nicht zuhören wollen. Das ist so nicht normal. Immer die ganze Sünde doch bezahlt. Du siehst doch, dass der Himmler gesagt hat, der Islam kommt unserer Weltanschauung sehr nahe. Sie haben genau denselben Feind wie wir und das sind Juden. Also von daher, wovon reden wir hier eigentlich? Amir, hatte Jesus doch ganze Sünde bezahlt? Wo ist das Problem? Schon wieder der, schon wieder der. Das kann er nicht. Okay, alles klar. Ich fange jetzt wieder an. Ich fange jetzt wieder an. Warte. Hallo, Brate. Hallo, Brate. Was wolle ich wissen? Passt du wohl, bitte. Hallo, Brate. Dein Profil. Hallo, Brate. Bitte, bitte. Eine Minute du, eine Minute ich. Ist diese möglich in deinem Kopf? Eine du, eine ich. Jesus ist Moslem. Hallo, hörst du mich, Brate? Ja, ich höre dich. Lass mich. Eine Minute du, eine Minute ich. Warum, warum dieser Heinrich Himmler, dieser NS-Mann, warum sagen Islam und unsere Weltanschauung sehr gleich, gleich, diese gleiche Weltanschauung? Islam gute Religion. Warum sagt Nazi gute Religion? War der Muslim oder war der Christ? Muslim oder war der Christ? Brate, Brate. Eine Minute ich habe noch. Ich habe doch noch verlangt eine Minute du hören zu. Warum, du kannst mir nicht zuhören, bitte. Ich habe ganz leicht erklärt, ganz leicht. Himmler, die waren ein Mensch, der hassen Juden. Himmler war ein Mensch, der hassen Juden und hat gesehen, oh, Islam, oh, gute Religion, auch hassen Juden. Und die haben gesagt, Himmler, Nazi hat gesagt, Islam, gut, diese. Okay. Islam, gut gegen Juden. Diese Himmler war eine Christ, und dann kommen von Kirche und dann sehen einen Muslim und sagen, oh, du bist auch ein guter Mann. Das kann doch nicht warten, bitte. Jesus bezahlt alle Stunden und hat kein Problem. Hallo, Jesus ist Muslim. Bitte, ich habe verlangt, eine Minute Gehirn anmachen. Bitte, hören du zu und lernen. Himmler, keine Christ, ein Mensch, wo Menschen verachten. Diese, nichts, Christus, Christus folgen mit liebe Feinden. Diese Himmler hat gesehen, oh, Islam, gute Religion, Islam hassen auch Juden. Und hat gesagt, oh, eure Religion und unsere Weltanschauung ist sehr, sehr gut, sehr nahe. Warum machen Himmler gute Ideen in Islam? Und dann sagen Christen, keine Juden hier, wir machen alle zapsarab tot. Und warum? Du antwortest doch gar nicht auf deine Frage. Was soll er denn darauf antworten, wenn auf einmal ein NS-Himmler sagt, der Islam ist unsere Weltanschauung sehr nahe. Was will er denn darauf antworten? Dann muss er sagen, der Islam ist ja das Allerletzte vom Letzten. Der war Christ. Der war Christ. Ich verlange nur eine Minute Gehirn anmachen. Bitte, nichts, diese Gehirn ausschalten. Ich bete dich. Ich liebe dich. Bitte eine Minute. Du kannst sehr viel lernen und deine Seele in Sicherheit bringen. Brate, du musst nur eine Minute Scheich Abu Amir zuhören und du sagen, Amir, du hast recht. Islam ist Nazi. Wir machen zweimal Weltkrieg. Muslime. Islam. Islam machen 270 Millionen Tote durch Dschihad. 1400 Jahre Dschihad machen. Ja, ja. Ja. Im Ersten Weltkrieg kam sie mit Kreuz. Und was sagen diese was machen David? David macht auch sehr, sehr heftige Dinge. David ist ein Sünder. Nur sagen auch Mohammed ist ein Sünder. Ist Mohammed auch ein Sünder? Nein, nein, nein. aber Koran. Koran sagen Mohammed Sünder, Sura 48, Vers 2. Aber wir müssen bezahlen, kein Problem. Ja, Jesus bezahlen, weil Jesus liebt uns, weil er möchte bei uns sein. Aber was macht Allah? Allah, wir lassen dich in den Himmel reißen und machen deine PINIS groß wie eine Palme. Palme, Riesenpalme, du kannst auseinandernehmen, diese ganze Hurl-Ein. Jeden Tag Bumi Bumi machen. Bum Bum Bala. Jesus machen eine gute Gute. Allah macht diesen Lied an. Bum 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 I want you in my room Forever Selbstmord. Selbstmord. Sehr gut. Allah macht dieses Gute Lied an. Bum 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 Ich geb dir Hurl um Ich mach kein Das kann verzeihen deine Sünde wenn du machen eine Selbstmord. Jesus verzeiht nur die Sünde, wenn du auch an ihn glaubst. Und die Nazion, alles Okkultisten. Das wird oben blöd, ehrlich. Kein Problem. Amirovich ist hier. Eure Gott braucht menschliche Opfer. Warum braucht eure Gott ein menschliches Opfer? Bitte. Warum braucht menschliche Opfer? Der braucht keine menschliche Opfer. Diese Gott so lieben Menschen. Du hörst zu. Bitte. Diese Gott lieben so sehr Menschen, dass sie Form von Menschen annehmen, um für uns zu bezahlen. Weil dieser Gott wahrhaftig liebt. Dein Allah liebt niemanden. Dein Allah möchte Menschen mit Hölle füllen. Dieser ist nicht meine Gottbratte. Mein Gott will nicht Hölle mit Menschen füllen. Dein Gott will Hölle mit Menschen füllen. Will seinen Sohn tot sehen. Nein, ich will nichts tot sehen. Jesus Christus hat eigene Wille und hat gesagt, ich gebe mein Leben freiwillig und nehme mein Leben freiwillig. Warum, du sagst so? Du bist ein Luger. Du bist ein Luger. Ein großer Luger. Ok. Guck mal. Warum Dein Gott und der Teufel und ihr Christen habt ihr gleiche Meinung, dass der Jesus muss sterben und wir freuen sich. Der Teufel freut sich. Ihr Christen freut euch. Nein. Ist das nicht ein bisschen merkwürdig? Das ist eine große Luger. Das ist eine große Luger. Du erzählst viele, viele Luger, weil du bist ein Muslim und ein Muslim will Lugen, weil wenn Muslim nicht lugen, dann raus aus Islam. So einfach. Viel muss lugen. Bist du gerettet, wenn der Juden ich bin gerettet, Handel Jesus, Handel Jesus, Handel Jesus, weil meine Gott, meine Gott sagt in Johannes 3, Vers 16, meine Gott sagt in Johannes 3, Vers 16, denn so sehr hat Gott Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab, damit jeder, der einen glaubt, nicht verloren geht, sondern ewiges Leben erhält. Hat sich Teufel gefreut, dass der Jesus tot ist? Und der Teufel freut sich immer über Tod. Der Teufel freut sich immer. Deswegen Allah freut sich, wenn Menschen sterben. Allah sagt, gut gemacht, gut gemacht. Ich freue mich, ich freue mich sehr, dass Menschen sterben. Auch glücklich, dass der Jesus tot ist. Er hat gesagt, gut gemacht, Al-Khidim, du hast unschuldige Jungen getötet. Viel gut gemacht. Du hast viel, viel gut gemacht. In Surah Al-Kaaf, Surah 18, Vers 74. Wie der Teufel. Nein. Dieser Teufel ist dieser Allah. Allah will Menschen Hölle füllen. Warum du sagst nichts über deine Allah? Jesus ist auch der Mann. Kannst du die Frage beantworten? Eine Minute. Du, eine Minute. Ich brate. Hallo, brate, brate. Bitte, hör zu. Bitte. Dann bitte. Warum deine... Brate, brate, brate. Hey, hey, hey. Komm, hören, hören, hören. Warum deine Gott sagen in Surah 11, 119, ich will Hölle mit Menschen füllen? Ist das Gott oder Satan? Ich gucke. Diese, diese ist diese mit sieben Hornern und sieben Augen. Warte, erst mal, du beantwortest meine Frage. Du kannst nicht 200 Fragen stellen und ein Schech, aber mir kann nichts Fragen stellen. Das geht nicht. Das ist nichts gutes Spiel. Das ist nichts gutes Spiel. Spiel immer, wir spielen, spielen immer hin und her. Du ein bisschen spielen, ich ein bisschen spielen. Oh, brate, brate. Du kannst viel reden, weil... Nein, du hast viel geredet. Ich habe eine Frage. Wer, 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 guck mal. Guck mal. Hey, hey, brate, brate, hör zu. Eine Minute, ich brauche dein Gehirn und du verlassst den Islam. Guck mal. Welche, welche Wesen will Hölle mit Menschen füllen? Ist das A, Satan oder B, Allah? Welche? Oh, er ist gut. Beantworten, bitte, brate. Komm, mach dich nicht so mit diesem Dr. Schech, Abu Amir. Ich habe keine Zeit für diese Kindergarten. Warum gehst du immer von der Bibel... Warum du sagst nicht die Wahrheit? Du wirst ganz genau, dass Satan, dass Satan möchte Hölle mit Menschen füllen, richtig? Satan möchte das. Habt ihr gehört? Habt ihr gehört, da habe ich ihn gehabt. Satan möchte das. Habt ihr gehört? Dahin wollte ich ihn bringen. Somit hat er seine eigene Religion vernichtet. Habt ihr gesehen? Das wollte ich nur. Jetzt hat man die Suche, Bruder. Einmal hat er richtig geantwortet. In Wahrheit. Habt ihr gesehen? Genau, genau. Jesus musste da dem Opfer... Jetzt musste die Suche sein, Bruder. Hat er genau seinen Gott als Satan abgesteckt. Habt ihr das gesehen? Jeder musste den Macht passen. Und sieben Auge. Das ist Jesus. Das ist die Suche, Bruder. Nein, das ist Allah. Allah hat ein Schienenbein in Sahih Bukhari 7, 4, 3, 9. Und dann hat er einen riesen Fuß, was tut über Hölle. In Sahih Bukhari 4, 8, 4, 8. Und dann hat er eine große Zwei-Hände, auch in Sahih Bukhari. Und deine Propheten sagen, das ist ein kleiner Mann mit grünem Anzug und wolligem Haar und bartlos. Das sagt er in Schechol-Islam, eben Taimiyah. Dieses Buch, du kennst dieses Buch, Bayern, Al-Talbis, Al-Jamiah, Band 7, Seite 290. Und dann sagen, deine Gott alle lachen. Deine Gott alle lachen mit Zähnen. Aber deine Gott weine. Deine Gott lachen mit vielen, vielen Zähnen. Mit Leibniz, viele Butterkeks, echt mit 52 Zähnen. Du weißt, Allah macht auch mit vielen, vielen 52 Zähnen. 52. Du musst lernen, weil Leibniz hat von Allah geklaut. Leibniz, du kennst den Butterkeks. Echt mit 52 Zähnen. Allah klaut von dieser und in den Koran reingetan. In islamische Schriften. Allah hat Backenszähnen. Du bist ein Lügner. Nein, ich nix lügen. Aber an mir nix lügen. Du kannst gucken, du kannst gucken. Das befindet sich in der Akkabari. Wand 15, Seite 604. Wand 15, Seite 604. Alle lachen, alle lachen. Jeremia 14, 17. Vers. Jeremia 14, 17. Eure Gott weint Tag und Nacht. So, ja, weinen über deinen Zustand. Weinen viel, viel, viel über Bratte. Und sagen, warum diese Bratte folgen einer Religion, wo erlaubt Kinder zu heiraten. Warum? Warum folgen einer Religion, wo diese Gott sagen, dass Frau sperr macht. Warum folgen einer Religion, wo sagen, Hände und Füße abschlagen und kreuzigen. Warum folgen einer Religion, wo ganze Menschen muss gezwungen werden zu Islam. Suche 9, Vers 5. Warum machen diese Religion, warum folgen mit Schutzgelderpressung. In Suche 9, Vers 29. Du willst nichts gut in diese Kopfe? Nichts, nichts gut. Gehirn ausgeschaltet. Ist nichts gut, diese. Nein, ist nichts gut. Bitte. Ich habe keine Zeit für diesen Kindergarten. Altersbegrenzung aus der Bibel. Nein, keine Altersbegrenzung. Nein, 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 nein. Jesus Christus, guck mal. Jesus Christus sagt, wenn du Kinder anfassen. Jesus Christus sagt in Matthäus 18, wenn du fassen Kinder an, wenn du fassen Kinder an, du gehst in die Hölle. Er sagt, es wäre besser, wenn ein Mullenstein um deinen Hals und du versenken wirst in tiefem Meer. Da. Ja. Wir sagen, oh Mohammed, warum du fassen Kinder an? Oh Mohammed, warum du fassen Aisha an? Aisha, noch kleine Kinder, warum du machen das? Ja? Ja. Du hast keinen Beweis aus meinem Buch, aus Kurban. Doch, ich habe Beweis aus deinem Buch. Lass mich mal reden. Lass mich mal reden. Und du hast... Du antwortest nicht auf meine... Du antwortest nichts. Du machst keine Antwort. Keine, keine Antwort. Was ist das? Guck mal, bring mir einen Beweis aus christlicher Quelle oder jüdischer Quelle oder historischer Quelle wegen dieser Ehe, dann konvertiere ich sofort zu deinem Christentum. Welche Quelle? Und hör auf zu drüben, wenn du kein Wissen hast. Welche Quelle musst du haben? Bring mal bitte deinen Cousin oder Onkel oder wie der heißt, er hat ein bisschen mehr Ahnung von Bibel. Okay, welche Quelle du wollen haben? Verstehst du? Welche Quelle? Und wenn du eine, eine Begrenzung für die Heirat in Bibel, dann konvertiere ich auch. Du siehst doch, du siehst doch, dass laut Bibel, wie viele Jahre darf man heiraten? Mein Lieber, du siehst doch, dass die Frau, du siehst doch, dass die Frau reif sein muss im Kopf. 36 kannst du auch. Das kann er nicht wahr sein. Warum du hörst nicht? Du musst dich wieder in die Stimme machen. Hallo, Brate. Brate, bitte, bitte, ruhig, ruhig. Dein Blut am Kochen, bitte, mein Blut auch, viel kochen. Viele Kopfschmerzen, nichts Gutes. Nein. Mach mal viel Ruhe, bisschen Atme. Du bist ein Teufelanbieter und verkaufst die Schieße, du beleidigst, siehst du, du beleidigst, du sagst, ich bin Teufelanbieter. Du weißt, mein Gott will nichts Hölle füllen mit Menschen. Dein Gott will füllen mit Menschen in Hölle. Mit diesem Vogel da, komisch, du weißt, dass du kein Christ bist. Okay, ich will nichts mehr reden mit dir. Ich habe versucht, aber nichts gegen diesen Kopf rein, weil diese Gehirn nichts arbeiten. Du bist entlarvt als Satananbieter, verstehst du? Nicht mal die Christen nehmen dich mehr wahr. Das ist dein Problem. Ja? Sie zieht es. Beuzelanbieter, ist da. Und viele aus Iran, Irak, Syrien kommen hier, richtige Teufelsanbieter, das gibt es da tatsächlich, und stellen sich hier vor als Christen. Boah, Peter, sei verrückt, du nervst. Ohne Spaß, deine Lügen, die kann man gar nicht mehr hören, ehrlich. Dann, du erzählst so einen Quatsch, ne? Du hast nur eine Ahnung von deinem Koran, du hast nur eine Ahnung von der Bibel und du willst reden. Das ist jetzt die neue Technik von euch, irgendwelche Sachen zu erfinden. Wir treffen uns im Bohnen und debattieren und wer zuerst bringt, fängt doch gar nichts mehr, du nimmst ausgehend. Du musst von Deutsch hören und sprechen. Bitte, 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 nicht schreien, zu sprechen. Warum du machen solche Angebote? Warum du machen solche Lüge? Du weißt, du wirst, Dr. Cheikh Abu Hamir hat viele, viele Ahnung. Warum du willst debattieren mit jemandem? Warum du willst debattieren mit jemandem, der viele, viele Ahnung hat? Warum? Warum du machen solche Treffen uns und machen eine Debatte? Warum ich muss treffen? Guck mal, hier ist ein guter Platz. Guck mal, hier ist ein guter Treffung. Guck mal, du kannst nichts mal hier machen. Und dann, ich muss kommen nach Bonn. Warum? Warum ich muss kommen nach Bonn? Wo bist du? Ja, aber du musst mir Baklava machen. Baklava und Chai schön machen. Schönen Platz für Dr. Cheikh Abu Hamir. Du musst gemütlich sein. Du musst dir viel Liebe zeigen. Viel Baklava machen. Ich will ein schönes Essen essen. Schönes, lecker, lecker Essen. Ich verstehe. Ja? Diese, was ich dir gesagt habe, steht auf Serbo-Kroatisch auf meinem Stream bei Tito schon seit zwei Wochen. Nicht einer hat sich gemeldet. Und ich habe die alle mundtot gemacht. Ganze Balkan. Wen hast du mundtot gemacht? Ich bitte dich. Du bist doch nicht in der Lage eins und eins zusammenzuzählen. Du kannst doch niemanden mundtot machen. Das kann doch nicht dein Ernst sein. Bruder Amir, Bruder Amir, Bruder Reza sagt, guck mal, Fratello Reza sagt immer, man muss erst diese Tests machen, Mathe-Tests mit einem Menschen. Zwei plus zwei Fragen. Wenn die richtig beantworten, dann wissen wie man kann reden. Wenn die nicht richtig beantworten, dann raus. Zehn willst du schenken. Koran, Tito, was jetzt warst du zwei? Hallo, du hast viel Blamage gemacht. Hallo, Brate, du hast viel Blamage gemacht. Warum du willst debattieren? Ich mache dich lächerlich. Warum mache ich lächerlich? Du folgst einem Mann, guck mal, du folgst einem Mann, der gesagt hat, du in Gendal schlafen mit zwei deine Schwestern. Riese, nichts normal. Bitte, bitte, nichts Blamage hier machen. Hast du Angst? Lieber zwei Monate, drei Monate fahren die UPS, oder was willst du? UPS und Paket liefern bei dir. Viele, viele Hurelein-Paket, viele von Gendal. Eine Stunde debattieren, eine Stunde debattieren mit Kur'an 1. Du Verlierer. Du Verlierer. Warum du machen keine Macht, drei Hohle für Allah Schienenbein? Sag mir. Warum wirst du debattieren? Warum hat Allah Schienenbein? Sag mir. Warum diese Allah Schienenbein? Hörst du jetzt zu? 20.000 Euro, du 10. Und wir debattieren. Koran gegen Wider 10 Wider Budget und ich gebe dir Vorteil Wenn du das nicht annimmst, dann seid ihr Lügen. Eure Buch ist Lüge. Ich habe gerade eine Frage gestellt. Habt ihr gesehen, wie er seinen eigenen Gott als Teufel abgestempelt hat? Habt ihr es mit denen? Hattet die überhaupt 20.000 Euro? 20.000 Pinion Sitz. 20.000 Pesos 20.000 Pesos 20.000 Pesos Einfach 20.000 Pesos Amin Gott segne dich und deine Familie. Danke dir. Amir, ich habe eine Frage. Ja, mein großer. Du hast ja gesagt, dass Aisha sechs Jahre alt war, als sie Mohammed geheiratet hat. Nicht ich sage das, das hat Aisha selber. Und wo steht das? Das steht in Sahih al-Bukhari. Er hat zuerst mit neu geheiratet. Nein, hat sie sechs jahren geheiratet mit neun die Ehe vollzogen. Sie sagt das selber. Und er hat sie mit neun vollzogen und da hat sie noch nicht ihre menstruationen gehabt. Das kannst du nachlesen in Sahih al-Bukhari 61,30. Du bist auch so belehrt. Ex-Mustil das oder solche lese. Ja, ich kann es aus einer vorlesen, wo steht, dass sie keine menstruation hatte. wo haben wir dies hat jetzt vor? Sahih al-Bukhari kummer fächern, fächern, du hast gefragt, bitte ein stiftung papier holen, ich will, dass du aufschreist, weil deine frage war, dass eine aufrichtige frage werden. schreibe immer alles aufbauen, so weiß das auch ganz sehr gut, sehr gut, dann bitte stiftung papier 613 0 100 dot kommt, allein wenn du sahih al-Bukhari sagst, ich habe sahih al-Bukhari das alles auf, ok, sahih al-Bukhari den band kann ich auch sagen, dann kannst du direkt den hadith öffnen, warte bitte, ich schreibe vor, sahih al-Bukhari 61 30 ich spielte in der gegenwart des propheten mit den puppeln und auch meine freundinnen spielten mit mir wenn Allahs gesamter Friede mit ihm meinen Wohnort betrat versteckten sie sich aber der prophet rief sie dazu auf sich mir anzuschließen und mit mir zu spielen geisteskrank wie du das wie das dich anhört ein kleines Kind warte warte sie hat mit puppeln gespielt und du weißt im islam ist es verboten mit puppen zu spielen es sei denn du bist auch ein kleines Kind das die menstruation nicht erreicht hat das spiel mit puppeln und ähnlichen bildern ist verboten aber für archer war deine äußerung war im seien zuhören oder was willst du warum fällst du das wort zu weil du falsch auf das spiel mit puppeln und ähnlichen bildern ist verboten aber für archer war es damals erlaubt da sie ein kleines mädchen war und noch nicht das pubertäts alter erreicht hat katol bari seite 143 band 13 ein prophet hat ein kleines kind angefasst ich habe gehört und den fach soll bari seite 143 band 13 ist also wenn du sagst er bin hajjal alaskalani der große hadith gelehrte der seite ist nicht alles erklärt jetzt sahib buchhari willst mich veräppeln also sahib buchhari hast du mir vorher gesagt aber danach den kommentar erklärt dann den hadith warum zu der zeit erlaubt wurde mit puppen zu spielen weil es dem islamischen recht nicht erlaubt ist mit puppen zu spielen weil sie ein bild bildnis zu zeigen das ist nicht erlaubt du darfst du weder bildnis machen noch bilder an die wand aber er hat das erst erzählt im nachhinein als schon die ehe voll vollzogen worden ist und so weiter und so vor richtig dankeschön da hat dein prophet ja wirklich mit einem kleinkind geheiratet und die ehe voll zu nicht aber irgendwie dazu ok du hast doch gerade was haben ich danke schön dürfen wir dürfen wir darüber reden bitte es ist erlaubt hier noch mal was christentum zu reden über den koran oder geht ich mit einem kleinkind oder was die los ne mit einem wachsen man wir diskutieren doch also du siehst doch dass ich die beweise bringen und das sind nicht meine aussagen das sind die aussagen von ibn haja der sagt das spiel mit puppen und ähnlichen bildern ist verboten aber für arische war es damals erlaubt dass sie noch ein kleines mädchen war und noch nicht das pubertäts alter erreicht hat und wenn man das pubertäts alter nicht erreicht hat hat man auch niemals menstruiert du siehst dein prophet hat wirklich ein kleinkind auseinander genommen und ich leute 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 stellt euch mal vor der mohammed abubakir und omar haben dann mohammed nach der hand von alfa alfa von fatima gefragt der mohammed hat gesagt sie ist zu jung wisst ihr wie alt die fatima war sie war zwölf jahre alt aber selber heiratet er ein sechsjähriges kind und vollzieht die ehe mit neun schaut euch das bitte an das befindet sich jens sondern anders sei ja dies 32 21 das war und 33 sieben an den gesamten allahs heiratet ich komme gleich wieder ja es wurde überliefert dass ich sagte der gesamte allahs heiratete mich als sie sechs war und verzog die mit mir einzig neun war und ich pflegte mit puppen zu spielen sondern anders 3 37 8 heftig der mohammed schläft einfach mit einem kleinkind das mit puppen schläft er hat immer noch nicht gehört dass sie keine menstruation hatte also ein kleinkind das alter der pubertät erreicht hat du sagst wie die mensch ist so krank du hast im sahel bohari steht das drin dass sie schon die menstruation hatte ich hab schon nach gefragt auf diesem vers und in diesem vers hast du mir nicht vorgelegt und dass du sowieso schon unehrliche person bist das wissen wir vorher noch nicht das alter der pubertät erreicht hat wie alt ist sie denn dann was ist was bedeutet der pubertät was bedeutet pubertät macht nicht das heißt ich sag der demonstration bekommt sie ist brauche also sagt eben hajad alaskar siehst du hast den mohammed gerade selber vermichtet dankeschön das was an alle sind bitte schreibt mir rein wenn die euro pubertät bekommen habt schreibt das mal einfach an die schwestern hier drin oder an die muslimas mit wieviel jahren habt ihr eure menstruation bekommen vielleicht mit 12 13 hier ist eine patrona mit 9 hier ist eine patrona mit 13 wir gucken mit der mehrheit 12 14 14 mit einer neuen reinschreit kommen sehr ruhig 13 15 mit 3 3 auch noch siehst du mit 3 komm mal was das ist das ist ist wir reden diese wo sagen wir reden warte mal ganz kurz ganz gut ganz kurz ich habe nur diese frage gibt es nicht gibt es nicht einer dies wo die einstehre mit 15 ihre menstruation das gekriegt hat in einer schlacht in der schlacht von tabuk stimmt da hat sie ihre ist eindeutig ich habe den hat ist hier ein moment ich habe den hat ich erwarte an alle frauen wie oft kriegt ihr die menstruation ich glaube einmal im monat oder wenn wir jetzt ehrlich wahrscheinlich alle 28 tage man wo bist du aufgewachsen alle 28 tage aber nicht eine andere tage hast du gesagt einmal im monat hörst du mir richtig zu einmal 28 tage ich dachte nein 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 alles gut alle jeden monat kriegt er ihre menstruation aber felschen jetzt mal hand aufs herz bruder arme wird dir zeigen dass ich die pubertät hatte aber jetzt lass mal denken wie gingen sie jetzt mal mit dir mit die hat jetzt die pubertät mit neun würdest du mich verarschen würdest du mir jetzt wirklich sagen mit neun kann ich jetzt ein kind heiraten soll ich die 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 hat hat das ich meine hand ins herz zur heutigen zeit nein ja aber ich sage noch jesus ist noch älter als muhammed wo das mich eine gegenfrage stellen und antwortet mir auch mit hand aufs herz ja ehrlich wie hoch war die lebenserwartung eines menschen zu diesem zeitalter und bitte sage nicht mit 80 jahren sind die da gestorben ja wie hoch war das lebens wie auch war die lebenserwartung eines menschen die hat bei 30 40 50 so in dem dreh das ist wurs weil ein kind ist ein kind mit neun kann du doch nicht reingehen hast du hast du hast du Cousinen hast du Geschwister hast Cousinen hast Cousinen oder Geschwister hast du schon mal eine sechstjährige Cousinen von dir gesehen hast du ihr körper gesehen hast du ihr körper mit neun gesehen ist es ein körper mit dem man sex haben sollte es sind Kinderkörper egal warte bitte egal welche Zeitraum das war das war ein Kinderkörper ich habe zwei Töchter und mit zwölf sind die immer noch nicht auch keine Frau das sind Kinder die gehen kaputt wenn du mit dem sex hat verstehst da muss ja bei deinem vorfahren auch so anfangen weil das im christentum ja wir haben das ich habe beweise hier laut kirchlichem recht darfst du nach laut der bibel nicht nach kirchlichen recht du musst laut der bibel gehen es gibt keine die weil du orthodox bin ich bin ein nachfolge das jesus christus und doch nur an die bibel allein erzähl kein quatsch ich bin doch selber römisch katholisch gewesen ich kenne mich doch damit aus ich drinnen rebeka rebeka erzähl kein quatsch erzähl einfach keine lüge rebeka war 3 ist doch nicht normal immer das gleiche geht bitte auf euch gucken bei Aisha und du kannst mir nicht erzählen dass eine bruder ist da bitte sag es das ganze findest du da erklärt der ibn Hajjad al-askalani dass die Aisha immer noch zu der Zeit von Tabuk das heißt bei der fangen hat zu menstruieren das findest du in band 10 seite 543 das war es dein islam ist ruiniert schickst du mir das zu ich schreibe es dir auf fattel bari band 10 seite 543 fattel bar ganz kurz bitte er kennt noch nichtmals die werke von imam ibn hajjad al-askalani sein fattel bari das ist unfassbar mein lieber das ist einer der authentischsten sunnitischen gelehrten die es überhaupt gibt das ist ein monster gelehrter warum bist du nicht im islam geblieben bruder gerade weil ich mich auseinandergesetzt habe wenn er so stabil ist wenn er so stabil ist warum bist du nicht im islam wenn er so stabil ist dann ist er doch Fakt und Hack oder nicht weil er so stabil ist dann erzählt er doch Hack dann erzählt er doch dass Aisha erst mit 16 die Pubertät hatte dann erzählt er mit seinem Hack dass Mohammed eine 9-jährige die keine Menstruation hatte penetriert hat dann erzählt er doch Hack oder nicht ja du siehst sogar dass die Mutter von Aisha die Aisha mit Gurken und Datteln körperlich aufbauen wollte weil sie zu schwach war um in die Ehe mit Allahs Gesandten sie zu geben das ist krank sie war also ein unreifes vom Körper auch unreifes kleines Kind das ist ein geisteskrank Mann wie kann man sowas verteidigen ihr seid nicht mehr dicht in der Birne aber ist schon krass dass ihr in der Wüste schon Gurken und so weiter hatten dann hatten die schon Geld gehabt die Leute da ablenkt das interessiert die mit so einem Müll was da auf einmal rauskommt das ist unglaublich warum wir reden über Tatsache er kommt mit über diesen Wahnsinn was sich in den islamischen Schriften befindet und dann machst du dich sogar noch lustig darüber es ist krank nein ich mach mich nicht darüber lustig ich mach mich nur darüber lustig nur ich hab mich gefragt so Wüste Gurken und so weiter ich hab gefragt du denkst du denkst dass Mohammed in der Lage war irgendwelche Gurken bei sich zu haben in seinem Harem was der die ganze Zeit unterwegs war die hatten also keine Gurken Tomaten nix die kam ja aus Saudi-Arabien aus Mekka ich kann mir da schlecht vorstellen dass im Mekka da irgendwo Gurken angepflanzt worden sind die müssten dann von irgendwo der hat sich gefühlt die ganze Erde fast erobert damit hat er nicht was wer wer das kannst du keinem erzählen Herr Jesus Mohammed hat sich überall sein Territorium sich immer mehr erweitert ihr hört das mit euren eigenen ihr hört das mit euren eigenen Augen Israel ist super beispielsweise dann neben Israel hat es schon ein Handelsland überhaupt guck mal hier Sunan Abu Dawood Hadith 3903 schreibt euch das auf ihr Lieben Sunan Abu Dawood 3903 ich zitiere du musst bitte immer erwähnen ob das ein Sahih alles Sahih was erzählt er will nicht ohne Sahih ich würde niemals ein unauthentischer Hadith bringen weil ich kenne euch das ist Sahih Sahih korrekt meine Mutter wollte mich an Gewicht zunehmen lassen um mich zum Haus des gesamten Allahs Friede sei mit ihm zu schicken aber nichts von dem was sie sich gewünschte nützte mir bis sie mir Gurke mit frischen Datteln zu essen gab dann habe ich so viel zugenommen wie sie wollte Sunan Abu Dawood welche Zahl Sunan Abu Dawood das ist der Sohn von Abu Dawood ich weiß nur welche Zahl 3903 Sunan Abu Dawood 3903 damit das alle sehen schreibe ich jetzt in den Kommentaren stellt euch mal vor Leute ich sag euch an alle Christen hier drinnen stellt euch mal vor in der Bibel würde es heißen Jesus Christus hat nach der Hand um ein sechsjähriges Mädchen geheiratet und hätte mit ihr mit neun geschlafen wer von euch wäre heute noch Christ wer von euch noch Christ kein einziger würde von euch Christ sein ja ich bin da auch noch ich bin da auch noch guck mal Feschön Feschön wenn du jetzt ehrlich bist du siehst es doch selbst Mohammed hatte wirklich mit einer neunjährigen sechs geheiratet also nicht Entschuldigung sechs verlobt mit neun geheiratet richtig die ihre auch vollzogen du kannst mir nicht sagen das ist normal Hatte er mit Aisha Kinder bekommen? Hatte er mit Aisha nicht ihr Geschlechtsverkehr gehabt? Hatte er mit Aisha nicht ihr Geschlechtsverkehr gehabt? Boah Ist doch egal Es ist egal ob der Kinder hat er mit ihr gehabt Nein warte ganz kurz Hatte Aisha nicht ihr Geschlechtsverkehr? Er hat deinen 53 jährigen Körper auf ein sechsjähriges Kind gelegt Willst du mich verarschen Mann? Was sagst du hier mit Kindern Mann? Du bist der Verteidiger von Fädos oder was? Warte Nein Schämst du dich kein bisschen nervt? Schämst du dich nicht? Ich habe ja schon eben erklärt die Lebensverkehr von einem Menschen war ja früher Mann Ich schäme mich sehr Vor 2000 Jahren Vor 2000 Jahren In Jesus Zeit Da ist ihr Lebensverkehr noch geringer gewesen Und die haben sowas nicht gemacht Nein aber ich will nur von dir wissen Ex-Muslim Hatte er mit ihr Kinder bekommen? Hat er mit ihr Kinder gehabt? Hat er Geschlechtsverkehr mit ihr gehabt? Schon Sunan Guck mal Sunan An-Nasasai 3378 Er hat die Tatsache dass er mit ihr geschlafen hat Das ist ihm scheißegal Er fragt nur Hat er mit ihr Kinder gehabt? Schaut euch das bitte an Ich frag dich doch Aber dass der Mohammed den Akt vollzieht Das ist ihm scheißegal Beantwortet mir doch die Frage Hat der Maumau mit Aisha gespielt? Hat der Mohammed die Ehe konsumiert? Hat der Mohammed die Ehe mit neun Jahren konsumiert? Ja oder nein? Hat der Mohammed die Ehe mit neun Jahren konsumiert, ja oder nein? Hat Mohammed die Ehe mit neun Jahren konsumiert, ja oder nein? Ich mache es bis morgen weiter. Hat Mohammed die Ehe mit neun Jahren konsumiert, ja oder nein? Er hat mit neun Jahren die Ehe geschlossen, ja. Ja, schrieb du. Und jetzt komme ich zu der Frage. Dankeschön, danke. Das war's. Die Debatte ist vorbei. Dein Prophet hat wirklich ein sechsjähriges Kind geheiratet, die Menstruation nicht abgewartet und sie mit neun Jahren entjumpfert. Wer kann sowas als Vorbild nehmen, ihr habt sie nicht mal alle, Mann? Warte ganz kurz, ich frage dich ja noch mal, hat er mit ihr Kinder bekommen, ja oder nein? Der ist krank, der Typ, Mann. Der hat sie nicht mehr. Der kann eine Riesenblockade, der hat eine Riesenblockade gerade im Kopf. Ja, ja, der kann es sich verarbeiten. Stell dir mal vor, ne, ich komme jetzt zu dir, ne? Stell dir mal vor, ich bin dein bester Freund, voll schön, ein bester Freund. Du denkst, ich bin der Prophet. Ja. Und ich komme zu dir nach Hause und sage, Allah hat mir einen Traum gegeben, dass ich deine Tochter heiraten soll. Sechs, sechs Jahre. Ja. Dann sage ich, mein lieber Prophet, inshallah, wenn sie alt genug ist, können wir darüber reden. Nein, 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 nein. Ich sage, nein, ich will jetzt, ich will jetzt nicht inshallah. Warum hat dann Abu Bakr nicht so reagiert wie du? Abu Bakr hat gesagt, aber du bist mein Bruder. Also der hat so ganz fassungslos, genau, also fast wie du reagiert. Also stimmt, die haben beide richtig reagiert. Nein, das hat schon mal. Und jetzt, guck mal, wenn sie alt genug ist, guck mal, du hast auch ein großes Problem, sei kein Kind abzugeben. Also, guck mal, du sagst nochmal, sag nochmal. Ne, ich darf, jetzt darf ich mit 30 Sekunden mal ausreden. Also, ihr sagt, er hat mir, da ich ja keine Kinder bekommen. Früher, wie haben die denn, äh, 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 safer Sex gehabt? Hä? Wie sind denn das? Hä? Wie, ich hab, nee, das heißt, überall, 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 wo du reingeschimperst hast, ich glaube, ich meine Kinder, überall, wo du reingeschimperst hast, wo du reingeschimperst hast, ich werde gleich mit meinem Kopf gegen Wandklatschen, ich sage euch, das heißt, ihr habt ja gar keine Beweise, was er mit dem Regen war. Ach, du Heiliger, ach, ihr hört das mit euren eigenen, oh, ihr hört das mit euren eigenen, oh. Das, was der sagt, das sind unglaublich. Ja, zeig mir doch die Beweise, zeig mir die Beweise, wo ist das Kind, wo ist das Kind, und wo ist der Geschlechtsverkehr? Boah, ich krieg Kopfschmerz, das ist nicht normal, ehrlich, ihr macht das extra. Ich glaube, ich hab das Gefühl, ihr wird so trainiert, ihr wird so trainiert, ihr wird so eine Euro. Ehrlich übertrainiert, ihr wird trainiert, ihr macht eine höchste Form. Ach, ich sag doch selber, wir haben die Ehe konsumiert, das heißt, es exuelle Verkehr. Die Ehe konsumiert. Ja, was bedeutet denn Ehe konsumiert? Hat der Mau Mau mit dir gespielt, oder hat er, ist er in ihr gespielt? der verteidigt das Ganze. Schaut euch das an, der will den Islamisch verteidigen und fängt, der verteidigt Böse. Ich bin Pädophilie bin und so weiter, so ein Schwachsinn. Du verteidigst. Das ist keine Pädophilie. Das ist sehr gefällig, was du sagst gerade. Nein, nein, nein. Nein, nein, das sag ich auch. Leute, warte ganz kurz. Das ist Pädophilie. Sei al-Bukhari 5081 Schreibt euch das bitte auf, ihr Lieben. Sei al-Bukhari 5081 Dr. Scherer, aber mir hilft euch. So, ich zitiere. Der Prophet, Friede sei mit ihm, bat Abu Bakr um Aishas Han zu heiraten. Abu Bakr sagte, aber ich bin dein Bruder. Der Prophet, Friede sei mit ihm, sagte, du bist mein Bruder in Allahs Religion und seinem Buch, aber Aishas mir erlaubt zu heiraten. Klang, ne? Der Abu Bakr war fassungslos. Der hat genauso reagiert wie Fashion. Habt ihr gerade die Antwort von Fashion gehört, wo der gesagt hat, ja, okay, wenn du später kommst und die später etwas größer ist, dann werde ich sie dir eventuell geben. Und genau so hat der Gefährte von Mohammed reagiert, der Abu Bakr. Aber ich bin doch dein Bruder. Das heißt, mit anderen Worten, wie, du fragst mich, wir sind doch im gleichen Alter. Wie könntest du mich nach meinen kleinen Mädchen fragen? Das heißt, du behauptest gerade, wenn Abu Bakr abgelehnt hätte, hätte er ihn geköpft, oder was? Was redest du, Mann? Was ist denn, wenn du zugehörst? Was ist denn, wenn Abu Bakr abgelehnt hätte? Habe ich irgendwas von Dings gesagt, was du gerade gesagt hast? Ich habe gesagt, schau dir nur die Fassungslosigkeit an. Ja, was wäre da passiert? Warum hat Abu Bakr, wenn er so fassungslos war, aber sich wehren könnte, warum hat er es nicht abgelehnt? Weil er der Prophet ist. Er wollte den Propheten ja nicht so verletzen in dem Moment. Weil der noch glaubt, dass er ein Prophet ist. Also warte mal, Fashion, Fashion, guck mal, warte. Wenn Mohammed leben würde, du hättest eine kleine Tochter, Mohammed, so wie du sagst, der beste Mensch der Welt, er kommt zu dir und will die Hand um die Hand an deiner kleinen Tochter anhalten. Was sagst du in dem Moment zu Mohammed? Inschallah, so Gott will später, kein Problem. Der Mohammed sagt, nein, ich will jetzt. Ich will jetzt, sagt er. Ich will jetzt, was dann? Inschallah, später. Was? Er sagt, ich will jetzt nicht, Mohammed ist auf einmal doch nicht so der beste Mensch. Mohammed ist auf einmal doch Warte, 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 Warte. Mohammed ist doch nicht so der beste Mensch für Fashion. Merkt ihr das? Habt ihr gesehen? Der hat auch ein Problem, damit sein kleines süßes Baby dann wegzugeben. Aber was hat sein Gesandter gesagt, als Mohammed gestorben ist? Weint nicht um Mohammed, er war nur ein Mensch. Es gibt immer noch Allah, oder? Warte mal, ihr sagt, er war federfrei sündlos, der beste Mensch, der je gelebt hat. Warte, ganz kurz. Sag mir bitte nochmal diesen Hadith, wo dieser Gesandte im Sterbewerb, wo Mohammed rausgegangen ist. Was hat er gesagt? Wenn ich sage, 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 Inschallah, wenn Allah will, wenn Gott will, so Gott will, ja, dann ist das so. Ja, aber du weißt doch, dass du den Gesandten gehorchen musst. Ateni Rasul, Ateni Rasul, Ateni Allah. Wenn Allah und sein Gesandt nicht gehorcht, was passiert dann? Bist du ein was? Nochmal, nochmal? Ateni Rasul oder Ateni Allah. Was bedeutet das? Ateni? Ja, Ateni Rasul oder Ateni Allah. Gehorcht den Gesandten und gehorcht Allah. Ja. Wenn also Allahs Gesandter, das ist der Prophet deines Gottes, zu dir kommt und sagt, ich möchte deine Tochter heiraten, dann sagst du zu deinem besten Vorbild, der beste Mensch, der je gelebt hat, komm später wieder. Inschallah. 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 Die Leute zu der damaligen Zeit, die Leute zu der damaligen Zeit haben seine Kaka und sein Pipi getrunken und gegessen und haben seine Unterhose in so einen Topf gemacht, damit sie Genesung bekommen. Aber du gibst deine Tochter nicht weiter. Du erzähl, guck mal, was du für einen Scheiß du erzählst. Wirklich, schäm dich. Wenn ich dir das beweise, verlässt du den Islam? Hä? Wenn ich dir das beweise, dass sie deine Kaka und Pipi gegessen haben, verlässt du den Islam? Boah, was sind das für Menschen, die sowas gemacht haben? Bruder haben gezeigt. Bruder haben gezeigt. Dankeschön, danke. Aber warte mal kurz. Warte mal ganz kurz. Boah, der kann seinen eigenen Islam nicht ertragen. Merkt dir das? Merkt dir das? Heftig, ne? Dann hast du Allahu Akbar gerufen. Äh? Allah Akbar? Fünfmal am Tag hast du das gerufen. Fünfmal am Tag hast du an alles geglaubt. Und kommst wirklich mit deinem Nacken hierher. Weiß doch jetzt nicht aus, Mann. Kommst mit deinem Nacken hierher. Und ohne Scham zu fühlen. Nackensteak. Nackensteak. Nackentherapie, Nackentherapie. Oh mein Gott. Das können wir Mist. Ja, siehst du dir, der hat ein Riesenproblem mit diesen ganzen islamischen Schriften. Der führt selber eigentlich gegen seinen Islam. Also ist er gegen den Islam. Dann ist er in Europa. Ich bin ja froh für dich, dass du dich im Christentum gefunden hast und dass es genau dein Ding ist, für Fame abzugreifen und so weiter. Finde ich alles. Lass mich schon ausreden. Ich finde das toll, dass du dich gerade glücklich findest und dass du genau in deinem Element bist. Alles schön und gut. Und immer wenn du behauptest, dass das Christentum die schönste Religion der Welt ist, frage ich mich. Habe ich noch nie behauptet. Habe ich noch nie behauptet. Erzähl dich. Ich sage noch niemals Christentum. Ich sage auch niemals Religion. Ich sage immer, ich bin ein Nachfolger des Herrn. Lügt doch nicht hier über mich. Warum kommt sie hin und lügt über mich? Jesusweg ist der richtige und es gibt keinen anderen und blablabla. Damit sagst du. Genau, weil er selber sagt. Und Jesus Christus Ableitung Christentum passt ja. Wenn ich sage Christentum, fühle ich dich nicht gleich. Nein, dann brauchst du überhaupt nicht Christentum zu erwähnen, dass du daraus wieder so eine Religion machst. Dann sage ich einfach Jesus Christus. Besser? Sag mal Nachfolger des Herrn. Von Jesus Christus. Und jetzt kommst du hierher und versuchst ja und sagst, Jesus Christus ist der beste Mensch der Welt. Es gibt keinen besseren. Folgt mir. Ich zeige euch den schönen Weg, den es jemals gibt. Aber redest im selben Atemzug über den Islam schlecht. Und sowas hat immer nur fanatisch-religiöse Züge, die du hier aufzeigen möchtest. Laberst du Fäsche. Lieber Fäsche. Erzähl doch kein Mist hier. Die Muslime fragen mich immer, warum du den Islam überhaupt verlassen hast. Deswegen zeige ich aufgrund dieser ganzen Videos meine ganzen Beweise, die ich gesammelt habe, damit die Muslime ja selber ihre geistliche Fähigkeit zurückbekommen, um nachzudenken, nachzuprauschen und sich nicht verarschen zu lassen. Du hast dich gerade 50 Millionen mal gelogen und das Ganze ja fast verdreht. Du konntest vor zwei Wochen nicht mal die Taschut aussprechen, wo dich einer gefragt hat. Die Taschut oder Taschahut? Taschahut. Taschut. Was für ein Taschut, Mann. Sprich die mal aus. Sprich die jetzt mal aus. Du hast jetzt ja da drauf. Du musst es ja gelernt haben jetzt. Du bist doch der Gelehrte. Selbst wenn ich dir den Taschut mache, glaubt du mir trotzdem nicht. Ich weiß auch, wieso du mir nicht glaubst. Weißt du auch, wieso du mir nicht glaubst? Weil egal, was ich dir sage, du bist richtig verblendet, weil du das nicht wahrhaben kannst. Wallah, 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 ich mag dich so als Mensch, wie du bist als Mensch, ja. Aber deine Ideologie, deine Ideologie ist falsch. Du kannst meinen, was du willst, aber sag, den kannst du nicht wegmachen. Wirklich. Was ist denn besser, Fashion? Wenn jemand hingeht und Aufklärungsarbeit macht und die Leute zum Herrn ruft und den Islam halt so ein bisschen aufdeckt als eine falsche Religion oder wenn jemand mit einem Schwert an deinen Nacken hängt und sagt, entweder du glaubst an das, was ich glaube oder du kriegst jetzt Nackentherapie. Alter, nimm doch das Neue Testament in die Hand, ja. Dann nimm doch das Neue Testament in die Hand, wenn du immer live gehst, nimmst du es so in die Hand und lest ein paar Bibelferse vor. Warten wir doch den ganzen Tag so. Ich weiß nicht, dass ich immer die Töne, Zeimen aufzeln lasse, den Lern anbete, fröhlich bin und alles in einem, wie ich schön kombiniere. Guck mal, hier sind 482 Zuschauer und viele von denen kennen dich. Und bei Ahrat, wie viele, du erzählst mehr Suren über Koranversen und mehr Hadithe als gegen ein Bibelferst. Wir müssen natürlich über gewisse Dinge sprechen. Stell es auf und gib das Evangelium. weitererzähl, kein Quatsch. Das ist das Erwählte. In fast jeder Passage wird Christentum und christliche Glaube, Jesus, alles wird berichtet. Darf ich dann nicht, dürfen die Christen dann nicht etwas dagegen sagen und das richtig und klarstellen? Was denn? Okay, wenn jemand die ganze Zeit Lügen über dich verbreitet, würdest du nicht auf die Idee kommen und zu sagen, hey, wartet mal, das, was ihr über mich verbreitet, stimmt so nicht, ich muss das klarstellen, oder? Aber du trickst ja schon die Leute schon allein mit dem Namen Ex-Muslim. Jetzt blenk dich ab, ich hab dir gerade eine Frage gestellt. Aber ich sage, wenn jemand Lügen über dich verbreitet, rein hypothetisch gesehen, wenn jemand Lügen über dich verbreitet, würdest du nicht, äh, fäscheln, würdest du nicht auf den Gedanken kommen, um das Ganze klarzustellen, oder würdest du es einfach hinnehmen? Wenn dich einer angreift, deswegen ist es dein Recht. Aha, siehst du, also wenn der Koran, hör zu, wenn der Koran also die Bibel angreift, das Fundament der Christen und sagt, ich bin der Gott, ich bin euer Gott und der Mohammed ist der letzte Gesandte, aber die Bibel uns warnt vor falschen Propheten und vor dieser Religion, so hat jeder, jeder Christ die Aufgabe, die Pflicht dazu, das ist seine Pflicht, die Finsternis aufzudecken, weil wir keine Religion haben. Es ist ein Rieser 5 Vers 11. Es ist, es ist dein Recht auf jeden Fall, ja, zu 100 Prozent. Habe ich dir nicht, dieses Recht, dieses Recht würde ich dir niemals wegnehmen. Wenn dich einer angreift, egal ob das ein Jude, ein Buddhist, ein Hindu ist oder ein Muslim ist, sobald dich einer angreift, ist es dein Recht, deine Religion zu verteidigen. Zu 100 Prozent. Zu 100 Prozent. Also hast du kein Problem, das ist deine eigene Religion. Ohne Diskussion. Jetzt kommt aber das große Aber. Jetzt kommt, jetzt kommt, Mann. Nein, guck mal. Wie hast du dich eben genannt, Ex-Muslim, wie hast du dich eben genannt, Gottes Nachfolger oder Nachfolger des Herrn. Nachfolger des Herrn. Warum hast du dich nicht so genannt, das ist ein ganz schön, das ist ein wunderschöner Name. Ist das doch völlig egal, ob ich, die Leute kennen mich doch, sobald die mein Gesicht sehen, ist es egal, ob ich Ex-Muslim da drinne habe oder Dr. Sheikh Abu Amir oder Amir oder was weiß ich was. Dann nenn dich doch Dr. Sheikh Abu Amr. Ich nenne mich extra jetzt Ex-Muslim der Beste. Nein, Ex-Muslim ist ein schöner Name. Was hat das mit Namen zu tun? Es kommt darauf an, was ich zu sagen habe. Die Menschen hören auf das, was ich sage, weil sie sich mit mir identifizieren können. Doch nicht mit dem Namen. Was haben die mit dem Namen zu tun, Mann? Nein, ich habe kein Partei. Ich stelle mich demnächst Amirovic oder Amiren oder was weiß ich was. Gib mir einen albanischen oder jugoslawischen Namen oder so. Nein, dann haben wir ein bisschen Pokémon, wenn ich Albanisch nenne. Nein, kann doch nicht so an sein, ehrlich. Du weißt ganz genau, du weißt ganz genau, mit dem Namen triggerst du ein paar Leute, die kommen dann bei dir hoch. Fälschchen, Fälschchen, Fälschchen. Ist das nicht Hack, was in seinem Leben passiert ist? War er nicht Muslim und hat dann den Islam verlassen und ist es jetzt ein Ex-Muslim, ist das nicht echt oder ist das Lüge? Oder für uns ist es ja eine Sünde, wenn du deine Religion verrätst. Verstehst du, was ich meine? und was steht da drauf, was passiert ist. So, und guck mal, im Islam ist es eine Sünde, ganz einfach. Und genau, es ist ein Hack, den Islam verlassen wollen. Fälschchen, nimm nicht seinen Hack weg. Er hat möglich, Guck mal, er war Muslim, er hat den Islam verlassen und jetzt ist er ein Ex-Muslim. Aber er war ja nicht von Anfang an Muslim gewesen. Aber dann willst du mich jetzt vollkommen, dein Mohamed sagt, du bist ja alle Muslim. Was ist das? Sagt, wann bist du Muslim? Sagt, wann bist du Muslim? Ich bin also, also ich bin da reingeboren, diese Religion. Ja, was sind Fähne? Ist auch reingeboren. Ja, wie doch. Ja, so. Meine Eltern sind und muss ich ganz erklären. Warte, ganz kurz. Das muss ich gerade erklären. Und er war ja vorher, er war ja schon vorher Christ, weil er ist ja, du bist ja Aramea. Bist du vor Christ? Was ist das? Er war ganzer Islam. Er hat voll die Blockade im Kopf. Nein, es ist auch keine Blockade. Ich habe ihn eingeschrieben. Er ist ein Muslim gewesen. Ich stelle doch eine Frage, dann beantworten Sie doch. Aber der hat gut abgelenkt. Habt ihr gesehen? Der hat das ganze Thema jetzt gewechselt und hat jetzt auf einmal das Ganze umgelenkt. Habt ihr gesehen? Heftig. Nein, nein. Er hat Kinder eher aufmacht. So Mohammeds schlimmste Tat, der ist auf einmal zu mir gekommen. Guck mal, wie gerissen der ist. Heftig, ne? Das hat er in die Mom schon gelernt. Also Ex-Muslim, wenn du einen Berater brauchst, ja? Ja? Dann bin ich bei dir gut aufgehoben. Du bist ein richtiger Versichtschauungsvertreter. Ehrlich so? Ex-Muslim, wie gesagt. Du bist wirklich intelligent sehr weit oben. Du bist kein dummer Mensch. Du weißt auch, alle Sätze, die du benutzt, weißt du auch sehr schlau gegenüber anderen Personen. Was eine Psychologie er macht. Deswegen, ich liebe intelligente Menschen. Das hat gar nichts mit der Religion zu tun. Ich bin intelligente Menschen. Und ich habe, und ich habe dir damals schon gesagt, dass ich den Streams mag, aber ich, wenn du es immer wieder mit dem Islam wieder reinziehst und unseren Propheten mal einen Dreck ziehst, das ist ein bisschen respektlos. Weißt du? Aber warte mal, wenn du sagst, dass ich ihn in den Dreck ziehe, wenn ich etwas vorlese, was er auch wirklich getan hat, weil das in euren Schriften steht, heißt das, dass er dann wirklich Dreck ist oder was ist los? lies das vor, lies das vor, ja, aber inzwischen doch nicht als Pädophil, Bruder. Habe ich das jemals gesagt? Habe ich das jemals gesagt? Habe ich das jemals gesagt? Eben. Es gibt nicht einen Stream, es gibt nicht einen Stream, wo ich gesagt habe, der Mormon ist pädophil. Nicht einen einzigen. Du hast gesagt, dass er pädophil ist. Jetzt zur aktuellen Zeit, in der heutigen Zeit. In der damaligen Zeit. Damalige. Oh, ich glaube, zur damaligen Zeit wäre ich viel zu sehr mit Krieg beschäftigt, als ich mich um eine Frau schmank. Wenn zum Beispiel damals kein Krieg geherrscht hätte, würdest du dann ein sechszähriges Kind heiraten? Wenn damals kein Krieg geherrscht hätte, ob ich ein sechszähriges Kind heiraten hätte? Nein, würde ich nicht. Aha, du bist besser als dein Prophet, habt ihr gehört? Er ist besser als dein eigenes Vorbild, das war's. Du bist besser als dein eigenes Vorbild. Siehst du? Keiner würde das akzeptieren, ein sechszähriges Kind zu heiraten. Wieder vor 1400 Jahren, noch in der heutigen Zeit. Das war's. Du hast deinen eigenen Propheten und deine eigene Religion im Graben. Du siehst das nicht so? Das war die Schöne. Und versuchst mich noch schlecht zu machen, dass es Respekt tut. Nein, das hat doch nichts gesagt. Ich will nur, dass du etwas zugibst. Ich will nur, dass du zugibst, damit die Leute das hören. Ja, aber du kannst mich ja darüber fragen. Ich gebe dir eine Antwort, aber wenn du mich dabei noch... Ja, Alter, ich habe dir doch gesagt, dass du besser als dein eigenes Prophet bist. Und vor allem von einem Christen, und wenn ich erwarte von einem Christen, dass er mit mir mit Respekt redet, genauso wie ich. Ich bitte dich nicht. Wir beleidigen dich nicht oder sonstiges. Wir sagen nur, guck mal, du hast mehr Moral und mehr Anstand und Ethik. Du bist ein besserer Mensch als dein eigener Prophet. Das ist ja so unfassbar. Das ist deine Meinung. Wie das meine Meinung? Das ist die Meinung von allen Menschen, die das gerade hören, Mann. Guck mal, es gibt zwei Milliarden Muslime auf dieser Welt. Die teilen deine Meinung zum Beispiel nicht. Die meisten 99 Prozent haben doch ein Problem mit einem. 1,6 Milliarden. 2 Milliarden Menschen sind Muslime. Wenn wir mal durch die Fußgängerzone gehen würden und wir würden die Muslime fragen, wie findest du denn einen 53-jährigen Mann, der ein 6-jähriges Kind heiratet? Was meinst du, wie die Meinungen wären? Ich sage, das ist eine Frage. Du weißt ganz genau, wie die Meinungen sind. Die Muslime, ich habe mal gefragt, weißt du, was ein Muslim gesagt hat? Nein, das stimmt nicht. Mein eigener Kumpel, Türke, meinte zu mir, ich Punkt-Punkte-Bohradi. Ja, hat einer mir auch gesagt. Ich habe mir auch gesagt, was ist Bohradi, wie du mal sagst. Keine Muslime da, oder was? Geh mal weg mit diesen Adidas. Die haben ein Problem damit, Du kannst doch nicht einfach einem Mann folgen, der ein 6-jähriges Kind angefasst hat und mit 9 Jahren mit ihr geschlafen hat. Willst du mich veräppeln, oder was? Er hat zuerst, guck mal, du siehst immer, diese 6 Jahre, die Ehe wurde überzogen mit 9. Behalte bitte diesen Begriff mit 9. Ja, aber mit 6 hat der Grupp, Warum hat er gewartet? Warum? Wurde sie nicht mehr krank? Wurde sie nicht krank? Drei Jahre lang. Wurde sie nicht krank? Hatte ihre Haare nicht verloren? Drei Jahre lang. Er hat doch genügend Frauen gehabt. Er wollte dieses Kind mit ihr schlafen, Mann. Merkst du das nicht? Ja, er konnte nicht warten. Er hat gesehen, seine Neigung wollte er ausspielen lassen. Genau. Seine Neigung wollte er ausspielen lassen. Hat er komplett ausgenutzt. Das war komplett Ausnutzerei durch sein Prophetenmachtum. Komplett. Der wollte einfach, der hat gesehen, ich sah und der hat direkt genommen. Sofort. Der hat gesehen, ich kann machen, ich habe die Möglichkeit, ich mache. Ich kann meine Fantasien ausspielen lassen, wie ich will. Das ist Katastrophe-Fisch. Das ist einfach Katastrophe. Ich wollte gerade angerufen von jemandem, der wollte gerade sagen, ich wollte auch rausgehen bei euch. Ja, weil du natürlich in den Stamm natürlich ein bisschen hardcore geschadet hast. Das ist heftig. Nein, 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 ich mache nur Spaß. Ich habe meine Schwester gewesen. Es gibt, 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 warum soll es mir einer sagen, das spielt auch gar keine Rolle, wenn ich doch, ich habe doch meine Meinung gehabt, ihr habt eure Meinung gehabt, das war's, ob ich jetzt damit einen Menschen damit erreicht habe. Leute, Leute, merkt euch das, Leute, merkt euch das hier, Leute, merkt euch das. Sunan Abidawud 2121, das kann man sich sehr gut merken. Sunan Abidawud 2121, da haben wir es schwarz auf weiß. The messenger of Allah married me when I was seven years old, sieben Jahre, the narrator, Suleiman said, or six years, he had intercourse with me when I was nine years old. Wisst ihr, was intercourse bedeutet? mit ihr, die haben Heirat vollzogen. Das heißt intercourse. Die Heirat vollzogen. Wisst ihr, wie Sunan Abidawud, das heißt Heirat vollzogen. Wisst ihr, wie Sunan Anasai, 3778 steht, dass auch die Geschlechtsverkehr mit ihr vollzogen hat, also steht ja, die Ehe vollzogen. Intercourse bedeutet Verkehr haben, Geschlechtsverkehr, Intercourse. Das kann doch nicht wahr sein. Heirat vollziehen, Heirat, 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 immer noch. Ja, das steht doch am Anfang, married me, heiratete mich und dann he had intercourse with me. Married und intercourse ist doch nicht das gleiche, man, sei doch nicht so ignorant. Meine Frage, du siehst die Quelle ein nach den anderen. Du siehst, es ist keine Lüge. Wie kannst du damit leben? Wie kannst du damit schlafen? Eine andere Frage, ja? Wenn du damals, Was hältst du erstmal davon? Eine andere Frage. Was hältst du denn davon, Mann? Das passt zum Thema. Wenn du damals mit einer anderen Frau geschlafen hast, dann ist sie doch, da ist sie doch damals fast zu 8% schwanger geworden. Richtig oder falsch? Guck mal, wenn du doch mit einer Frau Geschlechtsverkehr erwartest, ich muss noch was erklären. Anschein könnte das nicht. Die Aiche konnte doch gar nicht schwanger werden, weil sie noch nicht ihre Mensurations erreicht hat. Der hat ein frühpuppertieres Kind angefasst, Mann. Und warum hat sie danach keine Kinder bekommen? Weil sie sich nicht erlaubt hat. Wo ist das Problem? Oh, Leck. Er lacht doch deinen eigenen Gott aus. Er wollte nicht, dass Mohammed und Aiche Kinder bekommen. Böchen. Böchen. Aber die Ehe hatte vollzogen. Es geht um das vollziehende Ehe. Er hatte verkehrt mit ihr, Mann. Aber sie gar nicht angefasst. Vielleicht, ne? Das stimmt doch, er hat sie komplett verkehrt mit ihr. Das gibt's doch gar nicht. Das kann doch nicht wahr sein, ey. Ey, ich kann nicht. Mit was reden wir gerade? Ich habe fertig. Ich habe fertig. Ich habe fertig. Ich habe fertig. Machen meine Kopf brennen. Meine Kopf, du, Machen kaputt. Jetzt fange ich gleich wieder an so zu reden, wenn du willst. Und du machst so, ich mache so Unfass. Ich gerade so und dieser macht ihn so und dann auch mal noch Unwass. Auto macht so, ich mache so Unwass. Ex-Musten hat das wirklich keinen Spaß und ich möchte das von dir erklärt bekommen, weil viele Muslime benutzen das und ich möchte das gerne von dir hören, ja. Von dir persönlich hast du auch dann auch das richtige Alter. Es geht immer um diese Rebekah, die drei Jahre alt war. Bis heute hatten wir keinen Wert, in welchem Vers in der Bibel da steht. Und, warte ganz kurz, ganz kurz, und worum es da genau geht und ob dieser Altersunterschied gestimmt hat mit drei Jahren, dass sie da genommen wurde. Nein, erstens, wir haben keine Altersangabe, das ist von einem Rabbiner in die Welt gesetzt worden, der irgendeine Zeitrechnung davor nimmt, die überhaupt gar nichts mit der Bibel zu tun haben und sehr viele Bibellehrer. Hast du gerade gesagt, ein Jude hat wieder gegen Christentum geschossen? Nein, er hat versucht, das Ganze zu erklären. Raffst du das nicht? Du bist doch im Alten Testament. Wir sind doch noch gar nicht im Neuen Testament. Okay. Das Alte Testament ist der Tannach der Juden. Kannst du mir mal ein, zwei Minuten zuhören oder was wird los mit dir? Ich stumm. Ich stumm. Okay. Du siehst also, dass es von einem jüdischen Rabbiner in die Welt gerufen wurde, dass Rebekah angeblich drei wäre. Dies kann absolut nicht stimmen, weil ich lese dir mal vor aus Erste Mose Kapitel 24 müsste es sein, ne Pavlos? 24. Warte, ich gucke mal. Ich glaube sogar 25. Warte, ich zeige euch das jetzt. 24. Weil die hat Wasser getrennt, dass du sie einfach vorlesen. Das ist das Beste. Warte. Genau. Und dann kannst du ganz normal fragen, wie kann eine Dreijährige 15 bis 20 Kilo schwere Wasserkrüge tragen, ne? Woher weißt du, woher weißt du, wie schwer wir waren? Hier, das lesen wir dir jetzt vor. Woher hab ich diese Kilozahl her? Die Wasserkrüge 1. Mose 24. Wir müssen lesen. Wir müssen das. 1. Mose 24. Du weißt, wie viel Liter trinkt denn ein Kamel? 10 Liter war das, glaube ich, oder 20. Mehr. Ein Kamel trinkt 120 Liter Wasser am Tag. Genau. 120 Liter Wasser trinkt ein Kamel am Tag, aber, ich komm gleich auf den Punkt. Okay, pass auf. Also ein Kamel trinkt bis zu 15 bis 20 Liter Wasser. Wie groß muss der Krug sein, damit 15 bis 20 Liter Wasser da reinpasst? Kannst du mir das mal sagen? So ein Flitterkrug dreimal. Aber sie hat das immer in einem abgefüllt. 20 Liter für einen Kamel. Jetzt stimmt das nicht. Noch mal, sorry. Ja, wie groß muss also der Krug sein? Du musst dir das mal bildlich in deinem Kopf vorstellen. 15 bis 20 Liter, ist ja eine Menge. Wie groß muss also der Krug gewesen sein, den die Rebekka auf ihre Schulter getragen hat und dann losgelaufen ist und die Kamele getränkt hat? Wie viele Kamele waren da? Wir lesen das jetzt zusammen. Erste Mose 24, Vers 16. Sie war aber ein sehr schönes Mädchen, eine Jungfrau und kein Mann hatte sie erkannt. Und sie stieg zum Brunnen hinab und füllte ihr Krug und stieg wieder herauf. Welche Dreijährige? Mach schon mal das. Da lief der Knecht ihr entgegen und sprach, lass mich doch ein wenig Wasser aus deinem Krug trinken. Und sie sprach, trinke mein Herr und sie ließ den Krug sogleich auf ihre Hand nieder und gab ihn zu trinken. Stopp, stopp, stopp. Wie kann ein dreijähriges Kind mit einem Mann so reden? Und sie sprach, trinke mein Herr und eilend ließ sie den Krug hernieder. Das ist deine Theorie. Warte, 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 warte. Wir lesen noch mal. Warte, warte, warte. Wir lesen noch mal. Erste Mose 24, Vers 18. Erste Mose 24, Vers 18. Und sie sprach, und sie, und ich betone noch mal, und sie sprach, trinke mein Herr und sie ließ den Krug sogleich auf ihre Hand nieder und gab ihm zu trinken. Ja. Weiter. Hast du eine Dreijährige gesehen, die so artikulieren kann? Ich will immer noch wissen, wie viel Kamel das war. Und als sie ihm zu trinken gegeben hatte, sprach sie, ich will deinen Kamelen auch schöpfen, bis sie alle genug getrunken haben. Und eilte und goss den Krug aus in die Tränke und lief aber mal zum Brunnen, um zu schöpfen und schöpfte allen seinen Kamelen. Alle seine Kamelen. Also der Typ hatte bestimmt... Alle seine Kamelen. Alle seine Kamelen. Wo ist die Anzahl der Kamelen? Spielt das eine Rolle? Spielt das eine Rolle? Wie viele, sagen wir mal, die haben fünf bis zehn Kamelen. Warte mal. Ab drei ist ja schon mehr Zahl. Ab drei. Simon, ich habe da schon mehr Zahl. Ja, was erinnert das eine Tatsache? Ich habe noch niemals eine Dreijährige gesehen, die 15 bis 20 Liter Krüge tragen kann. Die Mehrzahl ist ab drei. Der zweite Punkt ist... Wer sagt das? Ab zwei schon mehr Zahl. Ich gehe doch auf die... Ich gehe doch auf die... Ich gehe doch auf die... Ab zwei. Ich sagte, abermals ist sie dahin gegangen zum Brunnen und was ich... Abermals. Abermals heißt sehr, sehr oft. Ja, dann kommt der nächste... Warte, warte. Dann kommt der letzte Punkt. Der allerwichtigste. Sie ist dem Brunnen hinunter geseit worden, sozusagen. Nicht gesagt, er hat das alleine gemacht. Hör zu, hör zu. Ich weiß nicht. Hör zu. Nicht schwach werden, mein Lieber. Nicht schwach werden, mein Zuhör. Ich weiß nicht, welcher erwachsener Mann in einen Brunnen reingeht, rein, um das Wasser zu ziehen, außer Kinder. Und ich komme aus Marokko. Hallo, hallo, hallo. Nicht schwach werden, nicht schwach werden. Guck, was steht dann? Erste Mose 24, Vers 18. Und sie sprach, warte, wir müssen weiter zurückgehen. Vers 16 war das. Sie war aber ein sehr schönes Mädchen, eine Jungfrau und kein Mann hatte sie erkannt. Und sie stieg, sie stieg zum Brunnen hinab und führte ihren Krug und stieg wieder herauf. Die hat das selber gemacht. Ja, wie? Welche Dreijährige macht das? Ja, gab es da eine Treppe oder wurde die da? Wisst ihr, wie der denkt, dass ein Mann sie so genommen hat und dann so runtergeseilt hat und dann auch wieder hochgezogen hat? Seht ihr? Habt ihr gesehen, wie ich den kenne? Ja. So heftig ist das. Habt ihr das gehört? Er hat das schon mal nötig. Obwohl der Vers sagt, sie ging selber hinab und stieg auch selber Wiener hinaus. Ich kenne aber keinen Brunnen. Ich kenne keinen Brunnen. Er ist nicht mal in der Lage, einen Vers aufmerksam zu lesen. Habt ihr das gesehen? Nennst mir mal einen Brunnen, der einen Treppenabstieg hat. Hast du jetzt gerade gelogen über die Heilige Schrift? Das möchte ich von dir wissen. Hast du gerade etwas hineininterpretiert, was nicht ist? Ja, wie ist sie den Brunnen runtergegangen? Erklär mir das mal. Das wird nicht so erklärt, aber du kannst doch nicht sagen, dass irgendjemand sie runtergelassen hat. Sie ging selber runter. Ja, aber wie? Das wird doch nicht weiter erklärt. Sie hat das selber gemacht. Da hat ihr niemand geholfen. Okay, gut. Das heißt... Vers 15 lesen, Vers 15 lesen, warte. Vers 15. Okay, weiter. Und das geschah, ehe er noch ausgeredet hatte. Und siehe, da kam Rebekka heraus, die Tochter Bethuls, der Sohn der Milka, der Frau Nahorz, der Bruder Abrahams war und sie trug einen Krug auf ihre Schulter. Welcher Dreijährige hat einen ganzen Krug auf den Schultern? Komm zu mir nach Marokko, ich zeig dir das. Komm. Komm zu mir nach Marokko, ich zeig dir das. Ich zeig dir das in Marokko. In so einem Bauern-Bär-Bach-Viertel. In Tanja und Nador. In Tanja und Nador machen die die richtige Kapp auf Spieße. Da, wo die Menschen noch richtig im Mittelalter leben. Komm, ich zeig dir das. Da kannst du keinem erzählen. Da, wo du was mit Kaka in Wintel machen kannst du nicht. Wir reden nicht von Jungs oder so. Ex-Muslim, ex-Muslim, ich schlag dich ein nach Marokko. Alles ist bezahlt. Du musst nichts mit holen außer deine Klamotte. Oder Amir Aisha wurde zu Super Saiyajin. Nein, die macht da. Ich sag so. Ich sag so. Die hat Kami-Hami-H gemacht. Kami-Hami-H. Auf die Kamele. Ey, wie viele Kinder haben im Mittelalter, wie viele Kinder haben im Mittelalter, im Mittelalter Feltarbeitung geleistet? Wie viele Kinder haben in der Industrialisierung, im Bergbau gearbeitet? Also bitte. Jetzt kommt der mit Schmerk vor. Das kann doch nicht. Das ist geschaffen. Das ist geschaffen. Das ist geschaffen. Das ist geschaffen. Langsam wird es lächerlich. Guck mal, wie langsam wird es lächerlich. Diese Rebekah war niemals drei Jahre alt. Diese Wasserkrüge waren mehrere Kilo schwer. Das kann nur eine erwachsene Frau gemacht haben. Oder zumindest eine Frau, die ausgereift ist, mein Lieber. Von wem kommt das Alte Testament? Von den Juden, richtig? Da ist es, man kommt von den Juden, der Tanach. Aber warte, aber falschen, Fashen, 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 die jetzigen Juden sind keine Juden, die nennen sich jüdisch-orthodoxe, das sind Zionisten. Oder willst du nicht, oder willst du, sind das keine Zionisten? Fashen, Fashen, jetzt antworten, Fashen, bitte hör auf damit. Fashen, jetzt antworten, sind die Juden jetzt keine Zionisten? Oder willst du jetzt sagen, das sind keine? Nein, 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 nicht jeder Juden. Fashen, ich schreis nicht Free-Palästina und so? Ich sag Free-Palästina, warum Free-Palästina? Warum, warum, warum? Wie, warum, weil da ist die Zionisten? Wer greift euch an, oder greift euch an, oder greift euch an? Warte mal ganz kurz, du wirst doch eine Antwort dazu haben. Menschen, sind jetzt die jüdische Regierung, Benjamin Netanyahu, ist der ein Zionist oder nicht? Netanyahu ist ein Zionist. Ist ein Zionist, okay. Der ist mit den größten Rabinern, der ist mit den größten Rabinern. Zionist zu sein, heißt ja nicht, dass es was Schlechtes ist. Zionist zu sein, ist eine politische Richtung. Es ist, warte, dass man es am Bayern, der will dich raus schmeißen. Zionist zu sein, heißt es, eine rechte Bewegung zu sein, ja. Die Gegendall ist, die Unionismus, warte ganz kurz. Ein Zionist ist ein Egoist, der denkt nur an seinen Arsch. Der denkt weder an dich als Christ noch an, als mich als Moslem. Das ist nicht normal, ne. Und dann zitierst du einen Zionisten, zitierst du gerne und die kriegst du mir was zu sagen. Warte mal bitte, warte mal bitte, warte mal bitte. Was für eine Rechtsschule folgst du? Du bist doch zu mir, was für eine Rechtsschule. Welche Rechtsschule folgst du? Maliki. Maliki. Ah, siehst du? Die Maliki sagen zum Beispiel, dass es kein Problem ist, Kleinkinder dann auch zu heiraten. Siehst du, die Malikiten sagen, durch immer Malik bin Anas, sagt, dass es kein Problem ist, unter 5, 4, 3-Jährige zu heiraten. Bist du damit einverstanden? Nein. Warum? Du bist doch Maliki. Brun, ich bin da reingeboren, aber ich folge dem Propheten und Allah. Aber der hat doch selber ein sechsjähriges Kind geheiratet. Neun Jahre. Du sagst immer wieder sechs. Ich sag wiederhol noch mal neun Jahre. Aber ich stehe doch sechs Jahre geheiratet und neun Jahre ehevollzogen. Ehevollzogen erst mit neun. Bleib bei der Wahrheit. Was hab ich doch gesagt? Du versuchst immer mit sechs zu übertreiben. Natürlich ist zwischen sechs und neun kein großer Unterschied. Aber es geht um die Pubertät, die entstanden ist. Und ich versuche immer wieder zu wiederholen. Die Lebenserwartung eines Menschen hat früher bei 30, 40 Jahren gelegen, maximal. Das heißt, die mussten schon mit 10, 11, 12, 13 Jahren heiraten, weil die mussten Kinder bekommen und erwachsen werden, weil die nach zehn Jahren später weiter gestorben sind oder meist schon bei der Geburt gestorben sind. Aber wir haben dich doch gerade eben selber gefragt. Wir haben dich doch gerade selber gefragt zu der damaligen Zeit, als ich dich gefragt habe, würdest du ein Kind heiraten? Hast du gesagt, nein, ich würde es nicht tun. Ich würde es nicht tun, weil es für mich moralisch nicht korrekt ist. Für mich. Warum nicht? Habt ihr das gerade gehört? Moralisch nicht in Ordnung. Sein Prophet ist ein Mensch. Und wer hat gesehen, wie er seinen eigenen Propheten vernichtet hat? Hast du gesehen, wie du deinen eigenen Propheten die ganze Zeit demolierst? Dass es moralisch nicht in Ordnung ist, wie du es zugibst, die ganze Zeit, ohne dir bewusst zu sein? Komm mal, Fäsche. Fäsche. Mal einmal tief, glaube ich, genau. Dein Herz ist nicht für den Islam gedacht. Geh da raus. Dein Herz ist eigentlich nicht dafür gemacht. Genau. Du akzeptierst noch nicht mal seine Rechtsschule. Du akzeptierst nicht mal deinen eigenen Propheten. Was akzeptierst du im Islam? Nichts. Du akzeptierst nur deinen Nador. Warum? Warum? Du brauchst mir das den Jesus Christus. Es geht ja um seine Seele, Mensch. Ex-Muslim. Das verbiete ich mir, dass du mich irgendwie als Drogendealer oder als Drogenkonsument bezeichnest. Das war, habe ich das gerade gesagt. Ich habe gesagt, du akzeptierst nur Nador. Ist ja die Drohngerzler oder was. Warte mal, warte mal, warte mal. Warte mal. Was war das denn, bitte? Was redest du da, Mann? Ja, 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 ja. du kommst von der straße und du weißt ganz genau was nador bedeutet ja was bedeutet denn da die marokkanischen kollegen kommen aus nador versucht wieder auf dumm zu machen und nador ist doch eine stadt er hat es geschafft die wörter zu verdrehen und sich spielchen kannst du woanders machen mit dem kind oder sowas ja aber ich komme auch von der straße ich bin das macht man nicht das macht man aus wenn du bist du bist du hast dass wir meine gedanken kann sondern behandelt ich mit respekt aus ex muslima richtig die ganze zeit ist mache ich denn die ganze zeit waren nicht auch mit respekt das war ganz das war wirklich schon wieder respekt du kommst doch aus nador du kennst doch man habe ich das gesagt hier du hast doch gesagt marokko woher kommst du aus tanja oder nador ich komme aus wo ist das denn das ist direkt ganz algerien ok ja ich dachte du kommst das nador ja dann dann tut es mir leid warum wenn du wenn du wenn du wirklich habe ich habe dass ich gerade so dass ich nador mit drogen verkaufen hat der ziel haben wir kommen von der straße der weiß ganz genau was dieser begriff nador bedeutet versteht und macht diese warte dort er macht diese hara kz mit mit und denkt da kommt mir verarschen ich schwörs euch es kann ich war der typ der bildet sich gerade was ein er wirklich ich weiß wirklich nicht wovon er redet spaß jetzt erzählt es ist richtig anscheinend ist er ja gott dass er gedanken lesen kann und er hat das drauf der wusste er weiß auch welchen alter schon die damaligen frauen hatten gerade sehr sehr stark sehr sehr stark dass er zugegeben hat dass es moralisch nicht in ordnung ist damit hat er gewinnen was man nicht moralisch in ordnung du musst zitieren bitte ja wenn du mich zitiert zitieren richtig du hast das doch gerade eben vor allem wird gesagt dass es nicht in ordnung war für mich persönlich es ist aktuell nicht korrekt habe ich gesagt du hast auch gesagt für die damaligen zeit ist es nicht korrekt gewesen nein so damit ich habe ich habe meine zeit gesagt ich würde keiner nehmen nein ja also bist du heftig als ein profet moralisch gesehen bist du besser als ein profet das sagst du das hast du ich habe kein lust der hat es geschafft der zügig geschafft oder denn jetzt der zügig geschaffen was ich jetzt sagen kann jetzt hier was gegen was sehr wichtig macht ja ich mag auch mit oder ex muss ich mag ich genauso wie paulus hier zwei wenigstens erzählt das weiß ja du hast das selber gesagt du magst intelligente menschen esse magst du ex muslim und paulus nicht so ex muslim ex katholik magst du weil das intelligente menschen sind und deswegen gebe ich dir auch was weiter geht doch ins gebet fäscher geht doch wirklich das manche geht ins gebiet und sagt doch einfach gott was ist denn wirklich die wahrheit ist es ist der held christus was die anderen hier erzählen was ist wirklich die wahrheit ich will doch nur zur wahrheit ich will doch nur im paradies und dann geht doch diesen gebiet ist das nicht so schön ist das so viel verlangt zu machen einschlagen da wird ein blitz einschlagen und in meiner brust wird ein kreuz entstehen oder was da bin ich ein superhero und das gibt's doch der macht sich nur lustig darüber über ein gebiet helfen aber warte mir das jetzt das annehmen hier im live ich weiß immer lieber war es war sein und braucht ein bisschen liebe streichleinheiten anstatt ich mich mein kopf kaputt macht nicht reich sei eigentlich aktuellen lage weil evangelist hat ja gern immer dieses thema israel palästina durch die aktuelle lage erklären ja erklär mir doch biblischer sicht und ganz einfach der erklärte mir bitte einmal ausgemacht bevor du sie mir sogar biblische sicht guck mal das wird die schon ein bisschen freuen aber die jetzt gerade an der macht sind keine jungen das sind zionisten bedeutet die besetzt von irgendwelchen menschen die sich nennen sind aber keine juden so die zionisten machen genauso schlimme sachen das brauchen wir nicht verheimlichen genauso schlimme sachen die palästina kam dann gewisse terroreinheiten wo die ganze hilfe und unterstützung von der ganzen welt bekommen auch von deutschland da waren sehr viel geld reingepumpt worden an den menschen gehen sollte die krank waren die arm sind haben die an der terroreinheit hamas reingesteckt was ich nicht schön finde und hamas hat es so die chance genutzt was ich aber weiß und sagen kann die ganze welt die ganzen politiker sind sowieso satanisten warum weil der teufel gehört dieser welt und wir wissen dass der teufel alles hier reagiert das heißt alles wird irgendwann bald richtig kaputt gehen der jüngste tag wird bei kommt die bibel vieles prophezeit die bibel hat noch was prophezeitverschen die al-aksa moschee in israel die wird bald weggehen die wird bald weg wie die weggeht weiß ich nicht ob die zerbombt wird ob die abgebaut wird ob ein erdbeben kommt und das weg macht ich kann es nicht sagen aber sie wird weggehen warum der dritte tempel bei der dritte tempel von von der bibel was prophezeit wird kommen wird und der dritte tempel weißt du was dann passiert dann kommt der antichrist setzt sich in diesen dritten tempel rein und dann ist schon der längste jüngste tag da wir sind schon vorher entrückt aber dann ist die neue weltordnung da der antichrist wird eine komplette weltveränderung tätigen das wird das ist der größte amagentum überhaupt das ist was du erleben jetzt ist nicht mehr normal und dessen reden wir davon die machen die weltordnung so weil die bibel verspricht du kannst nicht mehr kaufen und verkaufen ohne einmal ein maizeichen zu nehmen und das maizeichen deutet alles darauf hin dass du quasi wie gechippt wirst und nur damit kaufen verkaufen kannst weil in der bibel steht auf der rechten hand oder auf der stehen soll man dieses maizeichen nehmen also nicht soll man nehmen sondern wenn diese menschen es nehmen und dann gibt es diesen riefd chip ist ein vorläufer drauf auf das was wirklich kommen wird aber daran die selber erzählt dass es der menschliche körper nur auf der rechte hand und auf der stelle nicht abstoßen wird aber ganz gut was wir jetzt abstoßen wollen das alles vorläufer auf das maizeichen und dessen sage ich dir auch die ganze die du hörst sind auch jetzt wieder auf die kriege auch was du hörst und alles vorläufer bald wird das richtige kommen der richtige weltkrieg eine frage aber dann sind wir schon eine frage eine frage einzige frage bevor du weiter ist und vergesst die frage mit dem chip installieren in den kopf und so weiter das ist doch nicht in der bibel steht wer ein maizeichen trägt dreimal die sechs soll das maizeichen haben also wird das maizeichen haben es wird eine summe warte es wird es steht sogar drin dass es so eine rechnung ist dass man rausfinden kann das ist ein quersum es ist ein name das namen den namen findet man heraus und da kann ich dir schon was sagen das meint das steht genauso drin in der bibel offenbarung wer das maizeichen trägt auf der rechten hand oder auf seine stieren wenn ich bewegte das wort und es bewegte dass allen den kleinen und den großen den reichen den arm und den feinen und den knechten einmal zeichen gegeben wird auf ihrer rechten hand oder auf ihrer stern und dass niemand kaufen oder verkaufen kann als nur welche das maizeichen hat und ich kann dir eins sagen jetzt aus liebe verlass den islam rette deine seele bevor du in die neue weltordnung kommst und dann wirst du gechippt werden und dann an die ganzen muslime die ja immer wieder darüber gelacht haben die bibel ist ein märchenbuch ich bitte euch muslime wann wurde denn die bibel verfälscht wer hat sie verfälscht wo werde wo wurde sie verfälscht in welchem zeitraum weil wie kann das sein dass die bibel über tausende prophezeiungen hat und es werden sich auch weitere prophezeiungen erfüllen und dann werden wir mal sehen ob die bibel ein märchenbuch ist und die welt und die wird kommen die wird kommen und die ganze guck mal feschen weißt du das nochmals sagen muss feschen weißt du mit mit einigen freimaurer wir schon geredet haben beispiel bruder danny oder bruder resa ich habe auch mit einem geredet du kennst du kennst du kennst den bestimmt du kennst doch diesen king thomas na ja genau ich habe mit dem geredet mit diesem king thomas der drüber seinen komischen kranz macht da mit kindern na ja ja richtig genau also wie ich mit dem geredet habt der sagt der sagt das frei offen ja ich bin eine freimaurer luge sagte ja genau der hat gesagt ihr wiedergeborene christen ihr werdet entrückt vorentrückt und wir gehen in unsere fünfte dimension na und die haben aber immer was gegen die christen warum weil die kritisiert immer wieder natürlich den herrn jesus christus immer das gegenteil davon und studierten die sagen selber wir studieren die bibel das stimmt wir lesen die und studieren die und haben dann ihre eigene erkenntnis dann daraus gemacht mit dir dass der teufel gottes und so weiter und kritisieren und das ist immer wieder bei den satan ist immer ungedrehtes kreuz und so weiter und das ist so der king thomas aber er weiß auch der hat selber gesagt die weltordnung wird bald kommen dauert nicht mehr lange wir gehen in unsere fünfte dimension seine eigene vorstellung heißt das und die erwähnt vor und drückt die wiedergeborenen christen vor und drückt er sagt das selbst denkst du denkst du der könig könnte der antichrist sein nein weißt du wer der antichrist ist es wird nicht größer es wird ein jude sein weißt warum in den dritten tempel kann nur ein jude rein es diese jungen werden niemals einen anderen rein lassen nur ein juden also wird der antichrist ein jude sein dass er gibt sich als jude aus und dafür türen scheint so ein zionist sein aber der antichrist wird auch im christentum geköpft am ende oder nicht von den händen jesus christus er wird vernichtet okay er wird von der stelle nicht der jesus christus wird dann kommen und dann wird den komplett vernichtet nach dem tausendjährigen reich deswegen hassen euch die juden weil ihr dann ja ja jetzt versteht das auch das warum die euch in israel so anspucken und so weiter und beleidigen und die spucken uns an beleidigen das sind die zionisten aber warum steht was guck mal guck mal weiß was steht gott hat 144.000 juden auserwählt 144.000 die wahrhaftig sind wirklich wahrhaftig und diese 144.000 werden in dieser drangzeit gehen da wo christinnen entrückt sind weg sind und die werden das vor gottes predigen und dann werden zwei propheten sogar kommen die in kraft des moses kommen und die kraft des propheten elias kommen und die werden das wort gottes verbreiten und die wenden auch sterben natürlich mehr tyra tot wenn die alle leiden aber das wort gottes wird verbreitet und viele wende in glauben kommen aber da ich noch was am fischen die menschen an die ganzen menschen die jetzt gerade hier sind alle haben jetzt das wort gottes gehört jeder einzelne ja und wenn ihr um wenn man keine entscheidung getroffen hat zum herrn jesus und jetzt ist der jüngste tag und alles passiert jetzt ihr könnt nicht mehr zurückkehren weißt du warum aber aber weißt du was das weiter demotheus kapitel 2 vers 14 steht dass wenn die einmal das wort gottes gehört haben ist aber abgelehnt haben in dieser drang der zeit wird gott dann ihre lüge bestärken damit sie verloren gehen bei gott lässt sich nicht sporten aber paulus wir glauben doch an an jesus wir glauben doch an ihn ihr glaubt an einen falschen jesus an einen falschen jesus also wo im koran vers steht der sohn marias das ist der falsche jesus alles was im koran ist absolut falsch die bibel ist das gut gottes weil die bibel das wort gottes ist ja ja aber wir glauben doch an wir glauben doch an jesus eine falsche jesus wir sagen sogar wir sagen sogar wir sagen sogar bei euch sei antichrist bei uns ist der ja das dass der herr jesus auch ihn vernichten wird ja aber warum wohl guck mal wie macht man das wie macht man wie macht man wie was glaubwürdig ein bisschen wahrheit nehmen und ein bisschen blüge ganz einfach man nimmt man nimmt ein glas wasser und ein bisschen gift rein würdest du dieses glas wasser trinken nein sonst stirbst du und so machen die das wölfe in schafpelz nicht vergessen wölfe in schafpelz also wir sehen dass isa laut dem koran nicht der isa ist der jesus christus laut der bibel weil wir sagen jesus ist gott der koran sagt jesus ist nicht gott das sind große unterschiede die bibel hat uns davor gewarnt gelater 1 vers 8 zum beispiel selbst wenn ein engel von himmel herab kommt und ein anderes evangelium verkündigt als das was wir euch verkündigt haben der sei verflucht das deutet alles immer darauf hin egal welches evangelium verkündigt evangelium als botschaft egal welche falsche botschaft verkündigt wird das ist nicht von gott aber aber warte mal ganz kurz er gab hier an die dreifaltigkeit richtig vater sohn heiliger geist vater gott sohn gott heiliger geist gott ein gott ein wesen es gibt ein wesen aber der ist verteilt in dreifaltigkeiten ja er hat sich in drei offenbar richtig ja er hat sich in drei offenbar sollen und wenn ihr sagt jesus ist der gleichzeit gott und es gibt dann kam noch das neue testament später ja warum wurde das alles wieder verändert weil gott ist ja eigentlich unantastbar und seine worte sind unabsprechbar das ist so richtig das ist richtig wenn ich dann ich sagte wenn du mir das richtig erklärt ja ich konvertiere zum christentum oder denn jetzt hat eine bibel bereits weil ich werde das gleich bibel verse vorlesen lassen so erstens na das richtig erstens auch neun testament die frau soll sich ja bitte kennen so ist es nicht die frau soll sich schon bedecken die soll sich steht auch drin die soll nicht auffällige kleidung auch dran steht doch drin so und dann steht auch drin wenn sie betet und dabei sagt soll sie ihr kopf bedecken mit so ein bisschen schleier zum beispiel als beispiel jetzt man könnte auch wie kopftuch sagen aber ist nicht so das gleiche wie bei den anderen aber was soll was auf den haupt haben jetzt gehen wir hin altes testament warum schweinefleisch erlaubt warum die gesetze halten alles mögliche ich ganz einfach guck mal wie der bruder dennis bitte heize guck mal lese es noch nicht vor bitte heiter römer kapitel 7 vers 1 bis 6 vor öffnen das schon mal dass es gleich vorlesen kannst römer kapitel 7 vers 1 bis 6 also wir sehen wir sind ganz klar martin sagt das mal ich guck ich will das kurzen schönen worten sagen deswegen überlege ich kurz das gesetz der alte bund wir haben verschiedene bündnisse mit dem bund dann haben wir noch mit abraham mit dem bund der bund der beschneidung da haben wir mit mose und so weiter also sehen wir bündnisse hat der herr mit uns getätigt das heißt wir sind verpflichtet daran zu halten wir sind verpflichtet das auch zu tun weil wir verpflichtet sind wir haben was unterschrieben quasi ja wir sind gebunden wie lange hält aber einen bund über einen menschen was denkst du fischen wenn es ein gottesbündnis ist für immer und ewig ich rede von den ganzen regeln die lange hält es die ganzen regeln menschliche regeln ich rede von zwei hat man ganz kurz du behauptest du jetzt gerade dass diese bundnisse von menschen geschrieben wurden oder von oder von gott runter geworden sind ok gott ist die wenn doch irgendwas von gott herab gesandt worden ist dann kann man doch nicht rütteln und ändern gott hat doch verschiedene bündnisse gegeben was sehen wir ganz klar über die ganz genau ganz genau du weißt du was wie ist es in islam ein muslim hat mir insgesamt ich habe ihn gefragt ein muslim sagte mir wenn man gestorben ist dann gibt es in paradies ja keine sünde alles ist erlaubt na du kannst beispielsweise dass du das alles tun dass es da läuft es gibt es nicht mehr das was hier auf erden war ist nicht etwas im paradies ist ist ja was anderes und ganz kurz was du sagst du auch guck mal 215 muss man nur lesen diese statue ist nicht der jesus christus diese statue ist wirklich götzen dienst warum hat er jetzt das gezeigt weiß ich nicht so da wollte ich nur noch mal wehen 215 einmal bitte lesen dann seht das alle also gehen jetzt wieder zurück also ich erkläre das jetzt mal die bündnisse die gesetze halten so lange über einen menschen bis er stirbt ist er stirbt so lange ist dieser mensch gebunden danach muss er sich ja nicht dran halten weil es ja weg ist du bist gestorben du musst dich ja nicht oder bescheidest du dich im paradies nein aber wenn der mensch doch gestorben ist dass dann trotzdem die gottes worte doch auf erden für die weiteren generationen aber du musst doch jetzt nicht eine bescheidung tätigen geht ja nicht du da ist ja alles anders im paradies jetzt erkläre ich dir ist hier also ist der mensch so lange gebunden im bund bis er stirbt so lange ist man gebunden wenn du top ist kannst du dich ja nicht mehr dran halten ist ja vorbei so bis es ist wie eine hochzeit eine frau ist dem mann so lange gebunden bis der mann stirbt dann hat die frau das recht einen neuen mann zu heiraten oder etwa nicht wenn der mal steht also du erklärst aber warte mal also das was ich sage nur das was ich verstanden habe ja also nicht böse nehmen ja ich will es nur wirklich wissen ja du hast mir jetzt gesagt zum beispiel jetzt wenn abraham sein bündnis mit der beschneidung ja wenn er stirbt ist dieses bündnis erledigt richtig dann ist diese bündnis nicht mehr geld also ist es nicht mehr hat sich ja nicht mehr dran halten ist es ja weg okay aber dann aber dann sagen frage ich dann ist doch jesus doch ist es doch auch gestorben für die sünden der menschen ja und trotzdem ist ein bündnis noch da das also es macht jetzt kommt es jetzt kommt mit bruder denn die römer kapitel 7 vers 1 bis 6 lesen bitte da ist die komplette antwort kannst du das ganz kurz aufschlagen bruder ja ich lass einfach die bibel sprechen die bibel erklärt es deutlich besser natürlich römer kapitel 7 vers 1 bis 6 also oder wisst ihr nicht brüder denn ich rede ja mit gesetzes kundigen dass das gesetz nur so lange über den menschen herrscht wie erlebt denn die verheiratete frau ist durch das gesetz an ihrem mann gebunden solange erlebt wenn aber der mann stirbt so ist sie von den gesetz des mannes befreit so wird sie nun bei lebzeiten des mannes eine ehebrechern genannt wenn sie ein anderer mann zu eigen wird stirbt aber der mann so ist sie von gesetz frei so dass sie keine ehebrecherin ist wenn sie ein anderer mann zu eigen wird also seid auch hier meine brüder den gesetz getötet worden durch den leib christus also durch den leib des christus damit ihr einen anderen zu eigen seid nämlich den der aus den toten auferweckt worden ist damit wir gott frucht bringen denn als wir im fleisch waren da wirkten in unseren gliedern die leidenschaften der sünden die durch das gesetz sind um den tod zu bringen jetzt aber sind wir von gesetz frei geworden da wir dem gestorben sind worin wir festgehalten wurden so dass wir im neuen wesen des geistes dienen und nicht den alten wesen des buchstabens da sehen wir es war aber auch eine prophezeiung erfüllt haltet das mit der tan nach der juden das ist jeremia 31 vers 31 das drin steht dass ein neuer bund kommen wird und dieser neue bund ermöglicht uns von den alten bund befreit zu sein und in den neuen bund einzutreten aber du glaubst aber du glaubst doch an den alten bund noch und du sagst der neue und du hast selber mal gesagt der neue bund funktioniert nur mit dem alten bund und umgekehrt genauso der alte kummer der alte bund hat also der bund mit den ganzen gesetzen aber der alte testament hat doch den neuen bund prophezeit jeremia 31 vers 31 und und was hat der jesus christus gesagt lukas 22 vers 20 das ist das ist mein kech dem blut also das blut was ich vergießen werde ja um euch einen neuen bund zu geben den neuen bund lukas 22 vers 20 also sehen wir der jesus christus musste das alte gesetz erfüllen denn jesus sagte ich bin nicht gekommen um aufzuheben ich bin gekommen um zu erfüllen weil der jesus christus muss erst mal das ganze gesetz aber ich dachte jesus wäre doch gott und wer sollte das dann erfüllen doch für sich selbst oder es muss ein menschen es muss ein opfer geben ein opfer was alle sünden der welt wegnimmt du weißt es selbst den koran mit den opfer fest und soll du kannst das selber mit den juden ja ja weiß doch so dass die juden doch schlachtopfer gemacht haben wie ein lamm zum beispiel für israel dass die ganzen sünden weg gehen da steht ja in einem testament auch im koran wenn ich mich jetzt nicht mehr irre ja so und da wurden die sünden bereinigt weil das sündung war es wird opfer verlangt und opfer wird gegeben richtig weil gott es so verlangt hat und jetzt gibt es aber jemanden so jetzt gibt es aber jemanden und diese warte und man muss noch hinzufügen diese lammen und so weiter die mussten makellos sein es war nicht jemand bestimmt ist muss wirklich makellos sein es waren nur bestimmte dafür bereit für den opfer und dann muss jetzt jemanden geben der alle 613 g und verbote einhält und erfüllt alle bildnisse durchmacht von einem testament seit baby auf mit der beschneidung bis weiterhin und dann auf sich opfert jemand muss sich opfern aber weil jeder mensch ein sünder ist gibt es nur einen der sünden frei ist das ist gott selbst und gott wusste seit tag eins er wurde mensch also er sei mächtig er konnte einfach mensch werden na von der trinität hatte den sohn gegeben dessen sagen wir sohn gut mensch und dann hat er alles erfüllt keine sünde ist so zugesprochen worden und so konnte er sich opfern weil er wusste dass die ihn töten wert er hat nur diesen zeitraum gewählt weil er wusste da wird er jetzt sterben dann nimmt er diesen zeitraum damit dann alles erfüllt wird und alles gute prophezeit fashion ist gute prophezeit bruder denn die bittetum mit den gefangen je sei ja 53 und bittetum mit den gefangen 1 bis 6 aber ich muss nur eine zwischenfrage stellen ja sonst vergesse ich weil du hast kann was lange geredet deswegen ich muss mal kurz eine zwischenfrage stellen und zwar das heißt jesus der gleichzeit gott ist leugnet alle propheten die davor waren hast du gerade gesagt weil er hat doch prophezeit das neuer bund kommen wird der prophet moses hat prophezeit dass ein neuer bund kommen wird also dass der jesus christus kommen wird hatte ganze zeit prophezeit das wozeit der toker schon prophezeit im fünften mose steht das schon immer jeder alte bund wenn sie gestorben sind wurde dieser alte bund losgelassen das heißt abraham mit der beschneidung weg moses mit einem anderen bund weg ja jeder einzelne bund der dazu gekommen ist sobald diese person gestorben ist weg das heißt nein er war nur so lange gewonnen er kann doch das gesetz nicht mehr halten weil er gestorben ist aber 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 gott ist doch unanfälschbar wenn er doch diese gesetzungen ja aber dort hat doch sowas warum hat er die gesetze herab gesandt warum damit die menschen keine ausrede mehr haben wenn die eine sünde begehen weil wenn jetzt kein gesetz wäre gibt es doch kein kleber das heißt dann gibt es doch kein dann wäre das gericht wie nennt sich das ungültig dann wäre das unfair dann wird doch jeder sagen gott warum bestraft du mich warum ist das nur sünde nirgendwo hat mir eine gesagt das ist eine sünde ja aber du musst du musst deswegen hat er die gesetze herab gesandt damit die menschen sehen wie dreckig und wie eklavt diese menschen sind dass die menschen es gar nicht schaffen aus ihrer eigenen karte nicht zu kommen deswegen die sünden deswegen gab es auch die opferung mit die ganzen tiere die sünder opferung aber das war vorläufig auf den jesus aber du glaubst doch an die zehn gebote von moses oder 613 die um verbote insgesamt ok glaubst du daran oder aber ich kenne ich kenne ich kenne den von christentum als zehn gebote und die neuen und die neuen gebote von den zehn geboten sind der neuen testament schon mitgenommen worden als moralische gesetze aber diesem bund das heißt aber das heißt er hat gesagt jetzt haben wir den bund der gnade der bund der gnade bedeutet vergebung die du nicht verdient hast das bedeutet jetzt gibt es diese steinigung nicht mehr weil dieser bund der gnade ist jetzt da das heißt jeder der an ihn jetzt glaubt an den jesus christus und wirklich auch nachfolgt weil der wird auch früchte bringen wer keine früchte bringt ist auch nicht ein gläubiger dann heißt das er ist gerettet und alles ist super und wenn diese bund der gnade wird aber bald vorbeigehen wenn der jüngste tag kommen wird er wird der bund der gnade weggehen und dann gibt es was ganz anderes der zorn gottes kommt dann also heißt das gott hat uns noch eine rettende hand quasi gegeben ist auch jetzt bildlicher form einfach in dem fall in dem fall jesus christus genau genau und wir können jetzt darauf zugreifen wenn man es nicht will so hast du die vergebung des herrn einfach weggeschmissen er hatte die chance gegeben damit du gnade empfängst denn jemand ist für dich gestorben hat für dich bezahlt beispiel du isst in einem restaurant da kommt jemand ich zahl für dich na ich bin ich doch nicht zwei für dich da sagst du nein ich bin ich und dann sagt er wenn du nicht zulässt dass ich für dich bezahle so hast du keine gemeinschaft mit mir aber dann stelle ich mir doch die frage warum gott zuerst adam und eva noah abraham mit die gesetze zeigten die menschen zeigt dass die menschen es nicht schaffen die gesetzes zu halten die gesetz hat er nur offenbart damit wir sehen dass es sünde gibt warten nur ganz kurz hat diese ganzen gesetze gebracht und am ende sendet er sich selber in menschlicher gestalt rüber das macht für mich für mich persönlicher also von der logik her ja weil das hat alle alten ok logik hat ja nichts mit religion zu tun ja manchmal muss man einfach die religion so akzeptieren wie sie ist aber vom 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 kopf her ja dass er die ganzen gesetze die abraham moses nur übersandt bekommen haben von gott höchstpersönlich muss hat mit gott direkt geredet ja das heißt gott ist ja unanfechtbar egal welche religion ob es jetzt im christentum judentum oder islam ist gott ist ja unanfechtbar alles was gottes wort ist ist gesetzt und dann am ende auch der auf als menschliche person wir reden da und hat auch der auf als menschliche person ein mensch menschlicher gestalt um alle alten bunde zu 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 vernichten oder oder nicht zu aktivieren weil die das weil die das weil die verstorben sind und wenn die verstorben sind fallen diese alten bünde weg ich nicht warum ich heute sich nicht an diese alten bünde halten also es macht ja nicht angebunden sind aber fischend kennst du abkratzt lass mich das kurz richtig sagen applikation ich habe richtig habe ich das ausgesprochen kann es mit dem begriff erklären aber da habe ich schon nie gehört du kannst es gar nicht mit dem koran wird die abruktion dass das nicht mehr geltend ist und das jetzt geld ist weil die suche letztes als letztes gekommen ist abruktion genau so wird das abruktion wenn es das nicht da habe ich noch nie gehört wirklich wirklich nicht also auf deutschen begriff nie gehört aber das haben wir immer die muslime dieser abruktion beispiel im koran steht alkohol ist erlaubt ich kann dir sogar die koran stelle jetzt geben und dann gibt es wiederum die koran stelle alkohol ist nicht erlaubt dann gibt es wiederum die koran stelle mir dürfte nicht nur besoffen zur moschee gehen dann gibt es wieder eine koran stelle ist es nur für begrenzt und so weiter ich kann die koran stellen geben dann wird das sicher der komplette koran das widersprechen aber es ist abokation aber kurz guck mal hier suche 16 67 uhr 5 90 genau da steht es drin na so was 16 67 steht drin dass ich folge ich folge der folge ich habe das gesehen hatte ich wollte zurück und schicken wir bitte die suchen ich würde mich interessiert wirklich okay was da hat sich die freien jetzt vor dir du kannst das jetzt sehen ich habe ich habe den krank hat ich fand wirklich muss komplett runter guck mal warte ich habe niemals aufgeschrieben ich kann dir das auch zeigen aber ich guck mal ich glaube 16 67 war da schon das ist meine geschwister mal abgegeben belieber ich bin kein suchender mich interessiert das einfach um mir das anzuschauen um auch darüber zu diskutieren auch der wahrheit und das ist sehr richtig guck mal und du wirst prüfen sehr wichtig guck mal jetzt so suche wörter weil das ist ja ziemlich weit das ist ja auch im koran so weil wenn das jetzt nicht so wäre hätten jetzt alle ein problem guck mal hier suche 16 67 genau der muslimm alkohol trinken suche 16 vers 67 da werden die da stand etwas damit das ist dann als raus gestrengt genutzt werden soll als rausch getränkt damit durch berauschen sollst und suche 2 vers 219 alkohol ist aber suche 4 beschreibt erstmal suche 16 67 auf alkohol ja habe ich suche 2 vers 119 alkohol nein erst 119 also 219 2 vers 219 alkohol nein suche 4 vers 43 43 43 ja man soll nur nicht betrunken zum gebet kommen ok suche 5 vers 90 hier wird lediglich empfohlen ist und wenn und jetzt dann kommt dann ein muslim zu mir und sagt dann abokation heißt das war damals gültig jetzt nicht mehr weil die waren dann hat der muslimm gesagt die waren alle natürlich alkoholabhängig stück für stück muss nie davon weg kommen und so weiter abokation aber dann habe ich ihnen gesagt dem muslim und darauf habe ich nie eine antwort bekommen von niemandem habe ich gesagt aber wenn allah doch allwissend ist er weiß alkohol ist doch schädlich wenn wir uns damit berauschen wir reden von rausch warum hat das hier erlaubt er hätte schon seit tag eins sagen müssen nicht erlaubt und so hätten die ist doch schon ständig gewusst deswegen schauen wir suchen an und dann können wir noch mal in einem anderen zimmer darüber reden gerne und dass das sind approbationen und das ist auch das ist so ähnlich es ist nicht so ganz aber so ähnlich wie dieses bündnisse es war damals geltend jetzt nicht mehr da ist es nicht du kannst gerne für mich beten das ist nicht kein problem aber jetzt bin ich jetzt ich ziehe es nicht tatsächlich find es nur traurig dass es nicht geschafft hat mich ins christentum über zu ziehen weil du mich nicht überzeugen konnte mit der anderen sache nicht ich kann dich überzeugen das kannst du das kann erstens nur gott und zweitens das musst du in herzen wollen aber ich hatte doch jetzt gerade die möglichkeit zusammenlegen nur ein samen genau ich kann nur ein samen liegen die bibel sagt davon landet es auf eine schlechte erde so wird es verwerfen landet es auf einer steinigen boden so wird es schon die sonne verbrennen lassen so wird es auf den dornigen boden gehen so somit dornige erde mit dornen so wird es direkt schon auch keine wurzeln schlagen können landet es aber auf die gute erde so wird es sprießen und wachsen und die worte in dem man muss man kann man muss ehrlich sein du bist einer der wenigen der mit mir in der normalen tonlage immer redet und nicht gleich immer auf attacke gehen weiß was ich meine einer der wenigen wichtig man muss ja das gottes ganz normal verbreiten die leute die ständig auf aggression bereit sind das ist nicht richtig ja schon das erklären ich bete für dich definitiv dann gespielt auch für dich beten vielleicht sehen wir uns irgendwann im islam vielleicht siehst du mich im christlichen weiß es ja nicht aber wenn wir uns sehen beten wir auf jeden fall gemeinsam ob im islam oder im christlichen so richtig das kann ich nicht da habe keine gemeinschaft mit der prinzen ist ich darf nicht gemeinschaft haben beispielsweise ich kann nicht mit einem muslim zusammen beten das geht ja nicht der wird ja letztendlich einen ganz anderen gottern als ich anbete das geht ja nicht ist dasselbe gott wir haben alle einen gott das stimmt aber jeder betet dann trotzdem letztendlich einen anderen gott warum ich behaupte in der bibel ist der echte gott die muslima bauten der koran ist der echte gott warum weil der koran sagt jesus ist nicht gott die bibel sagt jesus ist gott das ist ein ganz großer unterschied ein ganz ganz großer unterschied dann muss man die juden das sagen dürfen aber werden hier nicht irgendwie kein schlecht geregnet ich bin ich bin ich habe mit einem jugend ob ich mal geredet es gibt es nicht ohne in deutschland ich würde genauso reden mit den ich zeige ihn direkt an der stelle aber nachher ich sagte ganz im erd ich fühle mich immer so diese islamophobie und islam bashing irgendwie die ganze zeit so wie moslems wir sind immer die bösen wir sind immer gegen jesus obwohl mir selber wir sind die einzigen in den in den weltreligionen die jesus als propheten ansehen ja auch wenn ihr das als falsch an sieht weil wir ihn nicht als gott ansehen ist davon ist alles in ordnung verstehe ich auch aber die juden die juden also nur von der religion aus gesehen nicht als das jetzt keine hetze ja sondern weil ich liebe alle menschen die lehnen die lehnen jesus ab ja die lehnen alles ab bei euch ich weiß die lehnen ab warum lehnen die ab die nennen sogar jesaja ihre eigene rollen verbotener kapitel verboten die die überspringen einfach den kapitel einfach so ohne die menschen lesen verboten warum wohl weil die das immer an den herrn jesus christus erinnert immer wieder ein ein guck mal ich muss mal dass das es gibt in youtube weiß was ich werde das nächste mal einfach filmen ich werde meine story posten ein israelit ein israelit ist nach israel damals wir reden vor sechs sieben jahren her ist in israel gegangen da war du siehst glaube ich sogar hintergrund über die alaqsa moschee und so weiter der ist ein jerusalem weißt du gemacht hat hebräisch rät der arbeit deutsche untertitel ist da es ist er gemacht hat wird einfach die juden auf der straße gefragt und gesagt kennen sie eigentlich hier sei ja hier sei ja 53 die so nahe kenne ich gar nicht was ich ja und diese das ist die jungen die schriften das geht ja gar nicht kann sie gar nicht abnehmen das ist die schrift das ist der tanach wusste ich nicht dann dann sagen die so messen herr jesus christus solcher nicht bloß den namen nicht im mund nehmen und so lege richtig aber doch mal hier sei ja 53 vor dann warte warte und dann hat dieser jude auf hebräisch die jesaja 53 hat gesagt lesen sie es mal vor die liest es der andere dies ist andere dieses und dann wo die fertig beim lesen haben diese auf wen trifft es dann zu weißt was die gesagt haben dann lächeln die so ne warte 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 sagen die ja ich will es ich will es gar nicht sagen na ja sagen sagen sie sagte so ja das trifft schon auf den herrn auf jesus zu sagen sagen die auf jesus na und wir lehnen ihn ab das stimmt schon und das ist eine prophezeiung auf dem messias bruder denn die bitte tun mir die gefahren diesmal jetzt hier sei ja 53 deswegen warst du dich fertig ich glaube ich bin noch krank nein nein aber einfach nur um alles sagen er muss sagen er muss jetzt mal sagen wer ist das ich gebe dir eigentlich archäologischen befund der beweis ich werde das sogar noch mal groß an meine story dass die komplette jesaja rolle beispielsweise gefunden worden ist in kumran hülle und die wird in israel komplett repräsentiert die ganze schrift und dies mit 2200 jahre diese schrift und dies und 200 jahre vor christus heißt das vor jesus und die hat den hängen jesus christus prophezeit und die ist einstimmig und verfälscht mit der bibel die wurde nicht verfälscht es war einstimmig 2100 jahre alte nur diese schrift war perfekt überliefert mit der bitte bruder axel diesmal jesaja 53 und sagt nur nicht deine meinung sagt nur was du raushörst wenn du das okay ist der prophezeiung auf jemanden okay verachtet war er und verlassen von den menschen ein mann der schmerzen und mit leiden vertraut wie einer vor dem man das angesicht verbirgt so verachtet war er und wir erachteten ihn nicht für war er hat unsere krankheit getragen und unsere schmerzen auf sich geladen wir aber hielten ihn für bestraft von gott geschlagen niedergeborgt doch er wurde um unserer übertretung willen durchbohrt wegen unserer missetaten zerschlagen die strafe lag auf ihm damit wir frieden hätten und durch seinen wund sind wir geheilt wurden wie alle gingen in die irre wie schafe jeder war sie sich auf seinen weg aber der herr war unser aller schuld auf ihn er wurde misshandelt aber er wollte sich und tat seinen mund nicht auf wie ein lamm das zur schlachtbank geführt wird und wie ein schaf das verstummt vor seinem scherer und seinem mund nicht auftut infolge von drangsal und gericht wurde er weggenommen wer will über sein geschlecht beschreiben denn er wurde aus dem land des lebendigen gerissen wegen der übertretung meines volkes hat ihn die strafe getroffen und man bestimmte sein grab bei gottlosen und bei einem reichen war er in seinem tod weil er kein unsicht getan hat und kein betrug in seinem mund gewesen war aber dem herrn gefiel es ihm zu zerschlagen er ließ ihn leiden wenn er sein leben zum schuldopfer gegeben hat so wird er nachkommen sehen und seine tage verlängern und das vorhaben des herrn würde in seine hand gehen nachdem seine seele mühsam erlitten hat wird er seine last sehen und die fülle haben durch seine erkenntnis wird mein knecht der gerechte viele gerecht machen und ihre sünden wird er tragen darum will ich ihm die viele zum anteil geben und er wird stark zum raub erhalten dafür dass er seine seele dem tod preis gegeben hat und sich unter die übeltäter erzielen ließ und die sünde viele getragen und für die übeltretter gebetes hat amen wenn du das bild wenn du das gehört dass sie vor macht immer stumm wegen der netten genau wie den hintergrund was denkst du fest auf ihn war dazu getroffen durch sport oder schon als man sagt welchem ex aber nein es macht spaß es war jesus auf jeden fall und du musst jetzt bedenken diese juden haben das auf hebräisch gelesen auf die originale sprache ja und dann sagen die ja ja da sagen die so ja jesu ich werde ich werde das aufnehmen vor sechs sieben jahren war das ich habe das mir angeschaut sogar vor zehn jahren glaube ich ich hatte es mir angeschaut und ich war baff ich war selber noch ein suchen da ich war so baff wo ich das gesehen habe dachte mir das ist doch heftig das und die jungen das weil in israel die zionisten gerne die sagen verboten kapitel verboten überspringen die nennen gottes wort verboten die die haben das drin und überspringen ist einfach du uns einfach weg also das ist in der torah drin oder was das ist der prophet jesaja der jesaja rolle auch auch in der torah steht sogar der kummer die johann man denkt man viele denken die torah ist die komplette tanach das stimmt gar nicht die torah ist der danach mit den schriften also die zahlen was ihr ja selber kennt von der koran die die zahlen und die ganzen profit weiter also wir haben ja guck mal beispiel da wut da wut ist ja david das ist nicht in der torah das ist das ist beispielsweise ein erster könige zweiter könige das ist ein korinth zweiter korinth und so weiter das ist der tanach die schriften sind das die propheten und das ist der komplette tanach der jungen die haben das ja nur die haben ja genau die gleichen bücher wie wir das ist wir sagen nicht wir haben die haben die verfälscht haben auch gar nicht das sind genau die die uns prophezeien genau einstimmig die hebräischen sachen die einstimmig mit unserer bibel sind weil die bibel heißt ja nur biblos das griechisch und das heißt bücher 66 bücher ist aber ein buch und das alles eine einstimmigkeit hat weil es immer prophezeit und immer erfüllt beispielsweise der letzte buch der letzte buch dem tanach der letzte prophet malachi kapitel 3 vers 1 ich werde einen propheten senden der wird den weg freimachen für den messias das war johannes der täufer gemeint der den weg gefreigemacht dafür für den messias den jesus christus alles prophezeien wenn die sicher für und und da müssen wir noch was sehen ich kann die mathematisch sogar beweisen dass es sogar mathematisch eine richtigkeit hat auf den händen jesus christus sind mit dem prophet daniel von kapitel 9 die 69 jahre wochen auf den händen jesus christus ich kann ich ein profit nach land nicht als ihr zählen aber ich habe aber ich sage doch wir sind muslim wir glauben doch dran wir glauben doch an seiner isa aber jetzt hier ist es so mir muss das nicht beweisen du musst den juden beweisen deswegen war meine frage warum kann ich das beweisen die jungen kann man es eigentlich ganz leicht sogar beweisen weil das sind auch menschen geworden die nicht mehr lesen versteht das sind ja wie viele muslime die gar nicht mit dem koran lesen na so und das sind auch für die jungen sehr sehr viele das sind ja schon moderne menschen so nennt man die ja diese leute die einfach nur genießen wollen den stören die glaube prozentual prozentual nicht von der summe der menschen prozentual anhand der anzahl der einwohner ja es mehr gläubige juden als christ also empfinde ich ja ich verstehe was du meinst mit dieses prozentual wenn die bibel sagt nur die wenigen sind wieder geboren nur die wenigen leider ich sag sogar leider warum weil die bibel steht prophezeit erst muss der abfall kommen dann wird der jüngste dach kommen was ihr aber jetzt sagen kann du hast jetzt nur hier seit 53 gelesen aber das war nur ein kapitel hier sei ja 42 hier sei ja 40 hier sei ja 9 hier sei ja zwei und so weiter prophezeit komplett den händen jesus und das war nur eine sache ja ist zackarier profi zackarier kannst du ja ja das ist auf hebrisch zackarier alte testamente danach kapitel 12 versehen da steht da spricht gott selbst na ja verspricht das wird kein jude verleugnet das steht da die werden auf mich schauen den sie durchbohrt haben kann man durch kann man jetzt gott durchbohren und da steht da die werden wir klagen wie man wir klagt bei einem erstgeborenen kind verstirbt ja wenn der mensch wird deswegen die prophezei ich werde jetzt das mal posten ich werde jetzt ein video mache ich mache das jetzt gleich film das mit screen recording von youtube dann tue ich das in eine story einfach ein und das ist sehr wichtig gott das ist sehr sehr wichtig damit es noch mal jeder sieht und dann nach das zeige ich doch mal den archäologischen befunden habe ich schon mal reingestellt mit denen jetzt ich wollte dass die einstimmig ist mit der bibel dass sie keine verfälschung hat und das ist so unglaublich na jeder kann die sehen auf hebräisch na so du hast du weißt dass sogar neuntes mensch steht die aposteln haben gepredigt und die menschen zum herrn jesus geführt mit prophet jesaija kann man für jesaija zitiert und die menschen sind dann zum herrn jesus christus gekommen weil die nur das zitiert haben aber die gehört haben okay wie jeder ja leben wir ja nicht ab dessen prophet er hat das prophezeit ich habe nur eine frage weil du kennst dich ja glaube ich gut in dieser bibel thematik aus bei matthäus 10 34 wenn man schon da gemeint ja was steht da kannst du aufschlagen bei dir oder wort man ja ich kann nicht ist es wird mich sehr interessieren 34 ja wir hätten damit gemeint ich muss erst lesen dann kann ich sagen danke für das 34 wo ist das da ihr sollt nicht meinen dass ich gekommen sei frieden auf die erde zu bringen ich bin nicht gekommen frieden zu bringen sondern das schwert amen sage ich dazu armen der jesus christus hat es erzählt ich muss weiterlesen ich gehe sogar weiter vers 35 denn ich bin nicht gekommen den menschen zu ents denn ich bin geschuldigung denn ich bin gekommen den menschen zu entzweien mit seinem vater und die tochter mit ihrer mutter und die schwiegertochter mit ihrer schwiegermutter und die feinde des menschen werden seine eigene hausgenossen sein der vater oder mutter mehr liebt als mich der ist meiner nicht wert und wer sohn oder tochter mehr liebt als mich der es meiner nicht wert und wer nicht sein kreuz auf sich nimmt und mir nachfolgt der ist meiner nicht wert wer sein leben findet der wird es verlieren und wer sein leben verliert um meinen zu willen der wird es finden das ist ganz einfach eine wunderschöne bibelstelle eine sehr wunderschön warum schwert das schwert ist das wort gottes gemeint da steht ja drin das wort gottes ist schärfer als ein zweischneidiges schwert steht geschrieben also das schwert ist das wort gottes gemeint das wort gottes trennt die menschen mit den anderen beispielsweise in der eigenen familie sie werden nicht alle den gleichen weg gehen wie es geschrieben steht das heißt selbst ein vater und eine mutter kann dich dann abstoßen wollen weil du den händen jesus christus folgst aber das musst du dann akzeptieren das muss man in kauf nehmen weil du musst dich immer für gott entscheiden und nicht dann für die menschen die dir sagen du sollst nicht an gott glauben also die wollen dich dann weg bringen und so wird das wort gottes diese beide menschen vater und sohn jetzt zum beispiel entzweien das heißt getrennte wege gehen die werden nicht mehr diese wege also ich habe diesen 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 biblischen vers habe ich schon erst mal gehört 10 34 ja und ich sagte ja irgendwie kommt mir das bekannt vor wie bei uns im kochen also so über dass wir die ganze letzte also ich weiß nicht dass ich meine dass ich verstanden wie das gemeint wie du es gemeint hat aber dieser bibel fährst es hört sich also gewalt verherrlichen woran gibt es auch was da ich habe auch nichts genau deswegen habe ich das gleich gesagt dass es so selbe wie ihr sagt dass es im koran steht habe ich gerade gesagt er steht aber auch in der bibel aber vorher hieß es doch die bibel wird aber es hat nichts mit gewalt zu tun dieser text in diesem gewalt zu tun aber es hat nichts zu tun pass auf ganz kurz pass auf das menschen wenn du wenn du dich jetzt entscheidet zum jesus christus zu kommen ja und das erzählst du deine eltern was passiert mit dir nehmen die dich in den arm sagen toll mein sohn hast du gut gemacht nein du entzweist du die entzweit euch du deine älter oder freunde von der mit der einfach nichts mehr zu tun haben dann ja und das ist ein zwein schmeißen dich sogar aus der wohnung raus deswegen ganz kurze frage ganz ganz kurze frage die offenbarung ihr glaubt dann die offenbarung habt ihr gesagt ja die offenbarung 1911 kannst du es mir auch mal vorlesen und erklären ja warte bitte dankeschön sehr nett ist auch schon vorab das sehr sehr viel mit aufmachung sehr sehr viel gleichnisse gesprochen warum das ist ja extra weil wenn du den heiligen geist ist ein stück für stück dann erklärt das ist sehr 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 viel metapher gesprochen sehr sehr viel so jesus christus also fährt es elf nur und die sah den himmel geöffnet und sie ein weißes pferd und er darauf saß man meine lieben hörte mich meine verbindung war kurz weg hörte mich okay ich lese noch mal und die sah den himmel geöffnet und dies sah und sie ein weißes pferd der darauf saß heißt der treue und der wahrhaftige und decke und in gerechtigkeit richtet und kämpft er genau das ist der jesus christus der wiederkommen wird und gegen den teufel dann auch besiegen wird der wird ja nach den tausenden also es gibt die drangserzeit sieben jahre wenn der jüngste tag gekommen ist kommt die drangserzeit sieben jahre die ersten dreieinhalb jahre frieden die anderen dreieinhalb jahre dreieinhalb jahre totaler krieg also weltkrieg ist das dann nicht von dem menschen also nicht von gott aus sondern der antichrist macht diesen krieg der teufel und dann gibt es den tausendjährigen reich wo gott dann den teufel einsperren wird mit den ganzen dämonen in kettern 1000 jahre lang nach dem tausendjährigen reich wird er den freilassen und der teufel wird wieder gegen gott kämpfen wollen und rebellieren wollen die menschen führen wollen und dann wird jesus christus kommt und wird den teufel bekämpfen und besiegen damit er komplett weg ist und alles sicher füttert und dann ist alles geschichte jeder ist in der hölle von denen und die anderen im paradis weißes pferd symbolisiert die reinheit das majestätische weil die könige saßen auf so weißes pferd das majestätische deswegen sagt ja auch der jesus christus ist der könig der könige johannes hast du das verstanden johannes glaube ich gerade aber ihr seht es die bibel muss man mit geduld verstehen die bibel kann man nicht auf anheben verstehen die welt war mitgeweist wie viele fragen ich hatte wo ich vor sechs sieben jahren erst mal zum glauben gekommen bin oder acht jahren her ich hatte tausend fragen gehabt tausend ich habe mich gefragt was ist das warum das warum steht dazu warum hat jesus so gemacht warum hier liebe lesen das ist wie ein positiv du hast ein stück positiv verstehst gar nichts noch ein verstehst noch weniger aber so mehr du hast so klarer wird dieses bild wenn es zusammen gefügt ist wer die ganze bibel durch hat der wird es verstehen der will verstehen was ich meine wir werden sehen ein klares bild wird dann repräsentiert und dann macht es sinn und logik warum so der andere so es macht sinn ist das ist das kann ich im christentum verziehen worden das ist das ist das noch mal ich habe mich da schon immer system hintergrund ja bei mir auch noch mal ist judas im christentum verziehen worden eigentlich nein judas guck mal judas hatte die möglichkeit gehabt die genade zu profitieren von neuen testament aber er hat sie freiwillig abgelehnt er hat selbstmord begangen er hat dann selbstmord begangen er wollte die nicht annehmen er konnte gott also er hat sich selber nicht mal verziehen und hat nicht die vergebung von gott akzeptiert das ist traurig aber es ist leider war und judas hat dann selbstmord begangen anbauen sich an spätere zeit hat der körper sich verwest und dann sind seine gedärme und so auf dem bogen gelandet das ist traurig richtig traurig wirklich traurig aber ist es so passiert und jetzt leute die an denken in die bibel lesen da steht der judas brief das ist nicht der judas ist noch ein judas das war der bruder von den herrn jesus christus darf ich dir noch mal eine zwischenfrage stellen das wird mir sehr sehr interessiert was was passiert mit den menschen die von jesus nie was gehört haben die menschen die von jesus christus welche zeit der boche die vor jesus gelebt haben vor jesus gelebt haben in der nebel die doppel nehmen jedoch mit den das gesetz der tannach dann heißt es nur israel danach die heiden apostelgeschichte und der römerbrief steht geschrieben in herzen ist schon das gesetz gelegen diese zehn gebote die moralische gebote weil ein mensch würde aus freien stücken nicht einen menschen töten wollen na also morden aus freien stücken wille nicht klauen wollen das ist menschlich verwerflich er hat ein schlechtes gewissen wenn er es tätigt dass die gesetze sind schon in den herzen geschrieben steht schon im römerbrief müsste sein römerbrief und apostelgeschichte in der bibel da ist die antwort und dann steht sogar drinnen die menschen alte testen wir reden jetzt von früher die menschen die ein jesus christus nicht jesus christus ich rede sogar von der tannach also der juden die toren und so weiter nicht gehört haben aber anhand der schöpfung erkennst du ein schöpfer wenn die nur daran geglaubt haben dass es nur einen dann sind die schon quasi gerettet gewesen weil dann wird der herr die nach ihren werken ja richten lassen weil die gesetze in herzen sind wenn die nur in herzen und daran halten nicht töten und so weiter weil die haben das wort gottes nicht gehört wenn die ein gott ein unbekannten gott eingebetet haben unbekannten sagen wir jetzt dann haben die eine zur möglichkeit wirklich zu gott gebetet nur die von ihnen nicht gehört das war ein unterschied da hat gott auch verziehen also da ist kein götzendienst gewesen weil die einen unbekannten gott gebetet das war eigentlich der echte gott nur die wussten es nicht aber anhand der schöpfung weil die sehen umbaum hier es macht sinn durch das denken erkennst du ein schöpfer wenn die aber von der tannach gehört haben also von den israel bei in der bibel steht erst israel dann die heiden heiden sind alle menschen außerhalb israel und wenn die davon gehört haben konnten die die proselyten taufe machen das heißt auch mit den beschneidungen machen und so weiter und so sind die jungen verzeihen wir gerade wenn ich gerade unterbreche aber jetzt beispielsweise einer der jetzt sagen wir mal ein eskimo der kann wieder lesen und schreiben und er hat nie was von jesus gehört was passiert mit dem glückseli sind die geistlich armen denn dienen ist das himmelreich gegeben steht geschrieben hat der jesus christus gesagt das bedeutet menschen die nicht fähig sind ersten überhaupt lesen zu verstehen und so weiter die sind ja die sind ja geistlich arm also die haben eine geistliche einschränkung und so sind denen das paradies gegeben genauso wie kinder das paradies gegeben sind weil die keine entscheidung treffen können aufgrund dessen weil die es nicht verstehen nicht weil die sich auch bei dir sich verstehen weil ich war mal neulich meinem krankenhaus gewesen und da war wie gesagt ein kleines kind das war kurz auf die welt gekommen und das war halt krank gewesen und die ärzte haben gesagt wir müssten not taufen dem gesagt das ist das ist kirche das ist kirche das ist die katholische orthodoxische kirche diese evangelische und so weiter mit diese ganz baby taufe ist unbiblisch hat es nie in die bibel gegeben apostelgeschichte 2 vers 38 steht geschrieben dann sagte petrus tut buße und jeder von euch lasse sich taufen bedeutet man muss erst von neu geboren sein also erst den herrn jesus christus annehmen und seine ganzen sünden bräunen dann sich taufen lassen kein baby macht das und in dem schrift steht glückselig sind die geistliche armen und in der schrift steht den kindern ist das himmelreich gegeben das katholische kirche orthodoxische kirche und die evangelische kirche das sind wölfe in scharf bis in wahrheit und bis in lüge wir sind nur die bibel und halten sich nun das was geschrieben steht weil wir beruhen uns nicht auf die quellen die auf die quelle vertraut mir beruht denn ich habe mit ein kardinal geredet das heißt eine stufe vor papst und er hat mir bestätigt die sind nicht in der bibel die sind einfach erfunden von der kirche und der vatikan wird in offenbarung erwähnt der vatikan wird als tik tok sportlich na 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 babylon genannt babylon war eine stadt was voller woher und so weiter gelebt hat nur hurerei das kann man noch sagen hurerei gelebt hat und viel schlechtes gemacht hat und die machen geistlich hurerei also geistig weil die nicht gott anbeten sondern den teufel letztendlich okay das ist eine ganze offenbarung steht das offenbarung 7 müsste sein da steht drin da steht sogar drinnen mit dieses ganzen gold mit den ganzen schönen stein dieser stadt die die der antichrist besetzt sich also steht drin in diese hohe barbino steht da drin die setzt sich auf die sieben hügel auf die sieben berge vatikan kleinste staat der welt und der mächtigste überhaupt auf der ganzen welt der ist auf rom und rom ist bekannt für ihre siegen hügel paulus eine frage also das heißt du bist weder katholisch noch evangelisch noch und ex katholik ich war katholik ich bin ex katholik ich bin nur nachfolge des jesus christus nun die bibel allein die katholiken sind auf dem rechten rechten weg und die evangelien sagen wir sind auf dem rechten weg da muss man jetzt prüfen und kein katholik kein orthodox kann kann mit mir eine normales gespräch führen weil die wissen ich wieder die jahre warum wohl weil nicht ich bin gut ich bin nein die wahl kannst du nicht widerlegen weil apostelgeschichte 2 versachen 30 totbus und jeder von euch lasse sich taufen die sagen dann aber durch die torfe kriegst den heiligen geist nein apostelgeschichte kapitel 8 vers 14 17 die waren getauft aber bekam nicht in heiligen bekam denn später dann sehen wir der verbrecher neben den händen jesus christus am kreuz war der war gar nicht getauft er hat sich letzten drücker sich erst bekehrt und den händen jesus christus angenommen ja jesus sagt zu denen am kreuz heute wirst du mit mir im paradies gehen ich gedenke an dich und der war nicht getauft und geht dem paradies und das sind diese indizien die wir sehen alles klar die bibel hat recht weil da habe ich ein weiß was ich einen orthodoxen mal gefragt habe ich sag ihnen was ist wichtiger gott wird das also gottes wort die heilige schrift und da überlieferungen punkte ich weder eine tradition da sagt der tradition ist also hast du gottes wort genommen und weggeschmissen und angespuckt bist du normal habe ich gesagt das ist richtig oder hörst du mich nicht fertig ja wo ich jetzt auch mal raus weil ich soll jetzt auch mal andere rein wir reden hier schon seit zwei drei stunden aber es ist aber was ich noch sagen gerade wenn es spannend wird schmeißt das ist nicht nicht raus wenn leute doch suchen sind niemals raus dann sehen wir die katholische beruhen sich auf tradition dann sagen die allein die schrift wo steht das in der bibel steht schon überall in der schrift dass wir nur auf die schrift hören sollen weil das mündliche überlieferung muss einstimmig sein mit der schriftliche wenn eine mündliche überlieferung nicht einstimmig ist mit der schriftliche ja von wo ist das denn dann ist das ein falsches evangelium dann heißt das verflucht ist es also es ist nicht mehr wort gottes bei gott widerspricht sich nicht und dann haben gewisse muslime gedacht jetzt können die mit mir eine debatte machen und denken sie in die an sich alle kirchenväter auskostet und dann habe ich gesagt ihr könnt nicht damit ankommen ich bin nur die bibel die kirchenväter die betriebsväter genießt mit der bibel so tun dann standen die ok was soll ich jetzt sagen dabei weil die wissen wie soll ich jetzt argumentieren weil die kirchenväter widersprechen sich wirklich weißt du was ein kirchenvater von der römisch katholische kirche und die orthodoxische gesagt hat kirchenvater augustin nähe nicht augustinus doch ich glaube augustinus heißt ja augustinus minister sein ein baby was nicht getauft ist geht in die hölle was denn da los kinder ist das immer reich gegeben sagt die bibel er sagt die babys sind nicht getroffen gehen in die hölle und dann sagt der papst benedikt der vorletzte papst der gestorben ist der deutsche ich muss das um ändern ein baby verstirbt und nicht getauft ist er landet nicht in die hölle aber er landet auch nicht im paradies er landet den limbus was das war das unterbreche ich wollte mich verabschieden weil evangelist ist ein bisschen genervt ich merke schon der ist schon ganz nervös danke dir ich muss ich muss so weiter danke dass mich hochgold das evangelist wieder ja sehr sehr gut wieder von dir paulus wir schreiben miteinander und ex muss dem was noch hier drin bist fühle ich von männis getriggert wir sehen uns die tage und so schon verabschiede mich dann auch vielen dank fürs hochholen und jetzt muss ich auch wieder dabei sein das geht nicht aber so jetzt reden meine stimme ist tot ich kann ich mir ja nicht ganz die sind ja auch hier nicht mehr richtig heißt du musst erst mal essen dass er wieder auf richtig zucker kommt und dann funktioniert wieder noch mal reden ja ich bin dann wie so eine gruppe ich liegt dann einfach in der ecke und kann mich nicht mehr bewegen einfach wie so eine gruppe die erstarrt wird und wenn ich mich raus schmeißen bitte ja ok